Sie sind da, das freut uns und der Abend ist ja durchaus lang, ich will Sie deswegen auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Sie fragen sich, warum der deutsche Theaterdirektor als erstes was sagt, warum überhaupt diese Diskussion vielleicht im Theater stattfindet. Stadttheater, so wie ich es verstehe, ist, war und ist, besser gesprochen, immer der Ort einer lebendigen, nicht nur politischen, sondern gesellschaftlichen Debatte. So ist dieses Medium entstanden und so möchte ich es auch gerne heute verstanden wissen, dass wir hier debattieren, nicht nur durch oder mit unserer Kunst, sondern unter anderem auch mit Ihnen, unserem Publikum, über das, was uns alle angeht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Initiative, die tatsächlich die Welt verändern könnte und sie wird ja nicht nur in der Schweiz, sie wird ja auch andernorts diskutiert, aber nur hier und das auch Grund der historischen und gesellschaftlichen Verfasstheit der Schweiz, hier, nur hier kann man darüber abstimmen und das finde ich schon mehr als bemerkenswert und da bin ich auch durchaus etwas neidisch, denn ich bin ja hier nur Steuerbürger und kann mich dazu gar nicht äußern. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte erzählen und die soll uns dann so in den Abend hineinführen. Als ich in Wien Theaterdirektor war, ist damals eine, ich möchte sagen, eine Mercedes an mich herangetreten, die sich auch sehr für das bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt hat und hat gesagt, sie möchte gerne Stückaufträge vergeben an verschiedene österreichische Autorinnen und Autoren, an Dichterinnen und Dichtern, die sich mit dem beschäftigen könnten oder sollten, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Gesellschaft auslöste, würde es es geben. Und tatsächlich hat es kein einziges Stück zu diesem Thema gegeben. Keiner der Dichterinnen und Dichter hatte genug Fantasie, sich vorzustellen, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich in der Gesellschaft verändern könnte. Ich fand das damals recht tragisch und umso mehr freue ich mich, dass wir heute Gastgeber sein können und Mitveranstalter und dass Sie alle da sind, das schmückt uns heute ungemein. Ich freue mich auf angeregte Diskussionen, denn eines ist sicher, wir müssen darüber sprechen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Applaus Hallo Larry, wie war dein Wochenende? Ja, ich weiß nicht, aber weißt du, was mein Problem ist? Sie haben ja schon nie mit mir zufrieden, ich weiß nicht, dass wir diejenigen ja nicht mehr so leben, die er sich übernimmt, weil es nicht mehr Zeit kommt. Warum ist jemand denn jetzt das? Wie geht ihr doch vor? Ich kann doch ein Arbeitein sein, ein Gesetz, ein Geschehen, aber ich kann mit mir arbeiten, aber die Arbeit versaufen, meine Familie. Also fast viel verliert, weil ich glaube, dass das Arme hier drauf macht. Wie ist das eben, ich habe alles bereitgestellt. Ich könnte mal ein Tor bei der Naht, was ich da mache. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ...... Herr Eichenwein, hallo, hätten Sie Lust auf 5 Minuten Interview eben? Jetzt, ja. Ja, jetzt? Okay, super, das ist für den Livestream, es passiert ein Livestream und in den Pausen machen wir schnell ein Interview, wir müssen einmal die Seiten wechseln. Gut, also, wir können weitermachen. So, jetzt begrüße ich Rainer Eichenberger, einer der bekanntesten Ökonomen der Schweiz und er wird gleich auf dem Podium sitzen und folgende Seite vertreten. Ja, er ist nicht finanzierbar. Herr Eichenberger, wir haben doch schon mal ein Interview gemacht und ich dachte, jetzt kommen Sie und sagen, ja Pola, jetzt sehe ich es doch ein, man kann es finanzieren, aber es scheint mir so, als wären Sie immer noch dagegen. Ja, das ist eine traurige Sache, ich meine, ich rede jetzt schon zehn Jahre mit dieser Truppe und ich habe immer gedacht, am Anfang ist es ein interessanter Diskurs, da keimt was und ich merke es aber, es keimt überhaupt nichts. Nach zehn Jahren sind es die gleichen Positionen, Unverständnis für irgendwelche Steuerprobleme. Steuern, um das zu finanzieren, das Grundeinkommen, das ist das grosse Problem. Nicht, wenn die Leute Geld kriegen, dann bleiben sie ganz normal, arbeiten auch schön, aber man muss es finanzieren, das braucht Steuern, die einfach so hoch sind, dass die Leute nicht mehr arbeiten oder schwarz arbeiten oder einfach wieder ausweichen. Und dann gibt es einen Kontrollstaat, die Leute müssen kontrolliert werden, dass sie arbeiten und am Schluss führt das Grundeinkommen in die Knechtschaft. Das ist ein absoluter Weg in die Knechtschaft und ich kann nicht verstehen, wie man dafür eintritt. Dabei gibt es gute Alternativen. Die richtige Alternative, und ich wundere mich, dass sie überhaupt nicht aufgenommen wird von Kreisen des Grundeinkommens, Grundkapital. Grundeinkommen, das ist 80 Jahre lang zweieinhalbtausend Franken im Monat, das ist nicht finanzierbar. Können Sie das einmal so ganz kurz beschreiben, Grundkapital, ich weiß natürlich, das ist eine Idee, die Ihnen sehr liegt. Jetzt gibt es hier die Plattform, weil die ist ja auch sehr interessant. Ja, Grundkapital ist im einfachsten Fall, kriegt jeder jetzt in der Schweiz mit 20.000 100.000 Franken, die kann er unter bestimmten Auflagen für sich selbst verwenden. Er kann sie zum Beispiel selbst in Grundeinkommen zahlen, reicht für vier Jahre, oder er kann es ausgeben für Tertiärbildung, also Fachhochschule oder Universität, oder auch Bildung im Ausland, Schauspielschule in New York oder so, was man ja heute nicht finanzieren kann. Und das würde die Menschen wirklich befreien, vier Jahre lang den eigenen Unterhalt zu bestreiten, eben nur wenn sie es wirklich bedürfen, wenn sie kein sonstiges Einkommen haben. Dann werden die Menschen frei, sie haben beste Anreize weiterhin zu arbeiten, weil eben dann ihr das Geld nicht weggenommen wird, das sie selbst verdienen. Und diese 100.000, das heisst 8 Milliarden in der Schweiz, kann man mit links finanzieren, weil es viel grössere Einsparungen gibt als diese 8 Milliarden. Jetzt noch zu dem heutigen Abend. Sie sind gegen das Grundeinkommen und lassen sich aber gerne einladen. Also gibt es dort eine Sympathie zu den Befürwortern oder eine Sympathie dagegen zu sein? Wie ist da so die seelische Lage? Nein, ich habe ja ursprünglich gedacht, es gibt einen interessanten Diskurs, weil ja, wir haben ein Problem, wir haben die bedingte Sozialhilfe, die ist ein Problem, die nimmt den Leuten die Anreize zu arbeiten, wenn man Sozialhilfe hat. Und dann beginnt zur Arbeit, wird einem 1 zu 1 jeder Franken weggenommen und das tötet die Anreize. Und da sehen wir genau das Sozialproblem, wie wir heute sind. Für das wäre die Idee eines bedingungslosen Einkommens, das man den Leuten gibt und dann nicht, wenn sie arbeiten, gleich alles wieder wegnimmt. Natürlich eine schöne Idee, aber das Problem ist eben, es ist nicht finanzierbar. Und jetzt die neuen Vorschläge, es werden immer schlimmer, die Finanzierungsvorschläge. Jetzt ist man ja schon dabei, dass das immer automatisch verrechnet wird. Das heißt, jeder, der dann arbeitet, muss aus seinen ersten zweieinhalbtausend selbstverdienten Franken gleich sein Grundeinkommen zahlen. Absolut tödliche Anreizsituation. Gut, die nächste Frage. Ich habe ein Déjà-vu, als ich mal mit Herrn Eichenberger ein Interview gemacht habe, da ging es mir auch so, dass ich erst rechnen, überlegen musste, wie ich jetzt den Herrn Professor am besten die nächste Frage stellen kann. Ich habe eine wirkliche Frage von Pola persönlich und die ist, wir haben uns ja einmal getroffen, um die Finanzierung richtig auszudiskutieren und kamen meiner Meinung nach beide zu dem Ergebnis, es wäre finanzierbar, wenn die Menschen weiterhin arbeiten würden. Gilt diese Übereinkunft noch? Wenn die Menschen arbeiten, auch bei einem Steuersatz von 100 Prozent, dann ist das alles kein Problem. Noch ein kleiner Zusatzpunkt, wenn sie dann etwas Vernünftiges arbeiten. Also wenn die Motivation so ist, dass man auch arbeitet ohne Einkommen und dann eben nicht, wenn einem 100 Prozent weggenommen wird, in eine andere Art der Arbeit ausweicht. Schwarzarbeit, im Ausland arbeiten, irgendwas ganz anderes machen. Und das glaube ich nicht. Sonst hätten wir ja kein gesellschaftliches Problem, wenn die Menschen so motiviert wären. Und alles, was wir sehen, zum Beispiel Wikipedia, funktioniert auch eigenmotiviert. Totaler Superquatsch. Wikipedia hat ein Riesenproblem, die Leute hinherzubringen. Und die Leute machen doch nur mit, wenn sie etwas schreiben können und dabei eigene Macht ausüben können. Und das ist das, mit dem man bezahlt wird bei Wikipedia. Aber um die normalen Dinge zu beschreiben, finden sie doch die Leute nicht mehr genau, weil man Anreize geben muss. Und was werden Sie sagen, wenn in zehn Jahren das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich eingeführt wird, weil nämlich die Volksabstimmung, die vielleicht zweite Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen mit 51 Prozent angenommen wird? Erstens wird es nicht so sein. Und zweitens, wenn es so ist, braucht es sofort einen Gegenvorschlag. Das ist dann das bedingungslose Grundkapital. Das ist so viel besser, das wird dann mit 99,9 Prozent angenommen gegenüber dem Grundeinkommen. Das heißt, in dem Fall würden Sie in die Politik überwechseln und den Gegenvorschlag unterbreiten? Ich hoffe, dass der Gegenvorschlag auch so kommt, ja. Ja, Herr Eichenberger, vielen Dank und toi 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 für die Diskussion. Danke. Und bis bald. Gut, der Saal füllt sich wieder. Und wir interviewen noch mal einen Gast vielleicht. Wären Sie bereit, einmal zu sagen, warum Sie hier sind, in die Kamera? Nichts Gescheiteres zu tun. Und wie sind Sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Das habe ich irgendwo gelesen. Und werden Sie ja stimmen zum Grundeinkommen? Zweimal, ja. Warum? Man muss die Leute von der, wie sagt man dem, von der Restriktion befreien. Das Leben besteht heute aus Restriktionen. Man muss das befreien. Dankeschön. Ja, jetzt geht es in Kürze weiter hier auf der Bühne. Wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde wieder, wenn die nächste Pause beginnt. Die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen stellt Fragen. Und dabei geht es nicht um Details, sondern um Grundsätzliches. Es geht nicht um einen Mindestlohn oder die Deckelung hoher Einkommen. Nicht darum, welchen Mehrwertsteuersatz die Bratwurst hat, wenn sie beim Imbiss oder im Restaurant gegessen wird. Nicht um Radio- und Fernsehgebühren. Nicht um Tempolimits oder Steuerprivilegien. Sondern um eine Richtungsentscheidung. Die Volksinitiative fragt zweierlei. Erstens, was will ich eigentlich? Was würde ich tun, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre? Wofür engagiere ich mich, wenn ich mich frei entscheiden kann? Das ist die Frage, die mich auf mich selbst zurückwirft. Sie spricht mich als selbstbestimmtes Individuum an. Es geht um das Bild, welches ich von mir selbst habe. Die zweite Frage lautet, bin ich bereit, den anderen die Existenzgrundlage bedingungslos zu gewähren? Kann ich mir vorstellen, dass sie ein Grundeinkommen erhalten, ohne dafür erst Auflagen erfüllen oder Leistungen erbringen zu müssen? Bin ich willens, die anderen über ihr Leben selbst bestimmen zu lassen? Bei dieser Frage geht es um die anderen als selbstbestimmte Individuen. Es geht um das Bild, welches ich von ihnen habe. Würde das bedingungslose Grundeinkommen von einem Monarchen, einer Regierung oder einem Parlament verabschiedet, wäre seine Wirkung viel geringer, als wenn die gesamte stimmberechtigte Bevölkerung eines Landes die Fragen bewegt, die das Grundeinkommen stellt. Die Fragen, die das Grundeinkommen stellt, lassen sich nicht delegieren, denn sie fragen nach uns selbst. Deshalb ist es stimmig, dass wir uns gemeinsam darüber abstimmen. So, wir sind schon beim zweiten Stunde angelangt. Und wir sind beim Programmpunkt die meistgestellten Fragen. Bei der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt es vier Fragen, die eigentlich fast immer gestellt werden. Und wir haben Expertinnen und Experten gefragt, ob sie diese vier am häufigsten gestellten Fragen für uns beantworten können. Und zwar immer von einer Befürworterin oder einem Gegnerin. Wir fangen mit der ersten Frage an. Wie soll das Grundeinkommen finanziert werden? Wir haben als Pro-Stimme Eno Schmidt, ein Filmemacher eingeladen. Ich bitte dich auf das Podium. Bitte einen Applaus für Eno Schmidt. Und auf der Kontra-Seite bitte ich Professor Rainer Eichenberger, Leiter des Seminars für Finanzwissenschaft von der Universität Fribourg, bitte dich aufs Podium. Herzlich Willkommen. Ja, und jetzt will ich gar nicht viel Zeit verlieren, weil die beiden Herren haben den Auftrag bekommen, in fünf Minuten maximal Sprechzeit die Frage zu beantworten. Und ich übergebe das Wort Eno. Okay, die kleinste Frage der Welt. Wie wird das bedingungslose Grundeinkommen finanziert? Und das machen wir jetzt mal in fünf Minuten. Erster Punkt. Es gibt ein paar Voraussetzungen, um es denken zu können. Eine ist Realismus. Wir haben noch kein Grundeinkommen, wir stehen davor. Alle Überlegungen, wie das in Zahlen ganz genau aussieht, wie das mit dem Außenhandel ganz genau aussieht, alles, was da zusammenwirkt, kann man jetzt nicht genau beantworten. Wer das will, ist unseriös, weil sich so viele Parameter ändern und aufeinander einwirken, dass man jetzt nur über das Prinzip sprechen kann. Wie kann das im Prinzip gehen? Zweite Voraussetzung, bevor man sich überlegt, wie finanziert man denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht mal schauen, wie finanzieren wir überhaupt Einkommen? Einkommen, die wir ja alle haben, alle brauchen zum Leben, ist ja ein Menschenrecht, werden finanziert durch die Preise, die wir als Kunden, Konsumenten zahlen, wenn wir uns was kaufen. Wenn ich mir eine Flasche Wasser kaufe im Laden, dann ist dieser Preis, den ich zahle, anteilig Einkommen für die, die in dem Laden arbeiten, die das Wasser abgefüllt haben, die Flasche hergestellt haben, die Rohstoffe geschürft haben, die Transportmittel hergestellt haben, die Energieversorgung und so weiter. Wenn ich etwas kaufe und einen Preis dafür zahle, zahle ich Einkommen. Dann zahle ich auch das, was die Angestellten an Steuern abgeben. Steuern sind auch für Einkommen und die sind auch in den Preisen drin. Also, Einkommen finanzieren wir als Konsumenten. Nicht, wer fleißig ist, zahlt für die anderen mit, sondern wer fleißig was kauft, viel kauft, zahlt viel Einkommen, zahlt auch viel Steuern mit. Dritter Punkt, ganz schwer zu verstehen, klingt sehr einfach, ist aber schwer. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre für alle, für jeden, nicht nur für die Armen, nicht nur für mich, nicht nur für andere. Es wäre eine Grundlage in der Gesellschaft, keine privatpersönliche, sondern ein demokratisches Recht, ein demokratisch-rechtliches Einkommen für alle. So, jetzt gehen wir in die Finanzdynamik. Und zwar vom Grundeinkommen ausgehend. Stellt euch vor, jeder hat dieses bedingungslose Grundeinkommen. Jeder. Was passiert? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die Löhne neu verhandelt. Wahrscheinlich werden alle Arbeitseinkommen in der Privatwirtschaft, aber auch die, die vom Kanton, von den Gemeinden, dem Bund, also vom Staat ausgezahlt werden, für die Angestellten, Soldaten, Polizisten. Wahrscheinlich werden alle Arbeitseinkommen neu verhandelt und sinken etwa um die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens, denn das hat ja jetzt jeder separat und extra als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zwei Grundeinkommen kann es nicht geben. Eins ist der Grund, das nächste ist schon mehr. Grundeinkommen ist jetzt das bedingungslose Grundeinkommen. Das Gleiche wird aber auch passieren bei den Sozialleistungen. Bei Renten, IV-Leistungen, Sozialhilfe, bei den Ergänzungsleistungen, Stipendien, Direktzahlungen, Subventionen und so weiter. Überall, wo das zum Lebensunterhalt dient, wird der Betrag des bedingungslosen Grundeinkommens dann da nicht mehr enthalten sein müssen, denn den hat man bedingungslos. Was man darüber hinaus braucht, ist was anderes. Das muss bleiben. Was haben wir jetzt? Einmal über eine staatliche Regelung, was all die Einkommen angeht, zum Beispiel die Sozialeinkommen, und am Arbeitsmarkt, im Wettbewerb, als Verhandlungen der Löhne, geringere Lohnkosten, geringere Steuern, denn der Staat muss nicht mehr so viel Geld einnehmen, er gibt ja auch nicht mehr so viel aus an Einkommen, geringere Sozialabgaben, denn die Sozialkassen geben nicht mehr so viel Geld aus. Das heißt, geringere Löhne, geringere Steuern, geringere Sozialabgaben, verringern Produktionskosten, Herstellungskosten, bewirkt im Wettbewerb am Markt geringere Preise für uns als Konsumenten. Jetzt haben wir eine Preishöhe, und ich sage nochmal, wir sind beim Prinzip, wir sind nicht bei tausend Details, dem Außenhandel und so weiter, wir haben die Preise von heute, und sie können sinken um das Geld, das jetzt nicht mehr in den Einkommen, die es schon gibt, wie bisher finanziert wird. Das heißt, sie können sinken um diese Höhe, die aus den Einkommen rausgeht. Und ihr seht, oder seht auch nicht, hier wird ein Platz frei. Das ist der Platz, der heute die Höhe eines Grundeinkommens in anderen Einkommen finanziert. Und dieser Platz wird frei, um jetzt als Abgabe oder Steuer damit das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Eine Minute noch. Es ist noch eine Minute. Ja, ja, super, genau. Eine Schweigeminute. Nochmal das Bild. Wenn ihr die Finanzierung verstehen wollt, dann so wie ich als Fachmann, indem man vom Grundeinkommen aus denkt, nicht von Zahlen und so weiter. Grundeinkommen einführen heißt, wow, was wird wohl passieren? Neue Verhandlungen in den Löhnen, bei den Sozialleistungen, die bleiben, nichts wird gestrichen, aber diese Höhe vom Grundeinkommen nicht mehr. Was wird passieren dadurch? Die Preise für uns Konsumenten werden sinken, weil die Herstellungskosten sinken. Was ist daraus aus den Preisen? Das, was vorher in den Einkommen drin war, an Grundeinkommenshöhe. Das finanziert jetzt das bedingungslos gewordene Grundeinkommen als Abgabe oder Steuer. Das heißt, dann sind die Preise, wie sie waren, im Prinzip, im Durchschnitt. Nochmal, wir sind beim Prinzip. Und wir finanzieren genauso, das bedingungslos gewordene Grundeinkommen, wie vorher die Anteile in den Einkommen, die einer Grundeinkommenshöhe entsprechen, die da mehr oder weniger nicht mehr drin sind. Enno Schmidt, deine Zeit ist vorbei. Wow. Dankeschön. Rainer Eichenberger, Sie haben das Wort. Wenn Sie über solche Dinge nachdenken, denken Sie nicht so kompliziert, sonst wird es Voodoo-Economics. Natürlich hat das Grundeinkommen Vorteile. Das heutige Sozialsystem ist ein großes Problem. Bedingte Sozialhilfe heute, wenn die Leute ihre Sozialhilfe bekommen, 2 bis 2,5 bis 3.000 Franken. Wenn sie beginnen zu arbeiten, wird ihnen 100% weggenommen. Das gibt ein großes Problem. Die Sozialhilfe, vor allem die Leute stecken darin fest. Wenn wir jetzt ein Grundeinkommen hätten, als erstes denkt man natürlich, ja, das wäre alles gelöst. Das Problem ist nicht, dass die Leute nicht mehr arbeiten, wenn sie 2.500 Franken bekommen. Professoren haben ein Grundeinkommen von etwa 200.000 Franken und arbeiten trotzdem wie die Esel. Bill Gates hat 2 Milliarden Grundeinkommen aus seinen Kapitaleinkünften, arbeitet trotzdem wie ein Esel. Also das ist es nicht, das Problem. Das Problem ist, es muss finanziert werden und wenn wir diese 200 Milliarden, was das Grundeinkommen kosten würde, abzüglich der 50 Milliarden, die wir irgendwie verrechnen können, AHV aufheben und so weiter, finanzieren müssen, die 150 Milliarden brauchen wir Steuersätze, die, wenn wir es auf die Mehrwertsteuer abwälzen, zuerst mal wenigstens 50 Prozent höher sind als die heutigen, da sind wir bei 60 Prozent. Wenn man dann nicht will, dass die Grundeinkommensbezüge auch die Steuern tragen, sprich die Reinkommen werden dann tiefer, wenn die Preise steigen, müssen wir noch höhere Steuersätze haben, auf den anderen das Grundeinkommen erhöhen. Wenn wir es finanzieren über eine Einkommenssteuer, brauchen wir Einkommenssteuersätze, da sind sich die Ökonomen einig, von 100 Prozent für das heutige Grundeinkommen, nicht finanzierbar. Wenn wir es anders machen, was jetzt gesagt wird, so, ja, wir verrechnen das, das ist ja alles, können das verrechnen, heisst das, dass Leute, die beginnen zu arbeiten, kriegt jeder 2.500 Franken, aber die ersten 2.500 Franken, die man selbst verdient, muss man gleich wieder abgeben. Da sehen wir erstens genau wieder in der heutigen bedingten Sozialhilfe, hören Sie auf mit diesem Lügenwort, bedingungsloses Grundeinkommen, es ist nicht bedingungslos, es ist bedingt darauf, dass man nicht arbeitet, der neue Vorschlag der Finanzierung, und wir wissen, was das für Probleme bereitet, und wenn man es bedingungslos noch kriegt, das Grundeinkommen, nicht mehr mit der heutigen Stigmatisierung der Sozialhilfe, wissen wir, dann nehmen es mehr Leute, und dann bricht die Finanzierung erst recht zusammen. Es gibt auch noch eine positive Nachricht. Weitere Vorschläge, die kommen, man soll sie über die Finanztransaktionssteuer finanzieren. Ah, die Finanztransaktionen sind ja 300 Mal grösser als das Bruttoinlandprodukt. Da reicht eine ganz, ganz kleine, minime Steuer, um das Ganze zu finanzieren. Das ist diese totale Naivität, ich weiss nicht, die Ökonomien, die das eingebracht haben, was die, nein, das steckt fast böser Wille dahinter. Wie kann man, wenn es das Bruttoinlandprodukt, die Steuertotum, Bruttoinlandprodukt, die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung, diese riesigen Zahlungen nicht hergeben, dann ist es erst recht unrealistisch, die aus einem kleinen Teilbereich herauszupressen, dem Finanzmarkt. Der Finanzmarkt insgesamt hat, je nachdem wie man rechnet, irgendwo vier bis höchstens zehn Prozent der Wertschöpfung einer gesamten Volkswirtschaft. Das heißt, unfinanzierbar rein aus dem Finanzmarkt. Undenkbar, dass man so finanziert. Auch das Argument, das Geld sei schon vorhanden, und das ist halbzeitlich kein Problem. Ja, das ist so, wie wenn Sie sagen, wenn wir Kampfflugzeuge kaufen, kostet das nichts, das Geld ist ja schon vorhanden. Natürlich ist das Geld schon vorhanden, um die Kampfflugzeuge zu kaufen. Das Problem ist nur, wir müssen es den Konsumenten und den Steuerzahlern zuerst wegnehmen, um Kampfflugzeuge zu kaufen. Genau das Gleiche hier, um Grundeinkommen zu finanzieren, müssen wir es den einen wegnehmen, mit exorbitanten Steuersätzen, und den anderen geben. Leute weichen aus, bei solchen Steuersätzen, das wissen wir alle, das wissen Sie von sich selbst, man beginnt bei der Steuerdeklaration etwas zu vergessen, zu verdrängen, man lässt sich irgendwie anders auszahlen, man geht vielleicht ins Ausland, um zu verdienen oder zu konsumieren, man geht in die Schattenwirtschaft. Um das Grundeinkommen trotzdem zu finanzieren, braucht es einen Kontrollstaat, der die Leute kontrolliert und überwacht. Das heißt, das Grundeinkommen, so wie es hier propagiert wird, führt nicht in die Freiheit, sondern in die Sklaverei und in ein Zwangssystem. Ich bin dagegen, dass es das Zwangssystem geht. Danke. Jetzt kommt die gute Botschaft. Es gibt eine Alternative, und ich kann niemand verstehen, der hier sitzt für das Grundeinkommen, ist, nicht schon längst gewechselt hat. Die Alternative ist das Grundkapital. Vernünftige Eltern geben ihren Kindern nie eine lebenslange Grundeinkommensrente. Das macht niemand, weil man weiss, das macht die Kinder kaputt, wenn sie jeden Monat einen Scheck bekommen, bis ans Lebensende. Man zahlt ihnen ein Grundkapital, sagt, liebes Kind, da kriegst du eine kleine Grundausstattung, wir überwachen dich noch am Anfang, wie du das ausgibst, und wenn sie es dann vernünftig machen, dann gibt man ihnen mehr Freiheiten. Und genau dieses System soll der Staat übernehmen. Jeder soll 100.000 Franken bekommen. Da kann man auch noch ein bisschen schöner diskriminieren zwischen Inländern und Ausländern und Zugewanderten. Jedes Kind kriegt jedes Jahr 5.000 Franken, bis es 20 ist, und dann hat es 100.000, kann vorher schon kleiner Kapitalist werden, so ein bisschen anlegen und so, schön verzinst. Dann kann er das gebrauchen, er kann sich vier Jahre Grundeinkommen zahlen, wenn er sonst keine Einnahmen hat, ist reguliert, also man kann nicht ein Ferrari kaufen, wenn man keine Steuern sonst zahlt, kann man das für sich selbst verwenden. Hat 100% Zubranreiz zu arbeiten, weil wenn man dann arbeitet, muss man nicht gleich Steuern zahlen, um das Grundeinkommen zu finanzieren. Und das geht ab vom eigenen Grundkapital. Man kann sich mit diesem Grundkapital die Uni-Gebühren zahlen. Die Unis werden befreit, können höhere Gebühren verlangen, kostenorientiert, aber die Studenten haben alle Geld, mit dem sie bezahlen können. Und wir können die Sozialhilfe abschaffen, weil jeder... Keine Eichmann, Ihre Zeit ist um. Danke, ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören. Dieses Grundkapital, das ist die Alternative, die gleichen positiven Vorteile, ohne irgendwelche Nachteile und ist finanzierbar. Herzlichen Dank. Wir sind bei der zweiten Frage. Wer arbeitet dann noch, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt? Ich bitte auf die Pro-Seite Theo Wehner, Arbeits- und Organisationspsychologe an der ETH. Herzlich willkommen. Und auf der Kontra-Seite bitte ich Lukas Rühli, Projektleiter von Avenir Swiss, auf das Podium. Herzlich willkommen. Und ich würde, glaube ich, jetzt gerade mal wechseln, dass wir jetzt mit dem Kontra anfangen und nachher aufs Pro gehen. Gut, okay. Ich habe, glaube ich, mit Ihnen abgemacht, dass ich für diese Frage ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe. Ich werde bei der nächsten für dich kurzfristig auch eingesetzt werden, dafür höchstens zwei Minuten brauchen. Also wäre ich froh, wenn ich jetzt so siebeneinhalb kriege. Da wird gefeilscht. Zehn Minuten nicht übertreffen insgesamt. Einfach kurz vielleicht vorneweg, ich halte das Grundeinkommen nicht nur darum für eine schlechte Idee, weil es irgendwie schwierig zu finanzieren wäre, sondern ich finde es grundsätzlich eine falsche, ja im wortwörtlichen Sinn, eine irrsinnige Idee, weil es ist unnötig, es ist ungerecht, es ist auch unsozial und es wird langfristig desaströse Konsequenzen für die Gesellschaft haben. Auf einige dieser Punkte werde ich hier jetzt nicht eingehen können, weil ich muss ja eben die Frage beantworten, werden wir trotzdem im Grundeinkommen noch arbeiten? Die werde ich jetzt auch beantworten, ich möchte allerdings zu Beginn diese Frage noch ein bisschen umgeformt behandeln, das ist nämlich auch eine sehr wichtige Frage, und zwar wird es in Zukunft überhaupt noch genug Arbeit für alle haben? Diese Frage, die hört man immer wieder von den Befürworten des Grundeinkommens, beziehungsweise man hört gleich die Antwort darauf, nämlich nein. Und darum sei das Grundeinkommen ohnehin ein unvermeidbares Instrument, weil wir ja in Zukunft wegen der Automatisierung großflächig arbeitslos würden. Jetzt diese Idee, die ist grundsätzlich falsch oder eben irrsinnig, weil schauen wir 200 Jahre zurück, wir haben etwa 200 Jahre Industrialisierung hinter uns mit entsprechender Automatisierung, in diesen 200 Jahren hat sich der Output pro Kopf etwa verzwanzigfacht, während eben die mittlere Arbeitszeit eines Erwerbstätigen, die hat sich halbiert. Und es hat in diesen 200 Jahren riesige Umbrüche in der gesamten Branchenstruktur in der Wirtschaft gegeben. Vor 200 Jahren, 1815, war weit über die Hälfte der Bevölkerung waren Bauern, die waren damit beschäftigt, unmittelbar unseren physischen Lebensunterhalt zu garantieren. Heute haben wir noch etwa 3% Bauern und diese 47% Bauern, die wir nicht mehr brauchen, die sind offensichtlich nicht arbeitslos. Und höchstwahrscheinlich wird es in der Zukunft gleich weitergehen, beziehungsweise brauche ich glaubwürdigere Begründungen, warum jetzt das plötzlich in den nächsten Jahrzehnten sich systematisch ändern sollte. Sie werden wahrscheinlich noch viele Fotologen hören, die Ihnen sagen, der und der und der Job fällt weg. Das mag sein, Jobs werden wegfallen, aber andere Jobs werden ganz bestimmt entstehen und wir sind eigentlich, wir können eigentlich froh mit Automatisierung sein, es kann uns gar nichts Besseres passieren als Automatisierung, das heisst nämlich, dass wir weiterhin noch weniger arbeiten müssen und einen noch höheren Wohlstand genießen können und es wird oft gesagt, das Grundeinkommen garantiere, dass das überhaupt erst funktioniert. Ich bin der Meinung, das Grundeinkommen wird eben genau dazu führen, dass dieses System nicht funktioniert, weil jetzt kommen wir zu der Arbeit, werden wir weiterhin arbeiten mit dem Grundeinkommen. Meine Theorie, die ich jetzt geäußert habe, ist, es wird jeder ein bisschen weniger arbeiten, klar, weil Maschinen werden uns das Leben erleichtern. Wenn wir jetzt aber ein Grundeinkommen haben, da kommt es natürlich auf die Finanzierung an, wie das mit den Arbeitsanreizen aussieht, das hat der Herr Eichenberger schon kurz erklärt. Die reine ursprüngliche Idee des Grundeinkommens ist die, dass jeder 2.500 Franken kriegt, unabhängig davon, wie viel Erwerbseinkommen er noch sonst verdient. Das wurde auch schon erwähnt, das kostet 208 Milliarden Franken. Tatsächlich wären die Arbeitsanreize in diesem System nicht wahnsinnig negativ. Das Problem ist aber, das wurde auch schon erwähnt, ist natürlich die Finanzierung. Wir können eine Mehrwertsteuer dann erheben in der Höhe von 56 Prozent. Herr Rühli, Sie haben noch eine Minute, ich schlage noch eine drauf, dann haben wir nur zwei Minuten. Von fünf oder von siebeneinhalb? Also jetzt haben Sie noch zwei. Von fünf oder von siebeneinhalb? Nein, ernsthaft, ich brauche noch... Sieben, von sieben. Okay, also. Gut. Also, das Problem, das muss über die Steuern finanziert werden, wenn wir so eine hohe Mehrwertsteuer haben, dann wird natürlich das Grundeinkommen von zweieinhalbtausend Franken auch nicht mehr ausreichen, weil die Preise ja steigen werden und dann kommen wir so in eine Spirale rein, die dann früher oder später komplett das System zusammenstürzen lässt. Jetzt das andere System, das will ich, egal was Sie mir sagen, noch kurz erklären, das kostet mich vielleicht zwei Minuten, das ist das, zu dem man unterdessen übergegangen ist, weil das ist viel, 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 viel günstiger in einem rein statischen System, das ist auch das, was das Bundesamt für Sozialversicherungen beurteilt hat, das ist eben diese Lösung, dass jeder Franken Erwerbseinkommen ab dem ersten Franken das Grundeinkommen eins zu eins ersetzt, dann ist natürlich die Sache sehr günstig, das einzige Problem ist, ob Sie, ja, das einzige Problem ist, ob Sie gar nichts arbeiten oder ob Sie arbeiten und 2.500 Franken Erwerbseinkommen verdienen, spielt keine Rolle, Sie haben am Schluss immer 2.500 Franken Einkommen. Das wird für Hochqualifizierte keine drastischen Auswirkungen haben, völlig klar, weil mit 2.500 Franken lebt es sich nicht allzu bequem, ja. Das wird aber drastische Auswirkungen haben für Mütter, stellen Sie sich Teilzeiterwerbstätigkeit bei Müttern vor, die wird komplett unattraktiv, sie ist schon heute unattraktiv, weil die Kinderbetreuungskosten relativ hoch sind, sie wird so komplett eliminiert werden, das ist die erste Gruppe, also wenn Sie die Mütter zu Hause wieder zurück an den Herd schicken wollen, müssen Sie unbedingt für das Grundeinkommen stimmen. So, jetzt ist Ihre Redezeit vorbei. Ich bin fertig bald. Ich mache nachher eine Minute. Ein Abschlusssatz. Ich mache nachher eine Minute, ich werde 10 Minuten nicht überschreiten, das habe ich Ihnen versprochen. Die andere Gruppe, das sind die, ja, es kommt, halte ich besser. Nein. Wenn Sie weniger klatschen, können wir die Zeit wieder einsparen. Ich werde hier nicht weggehen. Also ich glaube, ich muss es beenden, ich kann, ich übergebe das Wort pro Seite. Theo Wehner, es ist an Ihnen. Soll ich mich für das Wort bedanken, wenn es jemandem entzogen wird? Ich bin da, um wer arbeitet dann noch? Ich frage mich, wer bleibt dann noch, wenn doch schon alles geklärt ist. Der Enno Schmid hat es vor einem Tag dargestellt. Herr Eichenberger weiß, dass es nicht finanzierbar ist. Das haben Sie jetzt noch mal gehört. Also ich frage mich, wer bleibt eigentlich noch? Schätzungsweise wollen Sie gar nicht zwischen Pro und Contra unterscheiden, sondern ein Stück weiter gehen. Mein Pro richtet sich an ein Pro für eine Tätigkeitsgesellschaft. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist wohl eine der möglichen Denkangebote, gerade für die Arbeitswissenschaften, diesem Gedanken der Tätigkeitsgesellschaft näher zu kommen. Das Contra ziehe ich aus der Arbeitsgesellschaft. Und ich mache also einen Unterschied zwischen der Tätigkeit und der Arbeit, also den Jobs. Wo kommt das her? Sie hören immer wieder, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das ist für die Sozialanthropologie auch das beste Menschenbild. Ich komme aus der kulturhistorischen Schule. Das war vor der Oktoberrevolution schon eine Theorie. Es war sie auch im Stalinismus und hat überlebt. Und sie ist es auch heute noch. Sie ist der humanistische Sozialismus. Und dort gehen wir davon aus, der Mensch ist ein tätiges Wesen. Kaspar Hauser war tätig, bevor er in Nürnberg auf dem Marktplatz ankam. Und es ist nicht gelungen, ihn zu sozialisieren. Er ist in der Integration, in das Sozialleben, wie immer die Legende auch geht, zumindest durch Selbsttötung, ausgestiegen. Wichtig ist aber eben, dass er tatsächlich vorher tätig war. Und deshalb ist diese Frage für mich, wer arbeitet dann noch? Eine des Menschenbildes, die ich auch nicht nur aus Empathie für die Arbeit oder so wie vorher aufgezählt wurde, wer da alle arbeitet, die Hochschullehrer wie die Esel und die anderen auch, sondern es gehört zu unserem Menschsein in hohem Maße. Und das haben wir natürlich auch versucht, gemeinsam mit den Gewerkschaften, gemeinsam mit einer arbeitnehmerorientierten Sozialdemokratie, etwa durch Programme der Humanisierung des Arbeitslebens zu realisieren, Gestaltungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die diesem Ziel näher kommen. Und daraus speist sich ein Teil meiner Resignation oder meines Kontras an diese Arbeitsgesellschaft. Wir haben aus einer Fremdbestimmung eine Selbstausbeutung werden lassen, obwohl wir bessere Kriterien zur Beurteilung von Arbeit und auch zur Gestaltung von Arbeit haben. Das heißt, es braucht wohl einen radikaleren Systemwechsel, um das, was wir aus der Erwerbsarbeitswissenschaft wissen, für eine Tätigkeitsgesellschaft zu transferieren. Und das könnte diese Basis sein, dass tatsächlich ein Grundeinkommen das ermöglicht. Dann ist es aber eben auch nicht so, im Film haben Sie es vielleicht gehört, dass davon geredet wurde, dass wenn wir dann das Grundeinkommen haben, dass ein altruistischer Instinkt greift. Ich denke, wir müssen nicht zurück auf die Instinktebene. Wir können auf der Ebene des Individuums, des Humanums bleiben, denn wir sind tätige Wesen, die auch durch Anreize zwar in eine gewisse Weise motiviert werden können, aber durch Selbstbestimmung, und das sind die Basic Needs, die wir kennen, die der Autonomie, des sozialen Zusammenseins und der Kompetenz gespeist werden. Von daher ist diese Frage, wer arbeitet noch, eine rhetorische Frage, und sie ist gerichtet an Ihr Menschenbild, nicht an das, warum Sie heute arbeiten, denn das tun Sie sicher auch noch aus ganz anderen Gründen. sehr wohl kann man arbeiten gehen aus einer protestantischen Grundhaltung heraus, das war Max Weber, aber er ist damals schon hart kritisiert worden, es gab genügend, Henrik Grossmann etwa, der damals schon gesagt hatte, aus Zwang wird innerhalb des kapitalistischen Systems sehr wohl gearbeitet, auch wenn das keine Zwangsarbeit ist. Also das Grundeinkommen ermöglicht eine Tätigkeitsgesellschaft, in der wir tätig sind, eventuell in Bereichen der Erwerbsarbeit, sehr sicher auch in ganz vielen anderen Bereichen, die heute unbezahlte Arbeit sind, ich habe die letzten 15 Jahre mich nur mit freigemeinnütziger Tätigkeit beschäftigt, um zu sehen, welche Motive dort wirken, das war ja schon immer an Paid Work, und es gibt einen Riesenkatalog an Arbeiten, der nicht nur nicht bezahlt wird, sondern der überhaupt nicht bearbeitet wird. Und vielleicht drücken... Herr Wiener, Sie haben noch eine Minute. Ich schenke sie Ihnen. Schönen Dank. Dankeschön. Wir kommen zur dritten Frage. kommen dann mehr Ausländerinnen in die Schweiz. Auf der Pro-Seite würde ich Professor Sascha Liebermann, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Fachbereich Bildungswissenschaft. Ich bitte Sie aufs Podium. Und auf der Contra-Seite darf ich Lukas Rühli nochmal, der Projektleiter von Avenir Swiss, nochmal bitten. Ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank. Warum wandern Menschen und suchen eine neue Heimat? Dafür kann man drei wesentliche Gründe erkennen. Das eine ist, sie suchen nach Möglichkeiten ohne Not. Der zweite ist, sie suchen nach Möglichkeiten aus Not, weil sie vor Krieg flüchten müssen. Oder sie suchen nach Möglichkeiten aus Not, weil sie in Armut leben. Diese Phänomene kennen wir heute schon. Und alle Staaten, die nichts anderes sind als Gemeinwesen, müssen darauf eine Antwort finden, wie sie mit dem Bestreben umgehen. Dafür gibt es Regelungen im Aufenthaltsstatus, ganz verschiedene in den Ländern, verschieden gehandhabt. Aber ein Problem, das es heute schon gibt. Was würde das Grundeinkommen daran ändern? Mir scheint hier eine kurze Antwort auszureichen. Wenn heute schon diese Länder, zum Beispiel in Europa, attraktiv sind für Menschen aus Regionen mit weniger Wohlstand, dann würde das Grundeinkommen hier keine bedeutsame Veränderung mit sich bringen. Denn die Frage, ob jemand einen Aufenthaltsstatus erhält, der ihn dann zum Grundeinkommen berechtigt, die bleibt in Zukunft, so wie sie ja heute auch beantwortet werden muss. Und daran ändert das Grundeinkommen gar nichts. Vielen Dank. Dankeschön. Lukas Rühli, ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, ich möchte, ich werde mir jetzt viel Feinde schaffen, aber meine erste Minute für die Beendigung des letzten Statements verwenden und meine zweite und dritte Minute für diese Frage und dann habe ich nämlich nicht überzogen. Die andere Gruppe, die aus dem Erwerbsleben wahrscheinlich ja nicht komplett, aber teilweise ausscheiden wird, sind natürlich die ganz niedrig Qualifizierten. Und zwar die, die nur schon vielleicht mit 15 oder 20 sehen, dass sie jetzt wahrscheinlich halt nicht das riesige Potenzial für ein großes Einkommen haben werden. Wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie als 18-Jähriger 2.500 pro Monat steuerfrei bar auf die Hand kriegen, ja, dann wird sich das ein Jugendlicher schon sehr gut überlegen, wenn er sich das überhaupt noch überlegt, ja, ob er sich anstrengen will, um eine einigermassen vernünftige Bildung abzulegen, ob er noch einen 100-Prozent-Job haben will, damit er irgendwie 4.000, 4.500 Franken verdient, die er dann auch noch versteuern muss, oder ob er 2.500 Franken steuerfrei einstreicht, sich vielleicht gut organisiert, mit ein paar Zimmergenossen, Viererwege gründet, die haben 10.000 pro Monat zur Verfügung. Ich glaube, damit lässt sich einigermassen komfortabel leben, wenn man noch nichts Größeres gewohnt ist. Und das ist eben genau diese Gefahr des Grundeinkommens, dass es erst in diese zwei Klassengesellschaft führen wird, durch die es sich ja eigentlich begründet zieht. Also auf der einen Seite die Klasse der nicht gut gebildeten Leute, die dann nicht mehr arbeiten, auf der anderen Seite die Klasse der gut Ausgebildeten, die erstmal weiter in der Arbeit aber die dann natürlich, wenn das Grundeinkommen durch die Nichtarbeitenden immer teurer wird, auch irgendwann mal sagen werden, ja, aber sorry, für was sollen wir so viel arbeiten und einen so großen Teil unseres Verdienstes eigentlich für die Nichtarbeitenden abgeben. Die werden wahrscheinlich trotzdem nicht aufhören zu arbeiten, aber sie werden einfach ausziehen. Sie werden in ein anderes Land ziehen. Und damit sind wir beim Thema Migration schon. Beim Thema Migration habe ich nicht wahnsinnig viel zu sagen, da stimme ich meinem Pro-Redner zu großen Teilen bei. Selbstverständlich wird zwar die Schweiz viel attraktiver für Einwanderer. Also ich habe einen Kollegen, der hat in Bolivien, also einen Schweizer Kollegen, ein kleines Touristenbüro aufgemacht. Ich habe den gefragt, ja, wie viel verdient ihr dort zum Durchschnitt? Das sind 500 bis 1.000 Franken pro Monat, ja. Und das hat ja seinen Bolivianern erzählt, was die Schweizer vorhaben. Und wenn die hören, dann kriegt jeder 2.500 Franken, ohne etwas dafür zu machen. Die haben das für komplett jährsinnig. Also das sind einfach die Relationen. Aber de facto, mein Vorredner hat völlig recht, wird sich nicht viel verändern, weil all diese Drittländer, die sind ohnehin schon stark kontingentiert. Da kann man gar nicht einfach so in die Schweiz einreisen. Insofern spielt das gar keine Rolle, wie groß die Nachfrage ist. Das Problem haben wir natürlich einzig mit der EU. Zumindest im Moment haben wir noch die Personenfreizügigkeit und die wollen wir irgendwie auch bewahren. Ja, und Grundeinkommen und Personenfreizügigkeit, das geht nicht zusammen. Das hat sogar Oswald Sigg Mitinitiant dieser Initiative vor einigen Tagen in der Zeitung zugegeben. Er hat gesagt, Grundeinkommen und Migration, das geht nicht. Das Grundeinkommen, wenn es einseitig von der Schweiz eingeführt wird, wird so nicht funktionieren, wegen der Migrationsproblematik. Vielen Dank. Dankeschön. Und somit sind wir bei der vierten Frage. Werden damit alle Sozialleistungen gestrichen? Ich bitte auf der Pro-Seite Silvia Schenker, die SP-Nationalrätin. Und auf der Kontra-Seite Luca Urgese, Parteipräsident der Basler FDP. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir wechseln wieder. Die Kontra-Seite fängt an. Besten Dank. Die Antwort vorweg, auf lange Sicht ja. Ich möchte hier in der gebotenen Kürze zwei Umsetzungsvarianten anschneiden, um mich der Frage zu nähern. Variante eins entspricht der Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens in seiner reinen Form. Wir zahlen jedem das bedingungslose Grundeinkommen und streichen im Gegenzug sämtliche Sozialleistungen. In einem kürzlich in der Basler Zeitung erschien ein Interview für Wies-Mit-Initiant Daniel Haini auf Hannah Arendt. Von dieser habe er gelernt, dass es entscheidend sei, die Menschen zur Selbstverantwortung zu erziehen. Nehmen wir das beim Wort, bedeutet das, wir geben den Menschen die Mittel in die Hand, um für sich selbst zu sorgen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Wir geben den Menschen also so viele finanzielle Mittel, dass sie auch vorsorgen können, sich privat versichern können für all dies, wofür der Staat heute Zwangsversicherungen vorsieht, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Invalidität und so weiter. Man müsste dann aber auch konsequent sein, wer Selbstverantwortung ernsthaft trägt, diese aber nur ungenügend wahrnimmt, beispielsweise indem eine bestimmte Versicherung nicht abschließt, muss die entsprechenden Konsequenzen tragen. Und die Gesellschaft müsste bereit sein, diese Konsequenzen zu ertragen. Sie und ich wissen, dass dies nicht der Fall sein wird. Niemand will die sprichwörtlichen Toten auf der Straße sehen. Wir landen also bei Variante 2, der Variante, die von den Initianten propagiert wird. Wir zahlen jedem nicht nur das bedingungslose Grundeinkommen, sondern wir zahlen denjenigen, welche vorher vom Staat mehr Leistungen bezogen haben, die über dem Schwellenwert liegenden Leistungen auch weiterhin. Gewissermaßen der Batzen und das Weckle, was nicht untypisch ist für Utopien. Man leuchtet das Positive hell aus, nämlich, dass jeder bedingungslos Geld bekommen soll und lässt das Negative weg, beziehungsweise verspricht gleichzeitig auch die Segnungen des heutigen Systems zu belassen. Argumentativ ist das verständlich, wenn Sie bedenken, dass beispielsweise fast 370.000 Menschen Ergänzungsleistungen brauchen, welche höher sind als das Grundeinkommen von 2.500 Franken. Offensichtlich hat die Utopisten hier wohl der politische Realismus gepackt. Intellektuell aber halte ich es für unredlich, weil das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens nicht konsequent zu Ende geführt und den Menschen nicht tatsächlich Selbstverantwortung übergeben wird. Sozialversicherungen basieren auf der Solidarität der Mitmenschen. Wer es zu leisten vermag, zahlt über verschiedene Kanäle in den großen Topf ein, aus dem diejenigen unterstützt werden, welche sonst aus unverschuldeten Gründen in ernsthafte Existenzprobleme geraten würden. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn Sie es als solidarisch bezeichnen, wenn ich mich in die Hängematte legen kann und Sie das mitfinanzieren müssen, dann ist es zwar unheimlich nett von Ihnen, aber dann sollten Sie vielleicht Ihre Definition von Solidarität kritisch hinterfragen. Die Initianten argumentieren gerne mit einer schönen repräsentativen Umfrage, wonach nur 2% angeben, Sie würden bestimmt aufhören zu arbeiten. Nehmen Sie auch diejenigen dazu, die sich das unter Umständen vorstellen können, sind es schon nur 10%. Finde ich persönlich schon relativ viel. Und dann müssen Sie vielleicht auch die richtige Frage stellen. Nämlich würden Sie aufhören zu arbeiten, wenn es Ihr Nachbar tut und Sie ihm mit Ihrem Einkommen aus Zwangssolidarität ein Grundeinkommen finanzieren müssten. Mal sehen, welche Werte Sie dann bekommen. Es wäre der Anfang vom Ende der Solidarität. Denn ich bin bereit, dem zu helfen, der Hilfe benötigt, aber nicht dem, der meine Solidarität missbraucht. Dankeschön. Ich übergebe das Wort Silvia Schenke. Herzlichen Dank für das Wort und auch danke für diesen Anlass. Ich finde das sehr spannend, dass wir hier zusammen diskutieren können. Wer mich kennt, der weiß, dass ich niemals handgeboten hätte, das bedingungslose Grundeinkommen zu unterstützen, wenn damit die Absicht verbunden wäre, die bisherigen Sozialleistungen alle komplett zu streichen. Niemals hätte ich als Sozialpolitikerin, die ich seit vielen Jahren mit Vehemenz alle Sozialversicherungen verteidige, allen Abbau zu verhindern versuche, hätte ich dafür Hand geboten. Wenn Sie den Initianten und Initiantinnen zugehört haben, vorhin auch Enno Schmidt, dann ist das klar, nicht die Absicht der Initiative, sämtliche Sozialleistungen zu streichen. Die Initianten haben nicht klare Vorstellungen entwickelt, wie das aussehen könnte. Ich aber habe klare Vorstellungen. Ich stelle mir vor, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusätzlich noch so ein System, wie die Ergänzungsleistungen bestehen müsste, wie das heute schon der Fall ist. Es wird oft als Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen wird die AHV beigezogen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Dort gibt es eine AHV-Rente, die ist auch heute schon in dem Sinn bedingungslos. Das heißt, die Leute bekommen die AHV-Rente, weil sie Beiträge einbezahlt haben, aber sie bekommen sie bedingungslos. Und wer nicht genug zum Leben hat, wem das nicht reicht, der hat das Recht, Ergänzungsleistungen zu beantragen. Ein solches System würde ich mir für die Zukunft vorstellen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Bleibt die Frage, die auch immer wieder, vor allem in der Linken, diskutiert wird, wäre es mit dem heutigen Parlament, wie es heute ist, möglich, ein solches System zu etablieren oder würde nicht, so wie die politischen Mehrheitsverhältnisse sein, die Gefahr drohen, dass ein Abbau stattfinden würde. Da kann ich Ihnen nur sagen, im Parlament sind alle Sozialversicherungen immer unter Druck. Wir haben in der entsprechenden Kommission, in der ich tätig bin, jetzt die Rentenreform, die wir behandeln, auch dort besteht massiver Druck auf die Renten. Das ist so, das wird auch in Zukunft so sein. Es wird aber auch in Zukunft so sein, dass letztendlich die Stimmbevölkerung darüber entscheidet, wie hoch die Sozialleistungen sind. Es sind Gesetze, die das definieren, Gesetze, die von der Bevölkerung und Verfassungsbestimmungen, die von der Bevölkerung angenommen werden müssen. Das heißt, es liegt an uns allen zu entscheiden, wie das in Zukunft aussehen kann. Und ich werde, solange ich handeln und denken kann, werde ich mich dafür einsetzen, dass die Sozialleistungen erhalten bleiben, mit oder ohne Grundeinkommen. Dankeschön. Ja und wir machen wieder eine 15 Minuten Pause und um 20 Uhr werden wir uns hier wieder treffen für den nächsten Programmpunkt. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Ja, mittlerweile ist hier das Theater Basel richtig voll geworden und jetzt nach zwei Stunden Programm ist die Pause auch richtig nötig. Ihr, die jetzt den Livestream guckt, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, ihr habt jetzt sicherlich viel erlebt beim Zuschauen und die Emotionen beginnen jetzt aufzukochen. Und wir bitten euch, das zu kommentieren. Schreibt in den Live-Chat, twittert, Hashtag lange Nacht, Hashtag Grundeinkommen. Dann wissen wir, was ihr denkt, was eure Fragen sind und können darauf reagieren. Das ist nämlich sehr interessant. Ja, jetzt geht es weiter mit vielleicht mal ein Gast befragen. Dürfte ich Sie fragen? Nein. Nein? Dann gucken wir mal hier. Darf ich eine Frage stellen? Warum bist du gekommen heute zur langen Nacht des Grundeinkommens? Warum ich gekommen bin? Ja, weil es mich interessiert, was dort die Möglichkeiten waren, für das Grundeinkommen und weil ich das eh absolut gute Sache finde. Und als du das erste Mal vom Grundeinkommen gehört hast, was hat dich daran berührt an der Idee? Ja, die Idee, die Existenz zu sichern vom Menschen und weil es einfach nur menschlich ist. Genau. Und Wann hast du davon gehört? Jetzt erst durch die Abstimmung oder schon vorher? Durch die Abstimmung. Ja. Gut. Und kannst du dich vielleicht noch kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was bist du für ein Mensch? Ich bin der Manuel Milureta und ich überlege mir, Schauspielschule zu machen und ja, genau. Aha, also das ist natürlich jetzt ein interessanter Bezug. Schauspielschule, das heißt, als Schauspieler, da bist du natürlich angewiesen auf ein Einkommen, damit du arbeiten kannst. Ja, absolut. Von dem her war es umso genialer, bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Gut. Dann sehe ich jetzt den nächsten Interviewpartner. Das ist der Lukas Rühli. Darf ich dich vor die Kamera bitten? Hochdeutsch. Ja, immer noch hochdeutsch. Die Zuschauer kommen aus Deutschland, aus Österreich, auch aus der Schweiz. Lukas Rühli, ich weiß jetzt nicht mehr, sind wir beim Sie oder beim Du? Ich weiß es auch nicht mehr, aber wir hatten schon mal das Vergnügen. Machen wir du. Gut. Lukas, wenn man auf der Bühne war, egal wie gut man sich vorbereitet hat und egal wie gut man war, danach kommt immer der Gedanke, hätte ich doch mal das gesagt. Hattest du das jetzt auch? Nein, das hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe eigentlich letztlich schon alles gesagt, was ich wollte, mit dem kleinen Intermezzo halt, dass ich dann gewisses noch in den nächsten Take rüberschieben musste. Also es gäbe natürlich noch vieles dazu zu sagen, aber ich wusste ja, ich habe diese zwei Fragen und die habe ich auch beantwortet. Und wie war in dem Moment, als du auf der Bühne gestanden bist, so das Gefühl vom Publikum? Also ich meine, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass natürlich 80 bis 90 Prozent der Zuschauer hier wahrscheinlich dem Grundeinkommen tendenziell, wenn nicht sogar ganz entschieden, wohlgesonnen sind, sonst würden sie nicht kommen, oder? Also insofern weiss man von Anfang an, dass man da einer gegnerischen Menge gegenübersteht. Insofern war das Publikum eigentlich, glaube ich, einigermassen fair. Bis auf dieses von der Bühne runter applaudieren, wo ich eigentlich nur noch diese letzten 30 Sekunden durchziehen wollte. Ja, war es sonst okay. Kannst du noch mal erzählen, vielleicht kommen wir einen Schritt weiter ins Licht hier. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, also ich positioniere mich jetzt öffentlich als Grundeinkommensgegner und lasse mich auch einladen von einem Theater? Ja, weil ich einfach persönlich wirklich davon überzeugt bin, dass es keine gute Idee ist. Und das ist mir wichtig, das zu betonen, weil das habe ich ja zu Beginn auch dieses Podiums gesagt. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich fände das eigentlich schon sehr interessant und das wäre unglaublich modern, aber ich sehe ja ein, die Finanzierung, das funktioniert wahrscheinlich nicht oder die Zeit ist noch nicht reif. Und das ärgert mich dann nur schon, wenn ein Mensch das sagt, weil für mich ist es grundsätzlich eine falsche, eine irrsinnige, im wortwörtlichsten Sinn, Idee. Weil mit dem Grundeinkommen gibt der Staat eigentlich den Versuch auf, zwischen leistungsunfähigen und leistungsunwilligen Personen zu unterscheiden. Und ich finde, ein moderner Sozialstaat muss genau das Gegenteil machen. Er muss möglichst gut versuchen, diese Leute zu unterscheiden. Er muss absolut solidarisch sein zu den Leuten, die ihre Leistung nicht bringen können. Das ist der Staat heute einigermassen. Natürlich mit gewissen Reibungsverlusten, mit Problemen und so weiter. Das lässt sich optimieren. Ich frage einmal dazwischen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie die Menschen jetzt beim Livestream zu Hause sitzen und dir zuhören. Und da werden jetzt viele denken, kann der bitte aufhören zu reden, weil ich probiere alles, was ich nur kann und komme da nicht durch. Also es trifft einfach nicht auf mich zu. Ich versuche, eine Arbeit zu finden. Es ist einfach sehr schwer. Ich bin krank und ich werde geprüft. Das ist sehr unangenehm. Also verstehst du jetzt mal so, was sagst du auf die Betroffenheit der Menschen hin? Also du meinst jetzt auf die Betroffenheit der paar Menschen, die wirklich verzweifelt Arbeit suchen, aber nicht finden, aber arbeitsfähig werden? Ja, genau. Die sich jetzt von deiner Rede betroffen fühlen könnten. Ja, aber das sind ja, wie du es jetzt angesprochen hast, das sind ja nur die paar wenigen, die wirklich Arbeit suchen, verzweifelt, keine finden und erstens glaubst du, die sind dann so viel glücklicher, wenn sie das mit dem Grundeinkommen abgeschoben werden. Sie kriegen zweieinhalbtausend Franken und man sagt ihnen eigentlich, hey, wir müssen nicht mehr für die richtigen Voraussetzungen arbeiten, dass jeder eine vernünftige Arbeit hat, sondern du hast ja das Grundeinkommen, ist doch völlig egal. Leg dich zurück, oder? Das ist so der eine Punkt, und das finde ich nicht so toll, ja. Also du bist ja politisch sattelfest und ich habe die Frage, in der Schweiz, das ist ja offiziell, ich glaube, das ist veröffentlicht, SRF hat das veröffentlicht mal vor einem Jahr, dass 500.000 Schweizer Sozialhilfe berechtigt wären, das aber nicht beziehen, einfach aus dem Grund, weil sie sich schämen oder weil es einfach etwas sehr Unangenehmes ist. Was sagst du dazu? Also ich sage diesen Kommentar jetzt zu dem, das sind ja sehr wenige, das scheinen mir doch sehr viele. Das scheinen mir auch sehr viele, wenn die Zahl stimmt. Wo hast du die Zahl? SRF, Umfrage. Umfrage? Wie soll das? Eine Umfrage ermittelt werden? Also ich gehe noch mal auf den Punkt zurück. Du sagst, es gibt wenige Menschen, die das betrifft. und ich sage, ich glaube, das sind gar nicht so wenige, das sind, glaube ich, sehr viele Menschen. Ist es für diese Menschen nicht eine, diese vielen Menschen nicht eine riesige Chance mit dem Grundeinkommen? Also 500.000 Menschen, das sind etwa sechs bis sieben Prozent der Schweiz. Das ist natürlich absolut gesehen eine große Zahl, wenn sie denn stimmt. Ganz offen gesagt, ich bezweifle sie ein bisschen, weil 500.000 sind viel, viel mehr als überhaupt jetzt schon Sozialhilfe beziehen. Ich kann mir das kaum vorstellen, weil Sozialhilfe kriegst du nur als Single irgendwie bis zweieinhalbtausend Franken, als Familie dann deutlich mehr. Diesen Menschen würde das sicher etwas helfen, das ist völlig klar. Aber die Frage ist, ob das ganze System so auf den Kopf zu stellen, ob sich das rechtfertigt, durch das man das Leben dieser sechs, sieben Prozent Menschen einfacher macht. Ja, vielen Dank, Lukas Rühli. Und bleibst du jetzt noch und hörst dir das an oder gehst du gleich auf den Zug und denkst, ich habe was anderes zu tun? Weil ich weiß langsam die Pro- und die Kontra-Argumente und es macht mich manchmal auch ein bisschen wütend, allzu viele Pro-Argumente zu hören. Jetzt eine letzte Frage fällt mir noch ein. Was sagst du zu der Abstimmungskampagne der Initiative? Ja, die ist zweifellos sehr gelungen. Das muss ich euch zugestehen. Also ihr seid immer gut in den Medien mit euren Aktionen, die natürlich auch international für Aufsehen sorgen. Das ganze Thema ist natürlich etwas, das nicht nur die Schweiz beschäftigt. Und es schauen natürlich alle sehr interessiert, dass jetzt die Schweiz über so etwas abstimmen kann. die Schlagzeilen werden wahrscheinlich etwas kleiner sein, wenn dann rauskommt, dass nur 20 Prozent oder noch weniger Ja gesagt haben. Aber bei der Kampagne kann man euch, glaube ich, wenig Vorwürfe machen. Gut, das heißt, wir könnten, wenn wir jemanden brauchen, der kritisch ist im Kampagnenteam, könnten wir dich fragen, ob du zu uns stößt. Inwiefern wäre das für euch von Nutzen? Nein, das ist ein Scherz. Also danke, Lukas und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Runde im Boxkampf. Ja, gibt ja nicht mehr so viele. Ja, jetzt schauen wir mal Herr Eichenberger. Wollen Sie noch mal? Oder was? Ich nicht, nein. Sie wollen noch mal. Nein, nein. Sie haben gesagt, nein. Dann werden wir noch mal einen Gast interviewen. Darf ich vielleicht einmal kurz fragen, warum du heute gekommen bist? Ja, erstens, weil ich mir noch nicht sicher bin, was ich genau stimmen werde und mich noch einige Fragen beschäftigen. Unter anderem eben die Finanzierbarkeit und bezüglich den Sozialleistungen. Das ist so der Grund, wieso ich heute gekommen bin. Und hast du dann jetzt während der Veranstaltung schon Antworten auf deine Fragen gefunden? Ja, nicht direkt. Ich bin inmitten der Vorträge hierher gekommen. In dem Sinne habe ich noch nicht konkrete Antworten darauf gefunden. Welchen Eindruck hast du von der Veranstaltung? Bist du oft im Theater Basel? Bist du oft bei politischen Podien? Ja, ich bin relativ oft an politischen Podien, da ich auch politisch tätig bin, aber jetzt nicht oft im Theater Basel konkret. Ich finde das Ambiente sehr angenehm und vor allem auch den Aufbau hier vorne in Form eines Boxrings. Vielen Dank. Dann geht es weiter. Herr Wojese. Herr Wojese. Wojese. Ja, darf ich Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen für das Publikum, was auch dabei ist, aber gerade im Livestream ist und zuschaut. Mein Name ist Luca Wojese. Ich bin Präsident der Basler FDP. Und als Präsident der Basler FDP, wir haben Sie gerade hier neben dem Boxring gehört, ist es da Parteiprogramm, dass man gegen das bedingungslose Grundeinkommen sprechen muss? Bei uns geht es ganz demokratisch zu und her. Das entscheidet letztendlich die Basis, ob wir dafür oder dagegen sind. Aber die Parole auf nationaler Ebene ist sehr klar gefasst worden gegen die Initiative. Ja, und was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen, Grundeinkommen gesorgt wäre? Haben Sie vielleicht in einem stillen Moment zu Hause beim Zähneputzen oder so sich mal die Frage gestellt? Selbstverständlich. Man macht sich so die Gedanken im Zusammenhang mit dieser Initiative. In einem ersten Moment, mir gefällt mein Job sehr gut, würde ich wahrscheinlich dort bleiben, wo ich bin. Die entscheidende Frage ist, was tue ich langfristig, wenn ich feststellen muss, dass es viele Leute gibt, die sich dann auf die faule Haut legen und ich das mitfinanzieren muss. Wir haben ja die Umfragen gesehen der Initianten, das sind bereits bis zu 10 Prozent und ich nehme an, die Zahl wird dann relativ schnell wachsen. Was haben Sie für einen Eindruck von dieser Veranstaltung hier? Sind Sie oft bei Podien? Schon von Amtes wegen kommt es ab und zu vor, dass ich zu Podien eingeladen werde auf dem Podium. Zwischendurch bin ich auch gerne Gast, wenn es sich um ein spannendes Thema handelt und das hier ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Utopien diskutieren, die das aktuelle System herausfordern, ist immer spannend, aber am Schluss muss man dann doch zur Realität zurückkehren, sich überlegen, funktioniert das dann auch wirklich in der Realität und ich bin überzeugt, dass das hier nicht der Fall ist. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten jetzt einmal auf die andere Seite gemusst, auf die Pro-Seite, also wir wechseln jetzt mal nach der Aufführung die Seite, welche Pro-Argumente hätten Sie dann gebracht? Gibt es welche, bei denen Sie finden, ja, das ist wirklich gut daran? Ja, was dafür sprechen könnte, ist, ich durfte mich mit dem Thema Sozialversicherung befassen, dass wir die Gelegenheit haben, dieses System grundsätzlich zu überdenken, weil wir haben heute so viele Versicherungen, das ist so komplex, wenn wir da die Gelegenheit durch die Initiative erhalten würden, das möglichst zu vereinfachen und dadurch auch effizienter zu werden, das wäre sicher eine positive Komponente. Gut, dann vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Jetzt hat es geklingelt hier, der Gong. Es geht weiter mit der langen Nacht des Grundeinkommens, noch bis 24 Uhr hier im Theater in Basel. Sozial ist, wer Arbeit abschafft. Es gibt so viel Arbeit, wie es Menschen gibt. Arbeit lässt sich nicht gerecht verteilen, ungerecht aber ist es, Menschen an ihrer Arbeit zu hindern. Das geschieht, wenn wir die Arbeit als Wertsache ansehen und mit ihr als Währung handeln. Arbeit ist nicht der Wert, sondern das, was Werte schafft. Die große Tragik der Erwerbsarbeitsfixierung, liegt in der Verknüpfung von Arbeit und Einkommen. Das Grundeinkommen löst diese Verknüpfung im Bereich der Existenzsicherung auf und verflüssigt den verfestigten Arbeitsbegriff. Warum soll Arbeit gerecht verteilt werden? Warum soll die Arbeitszeit verkürzt werden? Ist Arbeit etwa ein knappes Gut? Muss sie besser verteilt werden? Wenn man von der Arbeit abhängig ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, lautet die Antwort ja. Arbeitslos nennen wir diejenigen, die Arbeit suchen, weil sie ein Einkommen brauchen, um überleben zu können. Sie bitten um Arbeit. Und wenn Ihnen jemand Arbeit gibt, nennen Sie ihn Arbeitgeber. Soweit ist es gekommen, dass diejenigen, die arbeiten, die Arbeitnehmer sind. Dann heißt es, vielen Dank, dass ich für Sie arbeiten darf. Oder im Laden, vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft haben. Man bedankt sich bei jemandem, der einem etwas gibt oder etwas für einen tut, aber man sagt auch nicht, vielen Dank, dass ich für Sie einen Kuchen backen durfte, den Sie jetzt mitnehmen. Wenn wir einen Kuchen kaufen, sollten wir sagen, vielen Dank für den Kuchen. Vielen Dank, dass Sie ihn für mich gebacken haben. Und vielen Dank all jenen, die dazu beigetragen haben, dass Sie für mich einen Kuchen backen konnten. Dank dem Mehllieferanten, dem Müller, dem Landwirt, dank der ganzen Welt. Wir leben in einer verkehrten Welt, in der die, die etwas nehmen, Dank einfordern und die, die etwas geben, sich bedanken. Der Grund dafür, wir haben aus der Arbeit ein beschränktes Gut gemacht. Der Arbeitsbegriff steht auf dem Kopf, der Kopf ist am Boden, die Beine hängen in der Luft. Resultat, wir leiden im Überfluss. Die Gedanken werden mit Füßen getreten. Wir produzieren kopflos am Bedarf vorbei. Wer Menschen beobachtet, die ihren Müll auf öffentlichen Plätzen einfach fallen lassen, anstatt ihn zu entsorgen, der bekommt auf Nachfrage oft zu hören, dass sich die Täter als Wohltäter empfinden. Schließlich würden sie ja Arbeitsplätze sichern. Recht haben sie, die Übeltäter. Nur ist es so, dass es nicht sozial, sondern asozial ist, Arbeit zu sichern. Es sorgt dafür, dass sich andere mit unserem Müll beschäftigen müssen. Sozial ist nicht, wer Arbeit schafft. Sozial ist, wer sie abschafft. Sozial ist nicht, wer anderen seinen Müll hinterlässt, sondern wer ihn entsorgt und damit anderen entspart, sich darum kümmern zu müssen. Das gilt nicht nur für den Müll. Ja, verehrtes Publikum, wir kommen schon in die dritte Stunde. Jetzt geht es los mit den Streitgesprächen. Die werden moderiert von Daniel Binswang und ich übergebe ihm jetzt auch das Wort und begrüße das Podium für das Streitgespräch Arbeit. Applaus Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum dritten Akt. Wir haben ein sehr prestigiesprächiges Panel. Die, darf ich sagen, altgediente Basler Ständerätin Anita Vetz, die ich hier niemanden werde vorstellen müssen. Und zu meiner Rechten Rudolf Mensch, Chefökonom von Economy Suisse, dem wichtigsten Schweizer Wirtschaftsverband und auch einer der wenigen Orte in der Schweiz, wo außer Universität einiges an Brainpower aggregiert ist. Ja, dann werden wir noch Zwischenrufe haben, also Störfaktoren. Auf der Pro-Seite ist das Sarah Schilliger, Oberassistentin an der Universität Basel am Lehrstuhl für soziale Ungleichheit. Und auf der Kontra-Seite, sehr interessant, ein Gewerkschaftsvertreter, Matthias Scheurer, Regionalsekretär des VPOD Basel. Wie Sie alle wissen, ist der VPOD die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes des Servicepublik. Nun, es wurde schon etwas gesprochen, natürlich schon sehr viel gesprochen bei den kontrovers diskutierten Fragen über Themen, die wir auch berühren werden. Frau Vetz, ich finde es nicht absolut intuitiv, dass Sie hier auf diesem Podium stehen heute. Sie haben einen soliden Ruf als Realo-Vertreterin der Sozialdemokratie, engagieren sich nun dennoch für dieses Projekt. Ich gehe davon aus, dass das zu tun hat mit Ihrer Analyse der Situation des heutigen Arbeitsmarktes und wohl auch Ihrer Analyse der Entwicklung des Arbeitsmarktes. Weshalb glauben Sie, dass ein Grundeinkommen die beste Form der Absicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein wird? Ja, guten Abend miteinander. Also als Realpolitikerin sind mir natürlich zuerst sämtliche Argumente dagegen eingefallen. Dann habe ich mir gesagt, hopp, halt, Anita, du musst da noch etwas genauer darüber nachdenken, insbesondere, das ist weniger bekannt, was mein Beruf ist. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Personalentwicklung, in Firmen und sehe dort, wie die Dichte, der Stress, auch die Müdigkeit und so weiter zunimmt. Aber das hätte mich noch nicht, das hätte mich noch nicht zu einem Jahr animiert, sondern es ist tatsächlich, meine oder viele sehen das ja so, Analyse, wie wird das in 10, 20 Jahren weitergehen mit unserer technologischen Revolution, die ja im Unterschied zur industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts ein Tempo hat, das nicht nur eine, das hat, das ist in einer Generation, muss man in einer Arbeitsgeneration, muss man mehrere Berufe lernen. Und das wird immer mehr zunehmen, dieses Tempo, und es wird sehr viel Arbeit verloren gehen, durch die Digitalisierung, durch die 3D, also die Druckervarianten, man kann ja schon heute Häuser bauen, ich habe das mal gesehen, da kann man ganze Elemente ausdrucken, die man dann mit einem Roboterkranen zusammenstellt, oder ein erstes Beispiel haben wir ja, wenn Sie ja im Consi einkaufen gehen, da können Sie heute noch wählen, zwischen der Kassiererin und dem Scanner. Ich bin gespannt, wie schnell es geht, bis es nur noch Scanner gibt und keine Kassiererin mehr. Dann ist die Frage, was macht die Kassiererin dann? Ja gut, sie wird Regale auffüllen, wenn das nicht schon eh der Roboter macht, ja was machen dann die, die die Regale auch, also so kann man das weiter überlegen, und das Neue, das wirklich Neue, das kennen wir ja heute schon, diese Dynamik, aber das wirklich Neue wird sein, dass auch die qualifizierten Arbeiten, also alle, die Jus studiert haben, oder Journalisten sind, oder auch in der Medizin, die werden damit konfrontiert werden, die durchschnittlich juristischen 0815-Arbeiten, werden computerisiert erledigt werden, also es wird den qualifizierten Mittelstand treffen. Und das ist eine andere Form der Präkarisierung, als wir das früher gekannt haben. Also Sie denken, es wird aufgrund eben der Digitalisierung, der Roboterisierung der Wirtschaft zu ganz neuen Formen der Erwerbslosigkeit und der Präkarisierung von Arbeitsverhältnissen kommen, und deshalb brauchen wir ein Grundeinkommen, damit alle abgesichert sind, weil das auch auf klassisch arbeitsrechtlichem Wege nicht mehr möglich ist. Herr Rühli hat sich zu diesem Punkt schon geäußert, hat gesagt, das sei ein vollkommenes Phantasma, dass wir also neue Formen der Erwerbslosigkeit befürchten müssen. Das ist ein Standpunkt, der im totalen Gegensatz zu allen Diskussionen, die im Moment in der anglosächsischen Welt geführt werden, steht. Es herrscht keine Einigkeit, aber selbst Herr Schwab hat ein sehr alarmistisches Pamphlet verfasst, nicht unbedingt ein Feind des globalen Kapitalismus. Ich glaube, so viel kann man sagen. Es gab diese Oxford-Studie aus dem Jahr 2013 von Frey Osborne, über die schon Bibliotheken geschrieben hat. Es gibt Björn Holmsom und so weiter. Also da wird wirklich sehr offen debattiert. Was ist Ihre Position? Haben wir damit zu rechnen, dass im Horizont von 20 Jahren 47% der heute bestehenden Jobs überflüssig gemacht sind? Oder ist das vollkommen inhaltsleeren Alarmismus? Guten Abend. Es ist schon erstaunlich, dass das WEF einen so nachhaltigen Einfluss hat auf vermehrt linke Kreise. Dass diese These, die eigentlich ein Hype ausgelöst hat in der Schweiz und Europa, fast weltweit, dass die über die Parteigrenzen hinweg wirklich als quasi sakrosankt geglaubt wird, es wird so kommen, wissen wir das überhaupt. In den letzten 100 Jahren waren wir immer falsch mit dieser These. Wieso sollte diese These, dass die Arbeit durch Roboter und Computer ersetzt wird, morgen mehr stimmen, als sie gestern gestimmt hat? Klar gibt es eine digitale Revolution, wird Tätigkeiten ersetzen. Vollkommen klar. Aber es wird auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Denken Sie, was wir heute für Produkte und Dienstleistungen haben, die wir vor zehn Jahren noch nicht einmal zu träumen gewagt haben. Wie viele Shops gibt es nur schon von Apple, Samsung und all diesen Telekommunikationsanbietern? Das iPhone wurde 2006 erfunden. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wir denken, das ist schon eine Realität, die für immer so weitergehen wird. Wir kennen einfach die Zukunft nicht. Wir kennen die Jobs, die geschaffen werden, heute noch nicht. Aber wir haben eine Ahnung, welche etwa auf der Verliererseite stehen könnten. Von dem her ist das eine Spekulation Spekulation in die Zukunft. Und normalerweise ist ja Spekulation auf der Seite von Frau Vetz nicht gerade so ein Modewort, das äusserst positiv besetzt ist. Ja, verstehe ich Sie also richtig. Sie sagen, es ist Spekulation. Wir wissen es nicht. Aber wären Sie bereit, diese Sorgen ernst zu nehmen? Oder sagen Sie, es ist Spekulation, um zu sagen, das ist alles vollkommen unseriös? Die Sorgen muss man unbedingt ernst nehmen. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Also wir haben in der Schweiz sehr gute Möglichkeiten, mit diesen neuen Technologien umzugehen und davon zu profitieren. Wir müssen die Chancen packen, dass die Arbeitsplätze in der wertschöpfenden Industrie auch morgen hier in der Schweiz geschaffen werden und nicht irgendwo in Indien oder China oder sonst wo. Und das hat einfach mit einem internationalen Standortwettbewerb zu tun. Aber wir haben gute, mit der Berufserlehrer beispielsweise, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, junge Menschen zu qualifizieren für den Arbeitsprozess. Und das ist auch für die Digitalisierung ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Diese zwei Drittel, die eine Lehre machen, duale Berufsbildung und die universitären Lehrgänge, die sich idealerweise kombinieren. Und wenn wir nicht alles falsch machen, können wir auch künftig hier in der Schweiz einen hohen Wohlstand erleben. Aber er ist nicht einfach gottgegeben oder sakrosankt. Wir müssen ständig dafür arbeiten, damit es auch so bleibt. Ja, also wir sind ja schon dabei, einiges falsch zu machen. Wir werden sehen, wie das wird mit der Frankenkrise. Wir werden sehen, wie das wird mit der Umsetzung der Massenreinwanderungsinitiativen, die für das Downside-Potenzial ist gegeben. Ich möchte Sie aber noch spezifischer fragen. Also Sie relativieren, Sie wollen zwar ernst nehmen, sagen aber, das ist nicht in Stein gemeißelt. Die Fragen im Zusammenhang mit der Robotisierung. Robotisierung. Es gibt einen anderen Aspekt und das ist derjenige der Präkarisierung. Auch hier sind wir in der Schweiz im internationalen Vergleich relativ gut aufgestellt immer noch. Wir haben im internationalen Vergleich sehr breit noch relativ solide Arbeitsverhältnisse. Wir haben aber einen klaren Trend auf tiefem Niveau zu stärkerer Präkarisierung. Das haben Ecoplan-Studien aus dem Jahr 2003 und 2010 gezeigt. Wir haben im europäischen Umland eine massive Präkarisierung in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Es wäre erstaunlich, wenn über die mittlere Frist die Schweiz von dieser massiven Verschiebung im Arbeitsmarkt einfach verschont bliebe. Ist das ein Grund dafür, dass wir neue Sicherungssysteme suchen? Wenn in 10 oder 20 Jahren das Problem effektiv so schlimm werden könnte, ist immer noch dann eine Lösung zu suchen. Heute haben wir Arbeitskräftemangel, meine Damen und Herren. Heute haben wir einen Arbeitskräftemangel. Unsere Unternehmungen suchen Händeringen nach Fachkräften. Es ist die andere Sichtweise, die im Moment vorherrschend ist. Jeder, der etwas kann, kann in der Schweiz heute hat eine gute Zukunft, kann sich verschiedene Jobs aussuchen, aussuchen, wechseln. Das ist die beste aller Welten und die beste Sicherungsmöglichkeit für den sozialen Frieden. Es ist eine tiefe Arbeitslosenquote, wo man, auch wenn es mit einem mit dem Chef nicht mehr klappt, dass man die Stelle kündigen kann und an einem neuen Ort wieder frisch anfangen. Und ich denke, wir sind also nicht so weit weg von einer relativ guten Situation und wir haben das ziemlich gut hingekriegt in der Vergangenheit. Gut, ich glaube, einen Augenblick Herr Scheurer möchte dazwischen gehen. Ja, gerne. Ich möchte, guten Abend miteinander. Ich bin Gewerkschaftssekretär. Ich komme aus der Welt der Arbeit, so wie sie heute real existiert, im Gegensatz vielleicht zu anderen. Aber ich muss mich jeden Tag mit dem befassen. Ich stelle fest und darum habe ich mich jetzt gemeldet. Wir haben heute Arbeitskräftemangel. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben heute einen Arbeitskräftemangel und wir haben dazu ein Arbeitsvolumen von unbezahlter Arbeit von jährlich rund 20 Milliarden. Alle die freiwillige Arbeit, vor allem die informelle freiwillige Arbeit, Care-Arbeit, die nicht bezahlt ist, da ist Aufholbedarf. Und ich denke, unsere Bestrebungen müssen dorthin gehen, die Arbeit, die Frau Fetz so als absolut unmöglich, Stress und unerträglich dargestellt hat, erträglich zu machen. Mit Massnahmen, die zum Beispiel die Gewerkschaften vorschlagen, aber nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Und zum Zweiten müssen wir doch die Arbeit, die nicht bezahlt ist, endlich bezahlen. Denn die Arbeit, meine Damen und Herren, das wissen wir, das haben wir erfahren, die Erwerbsarbeit ist der zentrale Integrationsfaktor in unserer Gesellschaft. Wir haben Tausende von ausländischen Arbeitnehmern integriert über Arbeit und wir haben heute ein Problem, wo wir keine Arbeit mehr haben. Das heisst, wir müssen diese Arbeit, die unbezahlt, schattenmässig, irgendwo dahin vergetiert, zu bezahlter Arbeit machen und müssen die Menschen dort integrieren. Das ist der Weg und sicher nicht ein Verteilen von Seed Money über irgendeinen kostenspieligen und schwer zu kontrollieren, Apparat, wie das BG es verlangt. Darf ich kurz nachfragen? Also, Ihr Vorschlag wäre es, Care-Arbeit wird ja hauptsächlich innerhalb der Familien geleistet, Kindererziehung, Pflege von betagten Eltern, solche Sachen. Sie wollen, Sie wollen, dass solche Arbeit bezahlt wird und zwar nicht mit einem Grundeinkommen, sondern spezifisch für die Arbeitsleistung. Also, Mütter werden bezahlt, pflegende Verwandte werden bezahlt. So ist es in der Tat, so ist es in der Tat und bis heute war Anita Vetz auf meiner Seite. Ich stelle heute fest, sie hat aufgegeben, sie resigniert und sie flüchtet sich in irgendwelche wolkigen Science-Fiction-Perspektiven. Die ist mir neu, wir waren heute in dieser Frage immer eins. Gut, Matthias, gut gebrüllt, würde ich sagen. Und ich freue mich auf die Initiative der Gewerkschaften zur Bezahlung der informellen Arbeit. Darauf freue ich mich. Ich erinnere mich noch sehr gut, es gab mal eine Initiative, die Arbeit gerecht zu verteilen. Das war auch so etwas eher utopisches. Also da hat es von der Gewerkschaftsseite ganz anders getönt. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht streiten über das Heute. Ich rede nicht vom Heute. Ich habe übrigens auch nicht dramatisiert, was ich aus den Betrieben, die ich kenne, gesehen habe. Heute, wir haben es in der Schweiz noch sehr gut. Ich schaue einfach schon auf die nächsten 20 Jahre und versuche mir vorzustellen, wie sich das entwickelt. und da finde ich im Gegensatz zu Ihnen, Herr Mensch, warum erst reagieren, wenn die Katastrophe schon da ist? Warum nicht vorher reagieren? Und ich habe hier auch eher die Vorstellung, das ist vielleicht nicht kompatibel mit den Initianten. Also ich stelle mir vor, dass man das langsam aufbaut, dieses Grundeinkommen. Sicher nicht mit 2.500 Franken von Anfang an. Das ist ein, ich sage jetzt mal, ein Schutzschild, den man unten aufbaut, langsam und je nach Entwicklung der Arbeitswelt erhöhen kann oder auch stagnieren lassen kann. Entscheidend ist für mich auch, wenn ich die nächsten, ja, auf die nächsten 20 Jahre schaue. Ich bin überzeugt, es geht viel Arbeit verloren und so toll sind dann die Arbeitsplätze auch nicht, die dann neben den hochqualifizierten, topqualifizierten Fachkräften, die wir auch heute suchen, wir haben nicht in jeder Branche, haben wir Vollbeschäftigung. Also, so ist es nicht. Die Arbeitslosenzahl ist zwar niedrig, aber man kann sie, die Dunkelziffer ist in der Schweiz enorm, weil nämlich alle Ausgestempelten ja nicht mehr mitgezählt werden in der Statistik, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, also, Amazon war ja so eine wahnsinns tolle Sache. Ich habe auch gern, ich finde das toll, wenn ich da bestellen kann, also ich bestelle unterdessen nicht mehr bei Amazon, ich habe nämlich in Deutschland mal so einen Bau angeschaut, wo die Angestellten diese Pakete verteilen. Das ist einfach, das ist also kurz nach der Sklavenarbeit kommt diese Arbeit, miserabel bezahlt, keinerlei gewerkschaftliche Vertretung und solche Verhältnisse, Matthias, will ich in der Schweiz nicht. Und darum muss man vorher etwas überlegen. Ja, vielleicht sollte ich an der Stelle Frau Schilliger aufrufen, weil sie, für sie ist ja die Care-Arbeit auch ein ganz zentraler Aspekt. und sie vertreten aber genau, sind im gegenteiligen Lager. Ja, ich möchte dafür plädieren, das bedingungslose Grundeinkommen als eine konkrete Utopie zu sehen. Es ist eine Utopie, es ist eine Idee, die mich überzeugt, weil sie eben ganz simpel ist und weil sie über die heutige kapitalistische und sehr erwerbszentrierte und auch sehr leistungsorientierte Gesellschaft hinausweist. Es geht nämlich darum, dass jeder Mensch ohne einen Zwang zur Arbeit, ohne Gegenleistung, ohne eine Bedürftigkeitsprüfung einen garantierten Rechtsanspruch hat auf eine gesicherte Existenz. Ich denke, das Grundeinkommen ist aus zwei Gründen eine Antwort auf Herausforderungen in der heutigen Arbeitswelt, in der heutigen Arbeitsgesellschaft. Das ist erstens eine Antwort auf die Präkarität, davon hatten wir es schon und damit eben von diesem Zwang, jegliche, auch noch so mühsame, auch noch so schlecht entlohnte Arbeit zu leisten. Die Präkarität hat viele Gesichter und sie besteht auch heute schon. Da können ganz viele Menschen auch hier in der Stadt Basel ein Lied davon singen. Die Putzfrau, die zu einem Hungerlohn arbeitet, der Dauerpraktikant, der in der Hoffnung auf eine Festanstellung ständig sich ausbeuten lässt, nicht zu vergessen die illegalisierte Migrantin, die sich nur knapp über Wasser halten kann oder auch der Sozialhilfebezüger, der sich auf dem zweiten Arbeitsmarkt verdingen muss. Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, könnten mit einem bedingungslosen Grundeinkommen diese prekären Arbeiten eher ablehnen. Für wenige Franken Zusatzverdienst zum Grundeinkommen wird sich nämlich niemand mehr diese prekären Jobs antun müssen und Erwerbslose könnten nicht dazu gezwungen werden, ebenso prekäre Arbeit anzunehmen. Dies könnte den lohnabhängigen Menschen, und da wäre auch die Gewerkschaft, denke ich, eigentlich interessiert daran, es könnte den lohnabhängigen Menschen eine stärkere Verhandlungsmacht gewähren und damit auch eine Dynamik auslösen, die dazu führt, dass solche Arbeiten entweder entfallen, besser bezahlt würden oder eben von den Arbeitsbedingungen her attraktiver gestaltet werden müssen. Vielleicht würden auch die mühsamen Arbeiten gerechter unter den Menschen verteilt. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat Präkarität als die neue Herrschaftsform in unserer Erwerbsgesellschaft bezeichnet und aufgezeigt, dass diese Unsicherheit enorm disziplinierend wirkt. Und auf diese Form der Unsicherheit ist das bedingungslose Grundeinkommen meiner Ansicht nach eine richtige Antwort. Daneben ist es eine zweite wichtige Antwort, nämlich hinsichtlich eines Umbaus unserer erwerbszentrierten Arbeitsgesellschaft in Richtung einer Care, einer sorgezentrierten Gesellschaft. Das Grundeinkommen wäre eine Entlastung für Menschen, die einen anderen Beitrag an die Gesellschaft leisten, als das, was als Norm gilt, nämlich möglichst viel Lohnarbeit zu leisten. Andere Tätigkeiten würden dabei aufgewertet und könnten mehr Wertschätzung bekommen. Jene Tätigkeiten, die heute eben gar nicht als Arbeit anerkannt werden, die man oft immer noch als Liebesdienst sieht, also Arbeit, wofür es meistens kein Geld gibt. Die Frauen wissen, wovon ich spreche, sind aber immer mehr auch junge Väter, die zum Beispiel sich mehr engagieren möchten in der Care-Arbeit und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auch mehr Verhandlungsmacht hätten gegenüber ihren Chefs, Teilzeitarbeit auszuhandeln. Also ich schliesse mit dem Plädoyer eben das bedingungslose Grundeinkommen auch zu sehen als eine Chance in Bezug auf einen Umbau unserer Gesellschaft, in der eben die Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit mehr Wert bekommt und in der wir mehr Freiheit auch als erwerbstätige Bevölkerung haben. Ja, wir haben zwei Aspekte auf die Prekarität, möchte ich gleich zurück kommen, aber bleiben wir noch bei der Care-Arbeit. Das ist natürlich wirklich ein ganz zentraler Aspekt, denn wenn man sieht, was würde ein Grundeinkommen faktisch bewirken, wer würde es bekommen, die die ersten Profiteure, das ergibt sich einfach aus den Statistiken, das wären Frauen, weil bei Frauen hat man einen viel höheren Teil der Erwerbslosigkeit, bei den Männern sind es 10%, bei den Frauen 20%, man hat einen viel größeren Teil der Teilarbeit, man kann es auch kritisch wenden, wie das Herr Rüli getan hat, man kann sagen, das setzt Anreize, damit die Frauen zurückgehen an den Herd, weil selbstverständlich können es Anreize sein, damit Erwerbsarbeit aufgegeben wird, oder man kann sagen, das ist ein längst, wie Sie das tun, nicht, stärkere Verhandlungsbasis, stärkere Basis Verteilzeitarbeit, es käme natürlich auch auf die Ausgestaltung des Modells aus, gibt es ein Fading Out und so weiter, aber was ist denn nun der Effekt, ich glaube der Frauenaspekt ist einfach, wenn man real ansieht, wer würde das Geld bekommen, es wären vor allen Dingen die Frauen, ist das nun gut, weil es eine längstfällige Förderung ist, oder wäre es schlecht, weil es letztlich dazu führen würde, dass die Frauen wieder vermehrt aus dem Berufsleben verschwinden. Soll ich ein Beispiel vorrechnen? Nehmen wir einen Haushalt an, ein Paar hat 7.000 Franken gemeinsamer Lohn, beide arbeiten 50%, erhalten also 3.500 Schweizer Franken Lohn heute. Jetzt wird das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt, wissen Sie, was passiert? Man entscheidet sich, dass eine Person 100% arbeitet, die kriegt dann nämlich 7.000 Franken, plus die andere Person kriegt noch die 2.500 on top. Es ist also eine Herdprämie, die man damit einführt. Man zwingt eigentlich einen Teil der Frauen nicht am Erwerbsbeben teilzunehmen, weil es nicht vernünftig ist, das zu tun. Oder von mir aus können Sie auch die Männer nach Hause schicken, aber es wird ein Einverdiener Haushalt, ein Einverdiener Haushalt ist besser, als wenn Sie 50-50% Teilzeit haben und entsprechend ist es eben nicht auch eine Entschädigung für Healthcare, also für soziale oder Arbeiten im Gesundheitswesen, sondern es ist lediglich eine freie Subvention, die man verfügen kann darüber, ob man etwas tut oder nicht. Also ich würde das ganz anders sehen, Herr Mensch. Man kann, ich gebe Ihnen zu, man kann es so sehen, wie Sie das machen, aber heute, ich sehe das anders, weil ich weiß natürlich, dass eine topqualifizierte junge Frau schafft, oder wie sagt man dem, heute da ist, die wollen eben beides, die wollen Erwerbsarbeit und Familienarbeit und auch die jungen Männer wollen beides. Also ist das, sehe ich diesen Anreiz gar nicht. Franken pro Monat, ist das kein Anreiz? Über Anreize können wir nachher reden. Also ich habe Ihnen ja gesagt, ich würde das langsam aufbauen, je nach Arbeitssituation, aber was ich Ihnen nochmals noch weiter sage, was haben wir denn heute für Anreize? Heute haben wir den Anreiz, dass topqualifizierte Frauen Teilzeit arbeiten und ihr Verdienst praktisch weggesteuert wird, wegen unserem Steuersystem, das völlig falsche Anreize setzt. Also jetzt können wir uns überlegen, was ist, wollen wir das ändern oder wollen wir es mit dem anderen, also mit einem Grundeinkommen ändern? Also da können wir jetzt darüber philosophieren. Die Anreize sind per Seh falsch gestellt und ich glaube nicht, ich habe ein anderes Menschenbild. Mein Menschenbild ist, dass heute praktisch alle in irgendeiner Form erwerbstätig sein wollen. Und schliesslich sind ja auch alle gut ausgebildet, also was sollen sie denn mit ihrer Ausbildung machen und die jungen und mittelalterlichen Frauen, ich gehöre ja nicht mehr dazu, die wissen haargenau, wenn man ein paar Jahre vollkommen weg ist vom Erwerb, dann ist es auch nicht mehr toll, was man dann für Angebote hat, wenn man wieder in die Erwerbsarbeit kommt. Und ein letzter Punkt zu dem, fast alle unsere Sozialversicherungen, also fast alle soziale Sicherheit, die wir haben und die nicht schlecht ist, man könnte sie verbessern, Matthias, da sind wir uns wieder einig, die sind an Erwerbsarbeit gebunden und das ist ein Konstruktionsfehler in einer Gesellschaft, die eigentlich auf beiden Säulen beruht, auf der informellen und auf der formellen Arbeit und das glaube ich, müssen wir mittelfristig sowieso ändern, ob mit Grundeinkommen oder mit etwas anderem, aber das muss geändert werden. Es kann nicht sein, noch ein Satz, es kann nicht sein, dass heute viele Frauen, die voll sich zu Hause engagieren, eigentlich nur einen Mann weit weg von Armut sind. Das sind die Realitäten heute. Herr Mensch, ich möchte ein Beispiel machen, um zu zeigen, dass Anreize wirken. Wann waren Sie das letzte Mal beim Migros oder im Copa am Einkaufen? Dann haben Sie vielleicht für 100 Franken das Wägerli zum Auto geschoben und wieso haben Sie es zurückgestossen? Weil Sie einen Franken im Wägerli drin gehabt haben. Und Sie werden wenn Sie zweieinhalb tausend Franken haben, ist das ein bisschen mehr als ein Fränkli im Einkaufs Wägerli. Es funktioniert, die Anreize werden gesetzt. Nehmen Sie an, meine Frau beispielsweise verdient weniger als zweieinhalb tausend pro Monat. Wird das, ist das rational, dass sie nachher noch arbeiten würde? Sie muss Zeit aufwenden, es hat Kosten, zum Arbeitsort zu gehen. Alle diese Aufwendungen und am Schluss genau gleich weit dazustehen, wie wenn man nichts getan hätte. Diese Anreize werden wirken. Wir haben ungefähr ein Viertel der Voll- und Teilzeit Beschäftigten verdienen weniger als 3000 Schweizer Franken, davon viele Teilzeitangestellte, davon werden einfach einen Teil aus rationalen Gründen nicht mehr zur Arbeit erscheinen und entsprechend zu Kostensteigerungen in der Wirtschaft führen. Das ist jetzt eine reine Behauptung und ich weiss, ihr Ökonomen, ich habe auch Ökonomie studiert, neigen dazu, die Fliegenbeine zu zählen und die gesamte Fliege nicht mehr zu sehen. Ich nehme mal an, ihr habt zu Hause auch noch etwas anderes als nur rationale Entscheide. Ich will Frau Schilliger das Wort geben. Ich möchte nur einen kleinen Denkanstoß geben. Ich weiss nicht, ob Sie heute hier stehen würden, wenn Ihre Mutter so funktioniert hätte, wie Sie das beschrieben haben mit den Mikro-Veggali. Sie hat ganz viel Arbeit geleistet, ohne dass sie da irgendeinen finanziellen Anreiz hatte. Es ist einfach eine Tatsache, dass ein grosser Teil, und zwar der grösste Teil unserer Wirtschaft darauf beruht, dass es Arbeit geleistet wird, ohne Entlohnung und ohne diese Anreize. Wir funktionieren nicht einfach nach diesem Anreiz zu stehen. Gut, also das ist die Frage der Herr Prämie. Ich müsste Herrn Mensch auch noch eine Frage stellen. Ich finde es wirklich grossartig, dass wir hier plötzlich so dezidiert feministische Positionsbezüge von Ihnen haben. Bisher ist für mich Economy Suisse was Krippensubventionierung, was Ehestrafe, was Steuermodelle. Das ganze schweizerische Politiksystem ist organisiert, um die Frauen zu Hause zu halten. Und wenn nun plötzlich im Zuge der Grundeinkommens Abstimmung die grosse Mobilisierung von bürgerlicher Seite kommt, um den Frauen das Leben zu erleichtern, ich glaube, das wäre ein Erfolg. Spass beiseite. Aber das ist der zentrale Punkt ist der folgende. Wir haben, ich habe das vorhin kurz ausgeführt, wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir haben sehr viel gut ausgebildete Frauen, es ist ökonomischer Unsinn, wenn diese nicht tätig sind. Wir haben ein absolutes Interesse daran, dass die Frauen sich aktiv am Arbeitsleben beteiligen und wenn sie perverse Anreize schaffen, dass die Menschen nicht mehr arbeiten wollen, dann funktioniert die Sache einfach nicht. Gut, vielleicht noch ganz kurz, dann wechseln wir das Thema. Es gibt eine Gruppe in der Schweiz, die hat heute faktisch ein Grundeinkommen. Das sind die Bauern. Es ist nicht ganz bedingungslos, es ist nicht ganz bedingungslos, aber es ist ein Modell, weil die Arbeit wäre ökonomisch nicht verkaufbar, wenn sie nicht stark subventioniert würde, mit drei Milliarden vom Bund, drei Milliarden Schutz Zölle, eine Milliarde Kantone, also wir leisten uns heute eine sieben Milliarden Subvention zum eine Berufsgruppe, die ökonomisch nicht überleben könnte und wir wollen ja gesundes Essen aus eigener Scholle, wie man so schön sagt, mindestens solange wir es noch nicht in der Stadt produzieren können, da geht's auch. Also wahrscheinlich sind wir dort politisch nicht weit voneinander weg. Aber das System Landwirtschaft muss irgendjemand finanzieren und das kann man in der reichen Schweiz nur deshalb finanzieren, weil wir reich sind und eine reiche Wirtschaft haben. Eine exportfähige Wirtschaft, die auf den Weltmärkten Erfolg hat. Unsere Produkte können zu einem hohen Preis verkauft werden, wir sind nicht in der Billig-Konkurrenz mit anderen Ländern, nur deshalb haben wir hochqualifizierte Arbeitsplätze in diesem Land, wo auch hohe Löhne bezahlt werden, die auch wieder hohe Steuern bezahlen und damit kann man dann am Schluss auch die Landwirtschaft etwas weniger expansiv tun. Aber man kann nicht alles subventionieren und von dem her muss man aufpassen, dass die Anreize bestehen bleiben für die Unternehmen hier an diesem Ort produzieren zu können. Wir haben seit der Einführung der Mindestgrenze bei der Nationalbank von 1,20 auf jetzt ungefähr 1,09 10% quasi Erlös verloren, Marsche verloren. Die Unternehmen kämpfen, die beißen, die versuchen ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen und das ist nicht einfach ein Honig schlecken oder ein Sonntagsspaziergang, sondern da ist wirklich jede Arbeitskraft gefragt und die Unternehmen müssen sich massiv anstrengen und von dieser Seite her muss man einfach aufpassen, dass man nicht zu viel Abgaben, zu Belast quasi diesen Unternehmen aufzwingt, denn sonst wäre die internationale Wettbewerbsfähigkeit leider dann eben nicht mehr vorhanden. Herr Scheurer wollte sich noch mehr. Ja, ich möchte zuerst mit einem Bildchen aufräumen, das meine Genossin Anita Vetz wieder gebracht hat, von den armen Frauen, die von Männern abhängig sind. Meine Erfahrung ist eine andere, der VPD ist eine Frauengewerkschaft, alle Frauen sind berufstätig, in guten Berufen, alle wollen weiterarbeiten, von daher muss ich Herrn Minch korrigieren und ich muss ihn noch in etwas korrigieren, das hat er natürlich nicht gesagt, in es ist nicht so, dass der Mann dann nur noch arbeitet vernünftig, es gehen nämlich weiterhin beide arbeiten, aber das Problem ist, dass sie um das Grundeinkommen weniger verdienen, das heisst, sie werden dann das Grundeinkommen haben, werden weiter arbeiten, aber Ende Monat haben sie keinen Franken mehr und das ist eine Seite des Grundeinkommens, die wir natürlich nicht von Herrn Minch hören, denn Herr Minch wird sagen, nein, die Unternehmen vom ersten Tag des Grundeinkommens werden sie sie senken, das heisst, wir arbeiten gleich viel, wir bekommen Seed Money vom Staat freundlich ein Grundeinkommen, aber wir haben keinen Franken mehr, wir haben gleich viel, wir haben keinen Franken mehr, das ist die traurige Wahrheit. Wir sind jetzt etwas von der Kehrgeschichte weggekommen und immer mehr stellt sich die Frage von, wie wichtig sind Anreizstrukturen für Arbeitsverhältnisse und das ist ja sicherlich auch ein bisschen der Kern dieses Dissens, wo es unterschiedliche Beurteilungen gibt, ich gehe auch davon aus, Sie befürchten nicht nur mit Bezug auf Frauenarbeit, sondern beispielsweise auch mit Bezug auf Berufseinsteiger, mit Bezug überhaupt auf Arbeitnehmer im Allgemeinen, dass man eine relativ hohe Ausstiegsquote haben wird und Sie haben da offenbar eine ganz andere Haltung, könnten wir diesem Punkt noch etwas sagen? Also Sie haben einen Punkt angesprochen, den bis jetzt mit den Frauen-Männer-Diskussionen, das ist heikel, wie ich gesehen habe, aber bei jungen 18-Jährigen, wenn sie zweieinhalb Tausend einfach bar auf die Hand kriegen, wem kann man das frübeln, dass er halt noch ein Jahr länger auf Weltreise geht und halt noch ein Jahr länger auf Weltreise vielleicht noch ein Studium beginnt, dann findet oh nein, das ist mir zu anstrengend, ich nehme das Nächste, wenn die Sicherung so total ist, Sie machen das in einer Wege übrigens auch nie, wenn Sie in einer Wege mit drei, vier Personen zusammenleben, verlangen Sie von jeder Person, dass sie das WC putzt, weil sonst ist das Zusammenleben nicht möglich, das ist dasselbe wie in einer Familie, Herr Reichenberger hat das erzählt, Sie werden den Kindern nie ein bedingungsloses Taschengeld geben, sondern jeweils dann, wenn es Probleme gibt, dann sagen Sie, aber jetzt müssen wir aufpassen und das ist beim Grundeinkommen, muss das auch der Fall sein und der Grund dafür und das ist jetzt keine ökonomische, sondern eine philosophische Geschichte, welches Menschenbild haben wir im Hinterkopf, oder? Ist das Individuum für den Staat da oder der Staat für das Individuum? Ist es richtig, wenn der Staat Leute unterstützt, die gesund sind, arbeitsfähig sind, Millionäre sind und die nichts dazu beitragen wollen? Ist das richtig? Und ich sage, von meiner Perspektive aus, das ist falsch, das ist asozial, wenn man den Solidaritäts Gedanken dermassen überstrapaziert und verlangt, dass man Leute subventioniert, die auf eigenen Beinen stehen könnten, aber es unter diesen Bedingungen nicht wollen. Und da spielt es kein, wir haben eine epische Diskussion, wie viel Prozent das sind, das wissen wir nicht, das würden wir herausfinden. Aber das ist Gift für eine Gesellschaft, wenn sie ein paar Prozent haben, die das tun, dann müssen sie quasi mehr Steuern leisten, damit eine andere Person in der sozialen Hängematte liegt. Und daher, es ist eine philosophische Frage, und meine Sicht ist ganz klar, das Einzelne hat eine Eigenverantwortung und die kann man nicht einfach, sollte man nicht wegdefinieren. Ich habe einfach ein anderes, das haben wir schon gesagt, ich habe ein anderes Menschenbild. Aber ich gehe auch davon aus, es wird vielleicht ein paar wenige Prozent geben, die mit wenig Geld durchkommen wollen. Aber wissen Sie, für mich ist es skandalisierend, ist es für mich nicht, wenn zwei, drei Prozent nichts anderes machen. Skandalisierend ist für mich, dass heute immer noch ein UBS-Chef 700 Mal mehr verdient, als irgendein normaler Mensch sonst. Dass diese Arbeiten vollkommen irreal, absolut irreal entlöhnt werden, obwohl sie nicht halb so viel wert sind, wie was eine Krankenpflegerin jeden Tag macht. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Da möchte ich noch eine letzte Frage, glauben Sie denn, Herr Mensch, es könnte, also es würde sich ihrer Ansicht nach eben auch diese perversen Effekte haben, könnte es auch marginal positive Effekte haben. Beispielsweise größere Risikobereitschaft in der Laufbahn, größere Bereitschaft zur Fortbildung, größere Bereitschaft, nicht einfach einen Job zu nehmen, weil man muss, sondern dann lässt sich auch in Jobs einzusteigen mit höherer Produktivität. Das ist ja eine ganze Reihe von Argumenten, wo man sagen kann, das wäre im Sinne der wirtschaftlichen Effizienz, könnte es auch positive Effekte haben. Das kann durchaus im Einzelfall eine Person motivieren, das würde ich nicht total abstreiten. Sie können das aber heute schon, Sie können heute schon die zweieinhalb tausend Franken auf die Seite legen und die wenn Sie einen einigermassen guten Job haben in der Schweiz. Wir haben einen Durchschnittslohn, der deutlich über diesen zweieinhalb tausend ist. Folglich haben Sie auch eine Möglichkeit, einen Teil davon zurückzudrücken. Das können nicht alle, das ist auch klar. Aber es können in der Schweiz im Vergleich zum Ausland sehr, sehr viele sich eine Auszeit gönnen. in den Unternehmungen ist das gang und gäbe, dass Sie eine Verhandlung führen, kann ich eine Auszeit beanspruchen, dann wird die Diskussion geführt, wer bezahlt die Auszeit, das ist ein Deal, je nachdem wie hoch dem Arbeitgeber quasi ihm am Herzen liegt, dass die Arbeitsperson wieder da bleibt, desto grösser ist die Entschädigung, die er ihm gibt oder ihr gibt. Und von dem her, das funktioniert. Es ist einfach nicht für alle gerade standardmässig implementiert, aber es ist da, und von dem her würde ich nicht sagen, dass wir in einer völlig asozialen Welt leben, wo die Menschen Sklavenarbeit haben, sondern es ist im Gegenteil, wir haben in der Schweiz eine sehr vollzügliche Ausgangslage. In welchem Land können Sie nach einer Lehre ein Auto kaufen? Mit dem ersten Lohn und die Leasing Gebühr können Sie problemlos finanzieren? In welchem Land können Sie das? Also ein Satz noch. Ja, er hat jetzt auch ausgeführt. Ich will nur dazu sagen, ja, in der Schweiz geht es den allermeisten Menschen sehr gut und ein paar geht es unanständig gut. Aber das ist kein Argument dagegen. ich mindestens, ich rede von den nächsten 10, 20 Jahren und nicht von heute, morgen oder übermorgen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Verwechslung. Man redet dann auf unterschiedlichen Ebenen. Und die Zukunft wird sein, dass wir uns dauernd weiterbilden müssen um diesen Qualität. Ja, aber machen Sie das mal nicht. Das kann man, wenn man einen Top-Job in der Verwaltung oder in einem Konzern hat, kann man diese Sachen aushandeln. Aber die Mehrheit der Leute arbeiten nicht so, sondern die sind in KMUs, die sich das, also ich könnte mir das jetzt auch nicht leisten, eine Mitarbeiterin, wenn ich ja so wenig habe, gleich mal ein halbes Jahr freizustellen. Irgendwo müssen wir einen Weg finden, dass die dauernde Weiterbildung wirklich für die Mehrheit der Leute machbar wird, wenn wir die zukünftige Herausforderungen in der Arbeitswelt schaffen wollen. Gut, ich setze an einen Punkt und ich gebe noch einen Satz von Frau Scheliger, dann ist Schluss. Ja, ich möchte nur noch in die Runde werfen, ich frage mich immer so, warum ihr so Angst habt, dass die Leute weniger arbeiten. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der ganz viele Menschen krank sind, weil sie ein Burnout haben, weil sie in der Arbeit versinken und auch von der Pro-Seite könnte man da sagen, ja, ist doch toll, wenn wir eine Möglichkeit haben, dass wir nicht mal so gestresst sind, dass es diesen Leistungszwang nicht mehr so gibt, dass wir nicht mehr uns so definieren nur über unsere Lohnarbeit, ja, dann toll, machen wir das, setzen wir das um. Wunderbar. Also, vielleicht löst das Grundeinkommen auch die Burnout-Problematik. Ein weiterführender Gedanke, wir sehen uns schon in zehn Minuten wieder. Vielen Dank. 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 Ja, auch die Zuschauer unter euch, die jetzt neu dazugekommen sind, heiße ich herzlich willkommen im Theater in Basel zur langen Nacht des Grundeinkommens und wir müssen jetzt erstmal alle hier einmal tief durchatmen. Es ist sehr viel los, es sind viel mehr Leute gekommen als erwartet und nach einer Dreiviertelstunde heißer Diskussion in dem Boxring brauchen jetzt alle erstmal eine Verschnaufpause. Das ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal zu hören, was jetzt in den Menschen passiert ist und was sich jetzt alle für Gedanken machen und wir fragen mal, darf ich euch einmal fragen, wie ist die Stimmung? Ja, wir sind am Diskutieren. Und wie gefällt es dir hier? Ich finde Basel ein recht cooles Publikum, also es ist mega aktiv und auf der Bühne ist auch, also es ist einiges los. Und warum bist du heute gekommen? Ich habe mir ja auch wünscht, Dankanstösse zu kriegen zu diesem Thema. Und das hat es eigentlich bis jetzt schon erreicht. Und wie seid ihr auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Auf Facebook. Und du? Übrigens. Gut. Und erzähl mal, was hat dich jetzt in der letzten Stunde hier am meisten berührt? Gab es da einen Moment, der so eingefahren ist? Boah, da müsste ich jetzt kurz darüber nachdenken. Oder anders gefragt, jetzt beim Grundeinkommen, du hast ja sicherlich vorher schon davon gehört. Gibt es so eine Szene, die dich berührt hat, warum du dich dafür interessierst? Ja, ganz viel natürlich. Also die Idee halt, dass man allen Menschen eine Freiheit geben kann, sich selber zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben möchten, das ist halt, es ist so eine schöne Idee. Und das würde ich halt allen Leuten wünschen, dass sie das in ihrem Leben integrieren können. Und für das finde ich das halt schön, dass es so eine gesetzliche Basis dafür geben könnte, dass die Leute halt da freier sein können in ihrer Entscheidung. Also klare Stimme dafür. Ja. Und gibt es auch vielleicht Bedenken? Hast du Bedenken? Im Grundeinkommen. Ja, also die Bedenken, die halt rum sind, dass man halt eben nicht weiss, wie viele Leute würden dann aufhören zu arbeiten und einfach halt auf der faulen Haut liegen. Das steht im Raum und das wird immer im Raum stehen, bis man es umsetzt. Das ist klar, das kann man so nicht sagen. Aber ich glaube einfach an die Menschen, dass sie durch das Grundeinkommen dann halt eher als Gemeinschaft sich sehnt und auch etwas für die Gemeinschaft beitragen wollen. Und das finde ich einen so schönen Aspekt an dem, dass man sagt, eigentlich schaffen würde man nicht für sich selber, wie es heute halt gemacht wird, sondern schaffen sollte man für die Gemeinschaft. Und wie denken so die Menschen in deinem Umkreis, werden die alle Ja stimmen, jetzt bei der Abstimmung am 5. Juni? Nein, das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Das wäre mehrheitlich Nein sagen. Und was sind da so die Gegenargumente? Ihr werdet ja sicherlich viel diskutieren. Ja, sehr viel Angst, Unverständnis auch, dass man das überhaupt will, so etwas. Man kann ja arbeiten, man muss arbeiten, auch eben die Angst, dass niemand mehr arbeiten will, also das ist schon sehr viel mit Angst und so hat das zu tun. Noch eine Frage an dich. Gehst du immer abstimmen bei jeder Volksabstimmung? Ja, schon eigentlich. Außer ich bin ja mega im Ausland und es ist viel zu komplizierter, muss ich mich nur nachschicken. Ja, vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen Abend. Dann wollen wir mal den nächsten interviewen. Und zwar, das ist einmal schauen, der Enno. So, Enno, ehrlich gesagt interessiere ich mich jetzt nicht so für deine Position zum Grundeinkommen, weil ich weiß ja, dass du dafür bist, weil wir arbeiten ja seit mehreren Jahren jetzt zusammen, sondern mich interessiert, was denkst du zu dieser Veranstaltung? Dass das eine tolle Veranstaltung ist und du siehst, ins Theater gehört, das ist der Ort der Auseinandersetzung und die Gänge und Böden sind voll, also es ist super. Und weißt du, ich denke, so etwas gibt es zum Beispiel in der Schweiz, weil mit der direkten Demokratie die Leute in Austausch kommen, weil es was Echtes ist, weil wir auch getragen sind davon, dass es Erfolge gibt. Und das ist in anderen Ländern eben nicht so. Du verendest sozusagen immer, weil du kommst gar nicht wohin. Und hier ist das so normal. Das ist ja Politik, was wir hier sehen. Und das ist Theater. Und das, finde ich, ist doch super schön, dass man das sieht hier in Basel im Theater, wie eigentlich Demokratie sein kann. Und jetzt mal ganz zu dir. Gab es einen Moment an diesem Abend, an dem du etwas Neues erfahren hast oder dir ein neuer Gedanke gekommen ist? Gab es so ein Highlight für dich schon? Ja, ehrlich gesagt, ist das Highlight für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, boah, es gibt jetzt schon so viele Menschen, die wirklich das Grundeinkommen denken können. Aus allen Perspektiven, also wo ich gemerkt habe, da ist die Idee schon da und die denken das wirklich aus der Idee heraus. Und dann kannst du ja auch über alles davon sprechen, weil du den Kern gefasst hast. Und das ist jetzt. Und als wir vor zehn Jahren angefangen haben, da war das natürlich noch gar nicht so. Und jetzt denke ich mir, ja, meine Güte, ich muss ja gar nicht mehr über das Grundeinkommen sprechen. Das machen ja alle. Okay, und jetzt zum Schluss. Kannst du noch ein Statement oder etwas, was du schon längst mal dringend sagen möchtest, in Kürze den Menschen im Livestream in die Kamera sagen? Über das Grundeinkommen? Ja. Also ich habe gerade 100 Statements, aber eins vielleicht, das merkt man bei der Finanzierungsfrage, es arbeitet immer die Gegnerschaft oder die Kritik mit der Angst. Es geht immer auf die Angst der Menschen. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen ist es schön, man muss mal aufhören, Angst zu haben. Man kann Milliarden denken, man kann Finanzierung denken. Wir brauchen die Fachleute nicht. Die Fachleute können nicht mehr rausgucken aus ihren Käfigen. Wir sind die, die keine Angst haben. Und wir sind die Gesellschaft. Und wir können die Dinge alle gestalten und denken. Und das ist eigentlich das Tolle, was schon in der Debatte vom Grundeinkommen ja da ist. Es macht einfach freier und es lässt Zusammenhänge auftreten und keine Angst. Vielen Dank, Enno. Danke, Pola. Ich wünsche dir einen schönen Abend und freue mich auf die nächsten zehn Jahre der Zusammenarbeit, bis das Grundeinkommen eingeführt wird. Ja, zweite Abstimmung damit eingeführt. Genau. Euch auch. Schönen Abend. Gut, dann geht es jetzt weiter mit dem Manuel. Tja, die Pausenglocke läutet und die Spannung steigt. Ich werde euch nach der Pause Manuel Michel vorstellen. Und das ist nämlich ein ganz besonderer junger Mann. Also, wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde. Tschüss und viel Spaß beim Weiterschauen. Die Machtumverteilung. Wer hat eigentlich Macht? Wer etwas macht? Ja, wenn er das tut, was er will. Wer das tut, was er will, hat Macht. Wer etwas tun muss, was er nicht will, ist ohnmächtig. Macht zeigt von Können, Fähigkeit, Vermögen. Ohnmacht besagt, etwas nicht zu vermögen. Haben jene Macht, die Geld haben, ja, weil sie tun können, was sie wollen und nicht tun müssen, was andere wollen. Wer Geld hat, kann außerdem bestimmen, was andere tun. Was er nicht tun will, kann er andere für Geld tun lassen. Es sei denn, sie haben ebenfalls Geld. Dann verliert Geld seine Bestimmungsmacht. Dann hat Macht, wer etwas macht. Wenn alle Geld haben, muss niemand etwas tun, was er nicht will. Nicht nur Geld macht mächtig, auch Wissen. Wissen ist Macht. Machtlos ist der Unwissende. Macht ist außerdem dort, wo wir hinschauen. Deshalb haben Medien Macht. Sie können zwar nicht bestimmen, dass wir hinschauen. Wenn wir aber hinschauen, lenken sie den Blick. Was ändert das bedingungslose Grundeinkommen an den bestehenden Machtverhältnissen? Die Existenzangst verliert an Boden. Existenzangst macht ohnmächtig. Wer mit Existenzangst im Leben steht, ist verführbarer als jener, der sich nicht um sein Überleben kümmern muss. Wessen Existenz gesichert ist, der steht ungleich freier da, als jener, dessen Existenz ständig in Frage steht. Wer etwas tun muss, ist gegenüber jemandem, der etwas tun will, nicht gleichermaßen zurechnungsfähig. Handeln aus Not beschränkt die Verantwortlichkeit. Wir können jemanden, der etwas nicht tun wollte, sondern musste, weniger zur Verantwortung ziehen, als jemanden, der etwas freiwillig getan hat. Freier Wille macht schuldfähig. Für eine unfreie Tat ist derjenige mitverantwortlich, der die unfreie Situation unterstützt hat. Macht heißt nach Max Weber, seinen Willen gegen den anderen durchsetzen zu können. Das sei nicht Macht, sondern Gewalt, so Hannah Arendt. Macht und Gewalt sind Gegensätze. Wer keine Macht hat, greift zur Gewalt. Gewalt demonstriert Machtlosigkeit. Gewalt ist Fremdbestimmung. Macht ist Selbstbestimmung. Macht begeistert. Macht ermöglicht. Macht lässt andere mitmachen. Macht hat in Zukunft, wer etwas kann, was Maschinen nicht können. Macht hat, wer selbst denkt. Macht hat, wer frei entscheidet. Macht hat, wer nicht muss. Das bedingungslose Grundeinkommen ermächtigt zur Selbstermächtigung. Die Macht wird umverteilt. Sie liegt nun ganz und gar in den Händen des Einzelnen. Applaus Applaus Also, wir gehen in die zweite Runde, wie das so ist bei einem Boxmatch und es soll hier nun über Macht gehen. Wir werden versuchen, nicht einfach die erste Runde zu wiederholen, wir haben uns viele ökonomische Argumente um die Ohren geschlagen, es ging wieder einmal darum, ist das aus ökonomischer Perspektive finanzierbar, realistisch und so weiter. Ich würde dafür plädieren, dass wir das jetzt ein bisschen hinter uns lassen und uns wirklich mit der Frage auseinandersetzen, die man ja auch durchaus kontrovers diskutieren kann, wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Ist es ein neues Gesellschaftsmodell? Ist es gut für die Demokratie? Ist es schlecht für die Demokratie? Oder ist es eigentlich mehr oder weniger unerheblich und entscheidend sind nur die ökonomischen Aspekte? Ich stelle ganz kurz das Panel vor, zu meiner Linken, an die groß langjähriger SP-Nationalrat, Politologe, der sich immer sehr intensiv für Fragen der Demokratie nicht nur engagiert hat, als vielreisender Wahlbeobachter beispielsweise, sondern auch über Demokratie und ihr richtiges Verständnis theoretisiert und der sagt, es gibt diese schöne Formulierung im Buch zum Grundeinkommen, nicht das Grundeinkommen demokratisiert die Demokratie. Zu meiner Rechten als Kontrahentin, Kathi Recklin, CVP-Nationalrätin, sehr profilierte Bildungspolitikerin, sehr profilierte Europapolitikerin und wie ich versucht bin zu sagen, eine der letzten Mohikanerinnen der linksliberalen CVP. Nun, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Herr Groß, Sie glauben also daran, dass das Grundeinkommen eine ganz entscheidende Rolle bei der Demokratisierung der Demokratie, also bei der Neugründung unserer obersten staatspolitischen Werte spielen könnte. Können Sie das ausführen? Also ganz entscheidend, darüber kann man reden. Es ist eine Chance für die Demokratie, weil viel mehr Menschen die Zeit und die Kraft hätten, sich zu engagieren. Weil viel mehr Menschen das, was an Machtpotenzial in jedem von uns steckt, diese Macht muss zusammenkommen mit anderen und so können sie zusammen, sind sie fähig, die Macht zu entwickeln, auf die eigenen Lebensumstände Einfluss zu nehmen. Das ist eigentlich das positive demokratische Machtverständnis. Heute sind viele Menschen zu erschöpft, nach der Arbeit, zwischen der Arbeit, sich zu engagieren. Sie haben eigentlich die Zeit nicht mehr. Was paradox ist, weil es stimmt, dass vorhin gesagt wurde, wir arbeiten weniger lang, aber sind zum Beispiel viel erschöpfter nach dieser Arbeit, ob diese Arbeit. Und das Grundeinkommen wäre ein Beitrag zu einer Befreiung in der Arbeit für eine andere Arbeit, die aber selber gewählt und selber gestaltet wäre. Okay, also Sie sagen, Demokratie braucht Zeit und da könnte das Grundeinkommen helfen. Ich muss mich entschuldigen, ich habe vergessen, die Zwischenrufe vorzustellen. Zu meiner Linken selbstverständlich Regula Stempfi, die Sie alle kennen aus den Schweizer Medien, Historikerin, Politikwissenschaftlerin und zu meiner Rechten, er hat schon auf der Kontra-Seite, er war schon unter den Experten, Luca Urgeese von der Basler FDP. Ja, gut. Ich spiele Ihnen gleich den Ball zu. Gut, Politik braucht Zeit, das wissen wir alle, insbesondere die schweizerische Direktdemokratie. Wir haben ein Beteiligungsproblem, wir haben das Problem, dass Vorlagen komplex sind und so weiter. Kann etwas mehr Muße einen realistischen Beitrag zum besseren Funktionieren der Demokratie leisten? Ich weiß nicht, ob die große Mehrheit sich dann diese Muße nehmen würde, um sich der Politik zu widmen. Politik ist Knochenarbeit, viele komplizierte Dossiers, mühsame Debatten, manchmal auf Gemeindeebene oder auch auf Kantonsebene, es können ja nicht alle im nationalen Parlament sein, was meistens doch noch ein bisschen spannender ist. Und die fragen so, dass sie eine große Menge Leute interessieren. Ich bin nicht sicher, ob alle Leute sich jetzt gerade für die Demokratie interessieren. Es wäre ja schön. Und ich bewundere an die Groß, der dieses Konzept jahrelang selber gelebt hat und überall auch das verbreitet hat in Ländern, die weit weg von Demokratie sind. Aber so wie ich es erlebe, hat es ja viele, die sagen, ich werfe meinen Stimmkurver sowieso gleich weg. Wenn ich es erhalte, habe ich manchmal mit großem Entsetzen festgestellt. Und ob jetzt das Grundeinkommen dann bessere Menschen macht, bessere Demokraten, das bezweifle ich. Ja, also vielleicht haben wir hier einfach wieder den Gegensatz der Menschenbilder. Nun möchte ich aber Herrn Groß fragen, es geht ja in politischen Prozessen, einmal unabhängig davon, ob die Leute Zeit haben, das Abstimmungsbüchlein zu lesen oder nicht. Es geht um Macht. Es geht um Machtkämpfe, es geht um Interessenvertretung. Es geht in einer Demokratie, wenn man sich Gehör verschaffen will, auch darum, welche Machtmittel hat man, wie viele Leute kann man mobilisieren, welche ökonomische Macht hat man. Deshalb, glaube ich, ist es auch gut, dass wir hier die Machtfrage ins Zentrum stellen. Und da könnte man ja sagen, naja, also wenn die Leute ein Grundeinkommen haben und Gewerkschaftskämpfe weniger wichtig werden, vielleicht auch die Lohnarbeit im untersten Einkommenssegment entramatisiert wird, dann verlieren diese Leute einen Hebel. Haben Sie davor keine Angst? Nein, weil die Elenden, denen es am schlechten geht, das waren noch nie die größten Revolutionäre. Weil die sind besetzt von ihrer Not. Um wirklich sich engagieren zu können, muss man auch einen Platz haben. Wenn man besetzt ist von der eigenen Not, von den eigenen Problemen, hat man keinen Raum, für den anderen, mit dem anderen zusammenzudenken und sich zu fragen, wie man es anders besser machen könnte. Der Punkt ist Macht. Wir müssen zuerst auch überhaupt sagen, was wir unter Macht verstehen. Weil vorhin haben Sie die negative Definition von Macht gehört, die von Max Weber. Die ist für mich viel näher bei der Gewalt. Macht kann man auch positiv definieren, mit Hannah Arendt zum Beispiel. Dass wir zusammen können Macht entwickeln, indem wir miteinander eben mehr Einfluss entwickeln können über die Gestaltung unserer Grundlagen und unseres Umfeldes. Und für diese Entwicklung dessen, was in Ihnen als Potenzial in Ihnen steckt, brauchen Sie Fähigkeiten, Zeit, Kenntnisse, auch Musse, auch zum Beispiel die Fähigkeit, miteinander zu reden, zu diskutieren, weil das ist die Fähigkeit, die Voraussetzung, um zu klüger zu werden, weil die Diskussion ist kein Boxring, wo man einander kaputt macht, sondern man lernt miteinander klüger zu werden. Und da braucht es aber Zeit und braucht es auch eine Freiheit vom Besetztsein, vom Arbeit im Sinn von Lohnarbeit. Und das ist heute sind die Schweizer, ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, sind, wie gesagt, zu erschöpft. Wir arbeiten so viel, dass wir gar nicht mehr zum Denken kommen, geschweige denn zum entsprechenden Handeln. Und in dem Sinne gibt uns Grundeinkommen, gibt vielen Zeit zurück, welches eine eindeutige Ermächtigung ihrer Möglichkeiten ist und eine Machtverschiebung von denjenigen, die heute viel haben, zu denjenigen, die heute ganz wenig haben. Also Sie sagen, man muss sich zuerst darüber verständigen, was Macht ist. Und Sie denken, das Grundeinkommen würde einer Demokratie Vorschub leisten, in der es bei Macht um das Erschließen, das Eröffnen von Handlungsmöglichkeiten geht und nicht um den Kampf der einen gegen den anderen. Nein, das ist Gewalt, oder wenn ich Ihnen etwas antue oder Sie zu etwas zwingen, was Sie nicht wollen, dann ist das eine Art der Gewaltanwendung. Ich schmäle auch Ihre Lebenschancen, weil Ihre Lebenschancen wären grösser, wenn Sie sich selber bestimmen können und nicht von mir etwas aufdrängen lassen müssen, das Sie nicht wollen. Und dieses vorherrschende negative Machtverständnis ist aber einer der Gründe, weshalb so viele Leute auch sich abwenden von der Politik. Weil zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, um Ihre eigene mögliche Macht zu entfalten, müssen Sie mit anderen zusammenwirken. Wir gehen heute einander aus dem Weg. Wir sind so besetzt, dass wir einander aus dem Weg gehen, eher, dass wir miteinander zusammenkommen. Und damit ist die Machtlosigkeit, die Ohnmacht, schon zu Hause angekommen. Ich lasse Frau Rieckli gleich antworten. Frau Stempf hat sich schon länger gemeldet und möchte dazwischen gehen. Wobei ich sehr mit Andi Gross einige, ich möchte aber noch etwas anderes in die Runde werfen. Und zwar, Menschen haben heute, 2016, kein Kapital mehr. Sie sind das Kapital. Also für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen wirklich auch die Freiheit vom Staat. Und Sie müssen sich diesen Gedanken ganz klar auch setzen lassen. Die Menschen haben heutzutage auch spätestens seit der Finanzkrise, als wir Menschen bedingungslos für die Großbanken, für den Finanzkapitalismus herhalten mussten, um quasi ein System zu schützen, sind wir zum Kapital geworden. Wir sind es überall, auch als Organspender, Leihmütter und so weiter. Und wir sind natürlich auch das Kapital mit den Daten. Wieso sage ich das zum Grundeinkommen? Es ist ganz wichtig, dass wir das verfassungsmäßig anders denken. Nur ganz schnell, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung haben die Menschen, die Männer, das allgemeine Wahlrecht gefordert mit dem Slogan, No taxation without representation. Keine Steuern ohne Repräsentation. Und weshalb habe ich Ihnen das über das Wirtschaftssystem und Finanzsystem beschrieben? Macht ist für mich genau dasselbe. Keine Geldwirtschaft ohne Partizipation. Und da wir das Stimmrecht schon haben, brauchen wir auch ein wirtschaftliches Stimmrecht. Deshalb ist das bedingungslose Grundeinkommen ein ganz entscheidender demokratischer Schritt, um dort auch zu partizipieren zu können. Das möchte ich einwerfen. Wie reagieren Sie auf diese Statements? Ja, ich frage mich einfach, welche Macht? Es gibt Macht und Macht. Und im Moment sieht man, dass die Macht ja eher ein bisschen nach rechts schwappt. Und mir fällt ja auch auf, bei unseren Wahlkämpfen hat komischerweise eine gewisse Partei, die ich jetzt hier nicht nennen will, am meisten Elan. Die stellen bei uns, mindestens im Kanton Zürich, am meisten Plakate auf ihre Äcker. Und komischerweise können die irgendwo gefangen werden von dieser Macht. Und wenn sie ja dann ein Grundeinkommen hätten, wären sie vielleicht noch mächtiger. Also ich bin gar nicht so sicher, ob dann die Richtigen dann die Macht erreichen. Und es gab ja auch Systeme, wo alle Leute einen gewissen Lohn hatten oder mindestens keine Sorgen machen mussten um den täglichen Unterhalt. Und diese Regimes sind nicht unbedingt die demokratischsten oder die positivsten. Also ich glaube, der Zusammenhang Grundeinkommen und konstruktive Macht, Demokratie ist nicht unbedingt gegeben. Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Gott sei Dank müssen die SVP-Plakatkleber manchmal noch ins Büro. Ja, genau, sonst hätten wir noch mehr davon. Gut. Das mit dem Plakat ist ganz einfach. Die Bauern haben Grundeigentum. Sie haben viel mehr Grundeigentum als die Angestellten in der Stadt, oder? Und Plakate stecken ist Grundeigentum benutzen. Der Punkt ist, was noch schöner wäre als Beispiel, ist die Plakatflächen in der Stadt. Die kosten Geld. Und das Geld ist auch ein Machtfaktor, das ist klar. Und das ist enorm ungleich verteilt. Und die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das kein Gesetz hat, das dieses Geld fair verteilt. Aber in Zürich werden sie genau verteilt nach Prozentzahlen, also in der Stadt Zürich. Wenn man Geld hat, kann man aber auch mehr dazu kaufen. Aber was du meinst, sind die Herrschaftsverhältnisse, die ungleiche Machtnutzung und die ungleiche Machtverteilung macht Herrschaftsverhältnisse. Und diese Herrschaftsverhältnisse werden momentan schlimmer, weil viele Menschen eben nicht in der Lage sind, das, was ihnen möglich wäre, an Machtaushebung zu nutzen. Weil sie erschöpft sind, weil sie besetzt sind von der Zeit, die sie brauchen für die Erwerbsarbeit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass dort eine mögliche Verschiebung wäre, indem wir eben Zeit für uns selber gewinnen. Und ich würde, das ist genau die gleiche Diskussion von vorher, ganz viele Menschen würden froh sein, sie könnten sich besser wehren, auch für ihre Intesten mit anderen zusammen. Von daher musst du keine Angst haben, zu viele würden dann diese Zeit irgendwie nicht für ihre demokratischen Möglichkeiten nutzen. Weil sie bedauern heute, dass sie es nicht tun können. Sie sind nicht zynisch oder abgelöscht in dem Sinne. Also Sie denken, es würde zu einer Ermächtigung der Machtlosen führen, beispielsweise Belohnverhandlungen. Das ist eine viel zu schöne Formulierung, oder es ist fast pathetisch, aber es ist genau der richtige Punkt, haben Sie genannt. Gut, ja, aber könnte man nicht auch eine etwas dystopischere Prognose haben? Ich kann mir so vorstellen, nicht eines der Argumente sind die Transformation des Arbeitsmarktes, ob man das nun da eher dazu neigt, dass diese Transformationen dramatisch sein werden, sehr bald, wie das viele Leute tun, oder dazu neigt, zu sagen, nein, nein, wir warten einfach ab und das kommt alles nicht so schlimm. Der Standpunkt, der heute Abend hier vertreten wurde mehrheitlich. Gehen wir davon aus, wir haben diese Transformation, gehen wir davon aus, wir haben immer signifikantere Teile der Bevölkerung, die sich nicht mehr wirklich produktiv im klassischen Sinne einsetzen lässt. Und dann werden sie parkiert. Dann werden sie parkiert mit zweieinhalbtausend Franken. Abgefunden, Abfindung für Irrelevanz ist nicht das vielleicht auch etwas, was hinter dem Grundeinkommen stehen könnte, oder mindestens dahinter stehen könnte, dass das Grundeinkommen in den 60er Jahren, wir haben das vollkommen vergessen, das findet auch in der Schweizer Diskussion überhaupt keine, spielt das überhaupt keine Rolle, aber ich meine, kein geringerer als der republikanische Präsident Richard Nixon hat im Jahr 1969 eine Gesetzesvorlage durch den republikanischen dominierten Kongress durchgebracht, im Senat, das ist dann gescheitert, zur Einführung des Grundeinkommens in den Vereinigten Staaten. Also, wollen Sie wirklich im Boot mit Nächsten sein? Nein, nein, aber wenn Sie jetzt zugehört haben, die Diskussion bisher ist immer ganz klar geworden, der Regen war von Friedman inspiriert und der wollte die Sozialleistungen abschaffen und das Lohneinkommen ersetzen. Und das ist eine Position, die heute niemand hier vertreten hat. Wir sind in der Tradition von Thomas Morus, der vor 500 Jahren in seiner Utopia schon gesagt hat, jedes Existenz ist garantiert und der Tom Paine, wenn schon ein Amerikaner, dann den Tom Paine, oder? Der ist derjenige, der gesagt hat, wir können uns auch ohne Könige regieren, wir brauchen keine Könige. Der hat gesagt, wenn die Menschenrechte ernst genommen werden, muss die Existenz garantiert sein, weil sonst ist das Menschenrecht ein Privileg jener, welche sich selber die Existenz garantieren können. Und das ist unsere Tradition. Und zweitens, Sie haben in Ihrer Frage unterstellt, dass die Relevanz von der Arbeit kommt. Und für uns zwei stimmt das. Wir sind aber enorm privilegierte Menschen, die in ihrer Arbeit aufgehen, sich verwirklichen können. Aber das ist heute eine Minderheit. Und wenn alle solche Arbeit hätten, dann wäre die Diskussion vielleicht weniger nötig. Aber diese Art von Arbeit, das ist die These auch von Robert Reich heute im Tagesanzeiger, die wird immer geringer werden. Und es stimmt schon, dass ein Mensch gesagt hat, es wird andere Arbeit ersetzt werden. Aber die Entlöhnung dieser anderen Arbeit und die Sinnhaftigkeit dieser anderen Arbeit, die wird massiv abnehmen. Deshalb muss man es kompensieren mit einer Grundsicherung. Ja, also, um nur noch ganz kurz nachzufassen. Es ist nämlich schon klar, dass Sie nicht an Milton Friedman, der übrigens mit der negativen Einkommenssteuer auch einer der großen Pioniere eines solchen Finanzierungsmodells ist, anknüpfen, sondern eben an Morris und Payne. Und die größten Gründerfiguren, ja, eigentlich der bürgerlichen Welt, kann man hier zwar auch noch sagen. Aber ist das nicht eine Gefahr? Ist das nicht eine Gefahr, dass man die Leute parkiert? Dass das am Ende dabei herauskommen wird? Sie müssen, also, mein Vater hat immer gesagt, nur die Dummen meinen, die anderen seien noch dümmer. Also, wieso sollen es, glauben Sie, die Menschen lassen sich einfach parkieren? Und dann noch im Parkverbot, oder was? Nein. Gut. Also, es ist ja nicht eine Frage der Dummheit, sondern ich glaube, es ist ein anderes Menschenbild. Und ich, wenn Sie allen Menschen 2.500 Franken pro Monat geben, eben, die einen nutzen es auf diese Art, auf die anderen anders, aber es ist schon so, sie beruhigen die. Das kommt mir ein bisschen vor wie Brot und Spiele. Also, sie geben ihnen Brot, dann sind sie zufrieden, die können dann auch spielen. Heute gibt es genügend Spiele, die man auch noch machen kann, oder eben, ja, Sachen, die wir, du und ich, wir finden nie, nicht so lustig. Aber es gibt viele Leute, die finden das wunderbar. Man muss auch mal am Sonntag oder am Samstag mal schauen, was der große Teil der Bevölkerung macht. Die sind nicht wie Sie im Theater, die sind irgendwo und schauen, ja, wo läuft etwas ab, oder wo kann ich vielleicht noch etwas loslassen oder irgendwie mich speziell vergnügen. Also, die sind einfach anders, ja, veranlagt. Ich glaube, dieses Idealbild von Menschen, das ist immer und zwar immer ein kleiner Teil, der sich um Demokratie, um Literatur, um Kunst, um Wissenschaft gekümmert hat und die große Menge. Ich meine, das sieht man ja dann im Publikum. Ich mache eine Wette, dass etwa 20 Prozent am Schluss Ja sagen zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Und hier im Saal dürften wahrscheinlich die Leute, die Nein stimmen, vielleicht 10 Prozent sein und 90 Prozent werden Ja stimmen. Das war übrigens auch an dieser Radiosendung, an der ich teilnehmen konnte, vorum so. Die alle Zuhörer, die telefoniert haben, waren dafür. Ich weiß nicht, wo die Übrigen sind, aber die haben schon lange irgendwo sich verabschiedet und gesagt, die Spinner, die sollen nur selber jetzt mit diesem Modell sich rumschlagen. Wir stimmen dann Nein, oder? Also, darf ich schnell was sagen? Also, es geht ja um die Machtfrage. Und also, das mit dem, unterschätzen Sie nie die Menschen. Ich weiß nicht, woher, dass Sie das nehmen. Also, dieses, auch die, die Wortwahl parkieren und was auch immer. Also, unterschätzen Sie die Menschen nie. Die Menschen sind viel, viel mehr als das, was sie vielleicht denken oder was die Medien erzählen. Das sind wir. Und ich stehe auf den Schultern von Gigantinnen. Ich stehe auf den Schultern von Menschen mit Menstruationshintergrund, mit Migrationshintergrund und so weiter, die eine Welt gedacht haben. Eine Welt, als Menschen gedacht haben. Ein bedingungsloses Menschsein, als das überhaupt nie jemandem in den Sinn gekommen wäre. Deshalb denke ich, was ist so schwierig dran? Ein bedingungsloses Menschsein mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Die Bedingungslosigkeit ist ja das Wichtige. Eben diese Würde, nicht von Bedingungen abzuhängen, sowohl Freiheit vom Staat zu leben, als auch Freiheit zum Staat. Weil im Verfassungsartikel steht nämlich auch drin, es muss so hoch sein. Deshalb finde ich immer diese 2.500 Franken eine blöde Zahl. Es muss so hoch sein, dass es die Partizipation an der Öffentlichkeit ermöglicht. Also es geht tatsächlich darum, unser Wirtschaftssystem ganz anders zu denken. Und es hat schon im Kopf auch revolutionäre Wirkungen. Und vielleicht das mögen Sie nicht. Ich bin manchmal schon erstaunt. Also wenn ich hier zuhöre, habe ich das Gefühl, wir leben hier in einem Land von Unterdrückten. Und wenn wir denen allen ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, und dann haben wir jetzt plötzlich einen massiven Linksrutsch und die politischen Entscheidungen fallen plötzlich alle ganz anders aus. Politische Position, das ist auch etwas vom Grundeinkommen. Da sage ich nichts mehr. Aber nicht mit dem Links, dass alle Menschen links sind. Es geht wiederum links und rechts. Es geht um das bedingungslose Menschsein. Nein, aber als ich hier groß vorhin zugehört habe, oder? Da hat es quasi getönt, gibt den Menschen mehr Macht, damit sie sich politisch dann einbringen können. Und plötzlich fallen dann die Entscheide plötzlich anders aus. So hat es getönt, dass ich Herrn Groß vorher zugehört habe. Und ich denke, schauen wir uns doch dieses politische System an. Wenn das tatsächlich der Realität entsprechen würde, hätten wir dann wirklich eine AHV. Wer hat denn die AHV durchgesetzt? Die freie Kraft der Arbeitnehmer, oder? Also es ist doch nicht so, dass die Wirtschaft völlig unabhängig ist von den Arbeitnehmern. Wir haben hier Herr Scheurer vom VPOD. Sie können mir als Großrat glauben, wenn der VPOD eine Devise ausgibt, dann kriegt es kurze Teile im Großen Rat, die bekommen das Beinschlottern, oder? Also hier gibt es durchaus eine Macht bei den Arbeitnehmern. Die sollten sich nicht unter Wert verkaufen. Die Macht ist durchaus vorhanden. Also Herr Gese, die AHV ist ein gutes Beispiel, oder? Da hat man 1868 damit begonnen und 1948 ist sie dann eingeführt worden. Wir sind jetzt heute 1868 bei der AHV für alle. Weil die AHV wurde genauso bekämpft, wie heute das Grundeinland. Wieso sollen die ab 65 oder 63 staatliche Rente bekommen? Aber die Kathi hat drei Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. 20 Prozent wäre übrigens schon gut. Dafür musst du aber auch Ja stimmen, damit es 20 Prozent sind. Und zweitens, das, was du gesagt hast, was du siehst in der Innenstadt von Zürich, was die Leute so tun am Samstagabend. Das Paradoxe ist eben genau, dass die Sinnentleertheit der Arbeit vielen auch die Freizeit bestimmt, oder? Die Art, wie die Freizeit benutzt wird, entspricht vielmehr der wesentlichen Arbeitsartigkeit, sozusagen. Die Leute springen nicht auf, aus in die andere Welt, sondern sie bleiben in dieser mechanisierten, wie würden wir sagen, fremdbestimmten Welt. Und drittens, du hast mich versucht, so auf die Ideale schien, er hat es versucht mit dem Sozialismus und so. Dabei, ich habe von der Demokratie gesprochen. Sie würden ganz sicher sein, die Freisinnigen würden auch stärker, weil viel mehr Leute freisinnig wählen würden, wenn sie mehr studieren könnten. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, die Potenziale, du hast mich versucht, auf die Idealistin abzuschieben, oder? Zum Realistischen gehört auch, was in der Gegenwart an Möglichkeiten steckt, im Interesse von uns allen, das aber geboren werden muss. Und an diesem Prozess des Gebärenwerdens sind wir. Und das darfst du nicht als Ideal einfach abtun, weil das gehört auch zur Wirklichkeit, was in der Möglichkeit von der besseren Wirklichkeit in der heutigen Wirklichkeit drinsteht. Ja, also ich glaube, das ist schon ein interessanter Punkt bezüglich der Machtfrage. Die Frage, ist nun das Grundeinkommen ein linkes oder ein rechtes Projekt? Wenn man es historisch ansieht, dann ist es wirklich weder das eine noch das andere. Also das ist einfach die historische Evidenz. Und es gab auch immer Versuche, das Grundeinkommen einzuführen, um den Sozialstaat abzubauen. Nämlich dann, wenn es sehr tief ist. Dann kann man auch Geld sparen. Also ich denke, die Frage ist zunächst einmal, links, rechts, vielleicht einfach eine Frage der Höhe. Und dann ja schon auch eine Frage, die zu tun hat mit dem Menschenbild, die zu tun hat mit der Frage, wie reagiert man auf Anreizstrukturen. Herr Binswanger, Sie haben das am Samstag in Ihrer Kolumne schon geschrieben, aber es ist deshalb nicht wahr, meiner Meinung nach. Wenn Sie den Thomas Morus nehmen, der hat vor 500 Jahren ein Büchlein geschrieben, wo er auch die Gattung Utopie definiert hat. Und dort steckt das drin. Und links und rechts ist letztlich einfach, werden die Herrschaftsverhältnisse abgebaut. Das heißt, die Fremdbestimmung abgebaut oder wird die Fremdbestimmung nimmt zu. Das ist eine bessere Definition als links und rechts. Und das Grundeigentum ist ein Beitrag zum Abbau von Fremdbestimmung. Und in dem Sinne ist er ein emanzipativer, ein progressiver Vorschlag. Aber Sie würden mir recht geben, dass der Abbau von Fremdbestimmung schon auch korreliert ist mit der Höhe. Ja, aber Herr Binswanger, darf ich nur ganz schnell was Realistisches sagen. Wenn wir schon, ausgerechnet ich, wenn wir schon unter neoliberalen Bedingungen leben, dann muss ich sagen, also mit Anita Vez, dann lebe ich den Neoliberalismus lieber mit einem bedingungslosen, garantierten Grundeinkommen als ohne. Also das wäre dann das Argument so umgedreht. Und noch schnell etwas zur AHV. Das regt mich wirklich zu Tode auf in der Schweiz, dass die AHV im Sozialleistung und Sozialwert, das wurde massiv hart erkämpft und es baut auf der Militärersatzordnung auf, weil es wurde nämlich genau dasselbe Bezahlungsmodell genommen, das sie im Zweiten Weltkrieg für den Ernährer eingeführt haben, damit nicht wie im Ersten Weltkrieg im Anschluss einen Generalstreik gibt. Also so viel politische Geschichte muss sein in der Schweiz. Sehr viel, auch das Frauenstimmrecht beispielsweise, ist mit dem Militär zusammengekoppelt. Und wie gesagt, die AHV ist zum Teil auch eine Zwangsfinanzierung. Also wie gesagt, das sind alles so Argumente, die nicht dagegen sprechen, die nur von Leuten geäußert werden, die eben die Macht, die das bedingungslose Grundeinkommen auf ganz viele Schultern verteilt, die mit dem nicht leben können. Die mit einer inszenierten politischen direkten Demokratie sehr wohl leben können, aber mit einer tatsächlichen Demokratie, also einer Freiheit vom und zum Staat nicht leben wollen. Haben Sie ganz einfach, haben Sie Angst vor dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil Sie Angst haben vor befreiten Bürgern? Aber Entschuldigung, das ist doch keine Freiheit vom Staat, sondern das ist der Weg in die direkte Abhängigkeit vom Staat. Sie beziehen künftig, jeder bezieht künftig 2005, Lassen Sie mich ausreden bitte. Sie beziehen künftig 2005, jeder bezieht 2500 Franken vom Staat und ist somit direkt Empfänger von einer Staatsrente. Also erzählen Sie mir doch nichts von der Freiheit vom Staat. Das ist unser Geld, das ist Ihr und mein Geld. Wir geben einander 2500 Franken. Ich weiß nicht, welches Staat verständlich Sie haben. Kurz, jetzt versuchen Sie die Diskussion wieder ins Zentrum zu stellen. Ja, Frau Weglin. Frau Stempfli, müssen wir natürlich noch fragen, wer bezahlt das am Schluss? Ich meine Geld, der Helikoptergeld, das ist ein Modell der gewisser Superökonomen. Also irgendwo muss ja das Geld noch herkommen und irgendjemand muss ja auch noch arbeiten in unserer Gesellschaft und er muss auch noch arbeiten am Schluss, vielleicht am Samstagabend und er muss die unangenehme Arbeit machen und zu Zeiten, wo wir vielleicht lieber in den Ausgang gehen und, und, und. Und das haben wir da bis jetzt eigentlich finanziert, indem man den Leuten immerhin einen anständigen oder ein bisschen höheren Lohn gegeben hat und irgendwer sollte ja arbeiten. Es können ja nicht nur alle Demokratieprojekte ausdenken und schauen, wie können wir die Macht untereinander verteilen. Also das Modell geht einfach nicht auf. Herr Ogeese, die Freiheit ist viel mehr als das Verhältnis zum Staat. Die Freiheit ist die Fähigkeit, miteinander auf unser Leben Einfluss zu nehmen. Wir haben einen viel umfassenden Freiheitsbegriff und bezahlt, und diese Rente bezahlt die Gesellschaft sich selber. Der Staat ist nur ein Mittelsmann, der eventuell etwas organisiert. Mit dem Staat oder Abhängigkeit vom Staat hat das nichts zu tun. Und da müssen Sie vielleicht sich lösen von Ihrem alten Slogan, mehr Freiheit, weniger Staat. Es braucht auch zum Teil den Staat genau, um diese Freiheit für alle abzusichern. Sie haben doch vorher von der gewaltfreien Macht gesprochen, oder? Also wir müssen die Macht von der Gewalt lösen. Macht ist am Ende immer irgendeine Form von Gewalt. Wenn Sie sich überlegen, wie Sie dieses bedingungslose Grundeinkommen finanzieren wollen. Irgendjemandem müssen Sie Geld wegnehmen. Und wenn er es nicht freiwillig hergibt, nehmen Sie es mit Zwang. Nein, mit einem Gesetz. Und was ist das Gesetz? Das Gesetz ist doch festgeschriebener Zwang. Wenn Sie sich nicht daran halten, kommt die Zwangsvollzugsbehörde. Nein. Also wir müssen unbedingt wieder zusammenkommen, dass wir das klären können. Macht ist nicht Gewalt. Demokratische Macht ist nicht Gewalt. Macht ist am Schluss immer eine Form von Gewalt. Nein. Nein. Da sind Sie genauso blind wie vorher beim Menschenbild. Okay, gut. Das ist eine fundamentale, philosophische Frage. Ah, okay. Warum ist das so? Das mache ich sehr gerne, oder? Weil Herr Gross hat vorher von demokratischen Prozessen gesprochen. Man muss möglichst viele oder alle an der Macht beteiligen. Aber am Schluss gibt es irgendeine Form einer Entscheidung. Und die wird, weil wir nie alle 100% einer Meinung sind, immer eine Mehrheitsentscheidung sein. Das heisst, eine Mehrheit wird einer Minderheit ihren Willen aufzwingen. Das wird am Schluss immer so sein in einer Demokratie. Und am Schluss müssen Sie das in irgendeiner Form durchsetzen. Und wie setzen Sie das durch? Mit Zwang. Aber am Ende der Auseinandersetzung steht eine Entscheidung. Wir können drei Stunden lang diskutieren und uns miteinander auseinandersetzen. Aber irgendwann müssen wir die Entscheidung treffen. Irgendwann entscheiden wir uns. Gut, gut. Also ich glaube, das ist ein total zentraler Punkt. Ich weiß nicht, ob wir, es gibt offenbar das Bedürfnis, wir kommen etwas ans Ende. Ich möchte noch einmal etwas näher, jetzt von der philosophischen Ebene etwas herunter, etwas näher an die Machtverhältnisse in unserem Lande. Denn es wurde schon verschiedentlich angesprochen. Es gibt in der Kunstgeschichte ja den schönen Begriff der helvetischen Stilverspätung. Die Schweizer sind immer verspätet, historisch. Sie waren wahnsinnig verspätet bei der AHV. Sie waren wahnsinnig verspätet beim Krankenkassenobligatorium. Vom Frauenstimmrecht reden wir gar nicht. Also wir sind eigentlich das sozialpolitische Schlusslicht der Welt oder mindestens Europas. Ja, der westlichen Welt. Naja, die Amerikaner brauchten bei der Krankenkasse etwas länger. Immerhin. Aber jetzt wird hier etwas diskutiert, was überall am Brodeln ist, ob es kommen wird oder nicht, ob es die Zukunft sein wird oder nicht. Darüber gehen die Meinungen auseinander. However, wir sind absolute Avantgarde. Für einmal. Weshalb eigentlich? Wie erklärt sich das? Das ist ganz einfach, weil wir bei uns waren schon einmal nicht das Schlusslicht, sondern die Avantgarde. Bei 1848 haben die Liberalen die einzig gelungene bürgerliche Revolution, übrigens auch dank Europa, weil wenn die Österreicher und die Tschechen und die Ungarn Metternich nicht beschäftigt hätten militärisch, hätte der den Konservativen geholfen und die Liberalen hätten verloren. Das müssen wir auch mal eingehen. Klar, aber das war nicht sozialpolitisch. Und zweitens, und 20 Jahre später haben jene, welche eben sich im Parlament nicht vertreten fühlten, weil die Liberalen haben sich vor allem mit dem Eisenbahnbau, der Kapitalbedarf ging hoch, die Bauern verdienten weniger, mussten aber mehr bezahlen für den Ertrag, haben gesagt, die kümmern nicht um uns, wir müssen selber zusätzlich zur Wahl Instrumente haben, wo wir die zwingen können, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Not Rücksicht zu nehmen. Und deshalb sind im 19. Jahrhundert weitergehende Instrumente wie das Volksinitiativrecht erkämpft worden. Weil die Liberalen zum Beispiel haben gesagt, die Sache des Volkes ist so wichtig, dass man sie nicht dem Volk überlassen darf. Und das hat das Volk nicht akzeptiert und bis heute nicht, oder? Und deshalb ist die Schweiz das einzige Land, wo man mit 100.000 Unterschriften, und das ist genau der Punkt, die Gesellschaft zu einer Diskussion zwingen kann, die sie eventuell gar nicht möchte. Aber das ist das Recht dieser Initianten. Und deshalb ist heute eine Diskussion über eine Utopie möglich, das in anderen Orten übrigens auch ein Bedürfnis wäre, aber die Leute haben noch nicht das Instrument, ihre Gesellschaft dazu zu zwingen. Frau Recklin, teilen Sie diese Analyse. Also, ich finde die Diskussion interessant. Ich frage mich einfach, ob man eben alle solche spannenden Themen unbedingt gerade in einer Volksabstimmung dann entscheiden muss, weil das Resultat wird wahrscheinlich niederschmetternd sein, aber die Debatte haben wir geführt und es sind auch nicht alle Volksinitiativen so fundiert und philosophisch überlegt. Wenn ich an die Hornkuh-Initiative denke, über die wir dann bald einmal auch noch abstimmen dürfen, dann ist das irgendwo, das Instrument ist allen überlassen, aber man kann auch am Schluss auch die Demokratie beinahe zu Tode führen, wenn man zu viele Initiativen bringt, die dann am Schluss zu utopisch sind oder natürlich auch eben, leider sind dann die von rechts immer die Erfolgreicheren und das schmerzt mich auch immer und diese Initiative wird eben sehr wenig Chancen haben. Aber die Debatte hier ist spannend, ja, sonst wären sie nicht gekommen. Ja, und ein Szenario à la Armeeabschaffung halten Sie für ausgeschlossen. Das sieht jetzt im Moment ja auch wieder, der Trend geht völlig in die andere Richtung und ich glaube jetzt im Moment müssen wir einfach ein bisschen den Kopf runterhalten und schauen, dass wieder bessere Zeiten kommen. Wollen Sie falsch entscheiden? Sie sind ein Veteran schon der Armeeabschaffung. Wie sehen Sie da die Kontinuitäten? Nein, Kathi Riklin hat recht gehabt, 20 Prozent wären schon gut, deshalb muss sie auch noch zustimmen, damit es 20 Prozent werden. Sie wird das auch, oder? Weil sie auch merkt, je besser das Resultat, umso besser die Zukunft. Aber für 36 Prozent muss man anders da arbeiten. Das ist das Paradox. Weil wir haben zehn Jahre lang mit einer zwei Millionen Menschen angesprochen in zehn Jahren. Und das ist eine kommunikative Leistung gewesen, die seither so nicht mehr möglich war. Und es ist auch einfacher gewesen bei Dramee, weil viel mehr Menschen wussten, was wir machen wollten. Vor allem die Männer, denen kannte man die Sache nicht besser machen, als sie war. Von daher kann man es nicht vergleichen. Und die Möglichkeiten für diese Initiative sind viel schwieriger. Aber mit 20 Prozent wäre das schon ein gutes Ergebnis. Ja, aber Sie sagen, es braucht zehn Jahre. Also so in acht Jahren sehen wir uns dann wieder. Nein, nein, bei der AHV habe ich gesagt, 100 Jahre. Nein, aber jetzt bei der Armeeabschaffung, nicht? Sie sagen, wir waren erfolgreicher, weil wir hatten sehr viel mehr Vorlauf. Nein, wir haben uns zehn Jahre, diese zehn Jahre voll in die Auseinandersetzung mit den Schweizerinnen und Schweizer investiert. Wir kamen nicht auf die Titel, doch, doch, aber das ist nicht so wichtig. Aber der Punkt ist, diese Initiative, die muss man noch einige Male wiederholen. Und sie wird immer besser werden, weil das, was jetzt diskutiert und gelernt wird, wird in die nächste Initiative eingehen. Das ist der Fortschritt, oder? Aber man muss noch einige Anläufe machen und dann wird der Moment kommen, wo die CVP im Parlament seit jetzt sei die Zeit reif und jetzt machen wir die Mehrheit für das Grundeinkommen. Wunderbar. Ich würde sagen, mit diesem versöhnlichen Statement beschließen wir die zweite Runde. Herzlichen Dank. Es ist wirklich eine lange Nacht des Grundeinkommens hier und die 300 Zuschauer im Saal gehen jetzt erstmal in die wohlverdiente Pause. Vor der Pause habe ich nicht zu viel versprochen. Hier steht Manuel Michel und das ist eben ein ganz besonderer Mann. Der steckt nämlich hinter all den Nachrichten auf Facebook und Twitter und antwortet euch auf die Fragen, die ihr stellt. Manuel, sag mal, wie machst du das? Es kommen so viele Nachrichten an, an die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Erzähl. Du siehst ja meine Augenringe, oder? Das sagt schon alles. Nee, ich, genau, alle, die jetzt zugucken und immer denken, ja, der schreibt mir eigentlich immer erst drei Tage später zurück, das tut mir schrecklich leid, aber es geht manchmal gar nicht anders. Und das ist schon so, es ist eine Riesenflut an manchmal einfach Unterstützungswünsche, hey, ihr macht das super, macht weiter so. Aber auch ganz viele Fragen, halt, ja, was wäre denn mit mir? Hätte ich dann mehr Geld, hätte ich weniger? Was passiert da genau? Und das Feedback, das da reinkommt, ist extrem. Es erstaunt mich immer wieder eigentlich. Und sag mal, wie ist das Feedback zu heute Abend? Haben die Leute auch getwittert? Haben die ihre Meinung gesagt? Weil die hören jetzt Stunde um Stunde zu, hören diese Kontroverse. Wie sind die Reaktionen heute Abend? Die Reaktionen sind eigentlich sehr einseitig, aber es ist wahrscheinlich auch klar, wir mobilisieren über unsere Kanäle und es sind auch irgendwie Leute dahinter, die da schreiben, die das auch unterstützen. Das merkt man auch. Da kommt sehr viel Zuspruch, da kommen Entgegnungen auf Aussagen, der Kontra-Seite. Also es ist, die Involviertheit ist sicher stärker in der verführt wordenen Seite, aber es hat auch ein paar Kommentare, die man auch immer wieder hat. Sei es Leute, die wirklich dafür argumentieren oder sagen wir eher dagegen, wieso es nicht geht. Oder halt auch einfach Zwischenrufe, na, ist doch eh alles scheiße. Das hat man auch immer, aber es gehört dazu und es ist heute Abend nicht viel anders. Und sag mal, welche Art von Postings kommen am besten an? Sind das die Bilder? Sind das bestimmte Beiträge? Du bist doch da am nächsten dran. Was finden die Menschen besonders gut? Ja, was finden wir gut? Natürlich, wenn es vorwärts geht. Und das merken wir auch immer, sobald wieder irgendwie ein Artikel kommt oder ein Video, wo wir alle auch wieder merken, hey, es geht was vorwärts. Sei es ein gutes Umfrageergebnis, sei es irgendwie ein Erfolg wie, sagen wir, das Testexperiment in Lausanne, das jetzt geplant ist, solche Sachen, das bewegt die Leute auch. Weil man merkt, okay, es geht vorwärts, da passiert was. Und das merke ich schon bei mir, es ist immer das Zeug, dass ich denke, oh, wie geil, muss ich unbedingt irgendwie mit der Welt teilen. Und genauso kommt es auch an. Und die Leute nehmen das auch, danken auf und denken, ah ja, genau, das, was wir machen, das geht vorwärts. Und da freuen sich alle drüber und das ist vor und hinter dem Bildschirm meistens das Gleiche. Ja, vielen Dank, Manuel. Und für euch zu Hause den Tipp, wenn ihr uns schreibt auf Grundeinkommen, ja, auf bedingungsloses Grundeinkommen, schreibt manchmal, Manuel, vielen Dank und ein Smiley. Schon okay. Danke dir, Bruder. Tschau, schönen Abend, Manuel. Ja, jetzt schaue ich einmal in den Saal. Die Menschen erholen sich gut und die Regie winkt den nächsten Gast für mich herbei. Da freue ich mich sehr. Ja, der müsste ins Licht kommen. Er müsste ins Licht kommen. Ja. Darf ich zwei Fragen stellen? Andi Groß. Ja? Darf ich einmal? Wir befinden uns hier weiterhin bei der Veranstaltung und zwar ist das der Livestream, der die ganze Zeit läuft und während der Pause gibt es ein paar Interviews. Und ich habe die Frage an Sie, wie war das für Sie? Haben Sie jetzt blaue Flecken von diesem Kampf im Ring? Nein, ich finde die Inszenierung als Boxkampf ist völlig unangemessen. Eine Diskussion ist kein Boxen, sondern eine Diskussion, da versucht man miteinander klüger zu werden und nicht einen anderen niederzuschlagen. Und ein Boxer, der hasst den anderen, weil nur so kann er ihm so viel Gewalt antun. Deshalb ist der Boxring etwas vom Falschsten für eine politische Diskussion. Das ist, wie wenn die Vegetarier in einer Metzgerhalle tagen würden. War das jetzt anstrengend dort, dieses Pro und Contra, um das auszuhalten? Ich meine, Sie sind das ja gewohnt als... Das ist überhaupt nicht anstrengend. Es ist sogar so, dass die andere Seite hat eigentlich wenig stichhaltige Einwände gehabt. Aber, wie gesagt, es ist kein Boxen. Eine Diskussion verwechselnd mit einem Boxkampf zeigt eigentlich, dass man Wesentliches von der Demokratie nicht internalisiert hat. Man könnte auch sagen, nicht verstanden hat. Und dass das Theater einen solchen Fehler macht, muss einem schwer zu denken geben, weil es zeigt, dass eigentlich die Demokratie sogar von den Künstlern falsch verstanden wird, von den privilegierten Künstlern. Wie sollen dann die normalen Leute, die eben acht oder zehn Stunden im Tag arbeiten müssen und erschöpft sind, wie sollen die dann die Demokratie besser verstehen können? Also jetzt habe ich nochmal eine Frage an Sie, die mir ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Nämlich haben wir vom Kampagnenteam in Basel, haben mal über einen Nachmittag zusammengesessen, vor zwei Jahren war das, glaube ich, und über die bevorstehende Initiative gesprochen und auch darüber, was wir für Aktionen machen können, was Sie für Erfahrungen haben, was Sie für Tipps für uns haben. Wenn Sie jetzt darauf schauen, wie die Kampagne verläuft, wie beurteilen Sie das? Also da habe ich ganz viele sehr kritische Bemerkungen, aber die sage ich erst nach der Abstimmung, sonst würden die euch viel zu sehr entmutigen. Was ihr sehr gut geschafft habt, ist in die Schlagzeilen zu kommen. Aber die Kunst bei einer Volksinitiative ist, dass man auch jene Menschen erreicht, die verunsichert sind. Und da habt ihr mehr als ein Jahr unnütz verstreichen lassen, die ihr genau für diese Arbeit hättet nützen können. Zum Beispiel das Ausländerthema, das hätte vor einem Jahr diskutiert werden sollen und nicht kurz vor der Abstimmung. Weil je kürzer oder je näher es zur Abstimmung kommt, umso weniger sind die Menschen offen, eine andere Meinung in sich aufzunehmen. Und deshalb kann man die Diskussion nicht konzentrieren in der Schweiz. In Amerika schon oder in anderen Ländern auch. Aber in der Schweiz muss man vor allem, hättet ihr das 2014 und die erste Hälfte des 2015, ganz anders nutzen müssen für diese Diskussion. Und zweitens, diese Diskussion sollte heute nicht mehr in Basel stattfinden, sondern in einer Stadt, die sich viel weniger gewohnt ist, darüber nachzudenken. Die Stadt Basel ist für euch wie der Fußball in Basel. Ihr seid hier zu Hause. Aber um 20 Prozent zu gewinnen, müsst ihr eben auch an anderen Orten in der Schweiz zu Hause sein. Und das seid ihr zu wenig, weil ihr habt die Zeit nicht genutzt, die dazu notwendig gewesen wäre, um auch an anderen Orten euch zu beheimaten, sozusagen. Ja, danke für diese große Kritik. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die letzte Rede, die Sie im Nationalrat gehalten haben, war über das bedingungslose Grundeinkommen. Stimmt das? Ja, ja, da war ich wirklich stolz. Ich bin ja mit einer Utopie ins Parlament gekommen, 1991. Und bin mit einer Utopie jetzt auch wieder rausgekommen. Und das ist gut für einen Utopisten, oder? Vielen Dank, Andi Gross. Ja, puh, das geht mir jetzt erstmal ganz nah, mit Andi Gross diese Worte zu hören und das Feedback. Und so gehen wir, glaube ich, in die nächste Runde. Es läutet, glaube ich. Stimmt das? Ja, zwei Stunden, lange Nacht des Grundeinkommens, stehen uns noch bevor. Viel Freude. Vielen Dank. 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 Und dann haben wir uns so, ich, die, die, die Voraussetzung, zum Nachdenken, die Voraussetzung, dafür, die, der Kern, die, und, 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 Ich, Ich kenne niemanden, der mit 2500 Franken mehr Musse hat. Der hat nämlich mehr Stress, weil das nicht mal für seine Miete reicht. Ich, ich, wir müssen jetzt nicht, glaube ich, das Grund, die Struktur wie das Grundeinkommen zustande kommt, äh, nochmal diskutieren. Für mich ist wichtig, was es signalisiert. Das Grundrecht, das Grundrecht auf ein Einkommen, das unabhängig ist von dem, was unsere Gesellschaft Leistung nennt und was messbar ist und was natürlich immer monetär messbar sein muss, um sozusagen der PC-Gesellschaft zu genügen, der digitalen Gesellschaft zu genügen. Das ist etwas ganz anderes, diese Art Freiheit, die ich habe, eben ich habe sie mit Muse umschrieben, etwas anderes zu denken, mir zu leisten, etwas anderes zu denken. In dieser Muse sind große Entdeckungen gemacht worden. Newton hat die Gravitationslehre entdeckt, als er unter dem Appelbaum lag und nicht an irgendeiner Werkbank stand. Und im Gotthard werden heute die ehemaligen Festungsräume genutzt als Chill-Räume für gestresste Management, die handyfrei sein müssen. Also wir haben ein Bedürfnis im Systemzwang der Wirtschaft, wo ich mich verkaufen muss, wo ich sozusagen mit den Kriterien eines Produktes gemessen werde, wieder Produzent zu werden. Herr Lüchinger, Sie sind mit der Produktion eines Produktes beschäftigt und Sie sind ununterbrochen damit beschäftigt, auch an Ihren Kunden Produkteigenschaften wahrzunehmen. Es muss ja messbar sein, was ankommt und warum es ankommt. In gewissem Sinne sind Sie der Unfreie in Ihrem Job. Ich sehe in der Schweiz 8 Millionen unfreie, unglückliche, gestresste Menschen, zum Beispiel alle hier drin, alle gestresst, darum brauchen Sie dringend ein Grundeinkommen. Darum brauchen Sie den Blick. Ich sehe das nicht. Das ist für mich eine wunderbare Theorie, die man wunderbar ausbreiten kann, aber die Realität ist doch eine ganz andere. Mit diesen 2500 Franken zerstören wir einen Sozialstaat, den wir 100 Jahre lang mit dem Blut der Arbeiter aufgebaut haben, ohne zu wissen, was wir dafür bekommen. Und ich möchte dann mal unsere Kinder und Kindeskinder fragen, wie Sie das sehen, wenn das eingeführt wurde und das Ganze funktioniert nicht mehr. Wenn ich diesen Satz noch schnell sagen darf. Die Wirtschaft ist ein ganz diffizilen Mechanismus. Und wir nehmen jetzt ein Stückchen raus und sagen, okay, jeder von uns bekommt 2500 Franken. Was das bedeutet für den ganzen Mechanismus, eben für den Sozialvertrag zwischen den Generationen. Was das heißt für die Arbeitsplätze in diesem Land. Was das heißt für diese Investitionen in diesem Land. Jetzt können Sie sagen, das ist alles unwichtig. Also ich finde nicht, dass es unwichtig ist. Und was dieses Grundeinkommen für diese Parameter bedeutet, weiß kein Mensch. Und wenn wir das einführen, dann ist das wie wenn wir in eine Rakete steigen würden. Und wir wissen genau, wir können fünf Kilometer in die Höhe damit fliegen, aber wir wollen zum Mond. Und was passiert denn nach diesen fünf Kilometern? Und die Verantwortung dafür, was dann passiert, haben all diese Menschen, die an diesem besagten Wahlsonntag Ja stimmen. Und die Quintessenz von dem Ganzen, die wird vielleicht in 20 oder 30 Jahren dann mal gefällt. Gut, wenn ich noch, also wir haben über die Frage der Realisierbarkeit, Sie sind vielleicht noch nicht da gewesen, da haben wir schon sehr viel geredet. Es ist vollkommen legitim, das wieder aufzunehmen. Aber die Frage Finanzierbarkeit, wirtschaftliche Folgen und so weiter können wir gerne weiterverhandeln. Ich fände es gut, wenn wir den Fokus etwas anders legen. Könnten wir vielleicht auf den Punkt zurückkommen? Sind Sie empfänglich für das Argument, dass unser heutiges Leben durchökonomisiert ist und dass es wünschenswert wäre, alternative Räume zu schaffen? Natürlich, alternative Räume jederzeit. Jeder von uns kann halbtags arbeiten, vierteltags arbeiten, kann er machen. Er hat die Freiheit einer Berufswahl. Er hat die Freiheit, gar nicht zu arbeiten und auf den Sozialstaat zurückzugreifen. All das ist möglich. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und vor allem, was vorher ja immer gesagt wurde, mehr Muße für die Beteiligung am Start. Ich sehe am Samstag und am Sonntag, wenn Wahltermine anstehen, lauter gestresste Menschen, die keine Zeit haben, abzustimmen. Das ist doch Blödsinn. Sie hängen hinter ihren Handys und haben einfach keine Lust abzustimmen. That's the point. Und darum glaube ich, diese Illusion, man braucht die Muße für die Demokratie, das ist nichts weiter wie eine Illusion, um dieser ganzen Geschichte zum Durchbruch zu verhelfen. Okay, ich möchte Herrn Kovce kurz das Wort geben, der hat sich gemeldet. Ja, Herr Lüchinger, ich schlage eine andere Vorstellung vor. Es könnte ja auch sein, dass Ihre Enkel Sie später einmal fragen werden, wie es denn damals gewesen ist, als es noch kein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hat. Weil man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass wir früher so lange auf dieses sehr logische, sehr einfache Instrumentarium verzichtet haben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist keine Erfindung der chemischen Industrie. Es ist keine Glückspille, die in Basel synthetisiert wird und es ist auch kein faules Freiheitsversprechen. Es ist aber nur dann kein faules Freiheitsversprechen, wenn wir über das Verhältnis von Freiheit und Abhängigkeit eigentlich adäquat nachzudenken lernen. Und das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht, und das ist jetzt doch durchaus interessant, dass wir ein freieres Verhältnis zu unseren Abhängigkeiten entwickeln können. Und dass wir dort, wo wir uns heute Freiheiten einbilden, die überhaupt nicht bestehen, Abhängigkeiten würdigen lernen, die konstitutiv sind dafür, dass wir uns überhaupt berechtigterweise als frei empfinden können. Ich will sagen, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der es ähnliche Begriffsverwirrung bei dem Begriffspaar Freiheit und Rücksichtslosigkeit gibt, wie es diese Begriffsverwirrung gibt bei dem Begriffspaar, was in dem Panel davor diskutiert wurde im Boxring, nämlich Macht und Gewalt. Rücksichtslosigkeit, der Ellenbogen-Liberalismus der heutigen Zeit, hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun und bildet sich vor allem Freiheit im Bereich der Existenzsicherung ein. Dort, wo ich heute auf meine Mitmenschen in einer arbeitsteiligen, globalisierten Fremdversorgungswirtschaft unmittelbar angewiesen bin. Und eben jener Liberalismus versucht sich wiederum herauszureden, wenn es darum geht, mal wirklich neue, eigene, individuelle, biografische Perspektiven zu entwerfen. Da flüchten wir uns dann in Abhängigkeiten von Familie, von Sozialstruktur, von Geschlecht, von sonstigen Vorprägungen, anstatt den Mut zu einer Freiheit in jener Sphäre zu ergreifen, die wir heute als Abhängigkeit kennenlernen. Und gleichzeitig den Mut zu entwickeln zu einer Abhängigkeit, der wir uns heute selbst aus guten Gründen seit 200 Jahren, seit der Entwicklung der Arbeitsteilung, aussetzen. Und somit ist das bedingungslose Grundeinkommen eben keine hohle neoliberale Forderung. Es verspricht auch eben nicht das Himmelreich auf Erden ohne Anstrengung oder ohne menschliche Motivation, sondern es ermöglicht uns eigentlich zwei Begriffe angemessen zu realisieren und ermöglicht dadurch ein neues Lob der Abhängigkeit und ein neues Lob der Freiheit, dadurch, dass wir freier unseren Abhängigkeiten und abhängiger unseren Freiheiten gegenüberstehen. Ich möchte eigentlich da weiterfahren und sagen, einen Paradoxensatz sagen. Ich gehöre zu denen, die leben, um zu arbeiten, nicht arbeiten, um zu leben, denn der Begriff von Arbeit, den uns die heutige Struktur der Wirtschaft aufzwingt, dieser Begriff von Arbeit ist nicht selbstbestimmt. Was dann übrig bleibt, ist Freizeit. Das sind dann die Leute, die sich am Sonntag nicht auch noch der Pflicht des Wählens unterziehen wollen, sondern lieber vor dem Grill sitzen bleiben oder stehen bleiben. Die sinnvolle Arbeit aber bedarf einer Art, ja, Sie haben es gesagt, einer Art Bereitschaft, bestimmte Abhängigkeiten, die man selber wählt, selber bestimmt, anzuerkennen. Und das Wort Mousse ist ja, wenn es ist, in der griechischen Urfassung hieß das mal Scholä, das ist das Wort für Schule. Es ist ein Begriff aus der Menschenbildung. Also Mousse ist die Basis, die Freiheit von Zwängen ist die Basis, damit ich überhaupt anfange zu erfahren, was ich weiß und was ich über mich noch nicht weiß, was ich der Gesellschaft anderen mitzuteilen habe, was ich mit ihnen erleben kann. Und in dieser Hinsicht ist das Angebot dürftig. Also die Warengesellschaft, die mich gewissermaßen selber als Produkt in Anspruch nimmt, bietet mir im entscheidenden Fall nicht genug. Und in diesem Sinn verspreche ich mir vom Grundeinkommen tatsächlich einen Freiraum, eine, sozusagen das Wort ist gefallen heute, eine Ermächtigung, die mir nicht der Staat gibt, sondern die mir die Gesellschaft schuldet und ich wiederum ihr den sinnvollen Gebrauch dieser Freiheit. Also Sie sprechen jetzt in der Ich-Form und es leuchtet mich absolut ein, was Sie damit sagen und wollen. Nur ist es ja so, so wie das Grundeinkommen konzipiert ist, würde es ja die Einkommensverhältnisse von Leuten wie mir und Ihnen und Herrn Mosch absolut nicht tangieren. Und es würden ganz sicher auch nicht Anreize geschaffen, dass sich an, gäbe es nächstermaßen nun, wie viel wir arbeiten, na ja, vielleicht wären dann irgendwie Karriereentscheide anders gelaufen. Aber das betrifft ja vor allen Dingen die Leute am unteren Ende der Einkommensskala, so wie es heute konzipiert ist, und Leute in prekären Arbeitsverhältnissen, vielleicht auch junge Leute, die dann eben mehr Risiken eingehen können und so weiter. Also da ändert sich viel. Und ich möchte einfach noch diese Frage jetzt in den Raum stellen. Es ist ja so, dass die bürgerliche Welt, in der wir alle leben, und auch die sozialdemokratische Welt, hat zwei ganz fundamentale Werte, nämlich Freiheit und Arbeit. Und der Widerstand gegen das Grundeinkommen, der kommt immer auch ein bisschen daher, dass man das entkoppeln will. Man sagt, ja, wir befreien die Leute aber nicht, indem wir ihre Arbeitsbedingungen verbessern und so weiter, oder indem wir ihnen gerechten Lohn für die Arbeit, oder indem wir ihnen die Möglichkeit geben, sich in der Arbeit zu entfalten. Nur ist es ja so, dass die bürgerliche Welt und auch unsere heutige, zu einem gewissen Grad sozialdemokratischer gewordene Welt, immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit der Vereinbarkeit dieser Werte, ganz einfach für die Leute, die keine guten Jobs haben. Das sind doch Zwangssysteme, oder würden Sie dem nicht zustimmen? Ich würde das ein bisschen anders zusammenbauen. Ich möchte auch einen kurzen historischen Rückblick machen. Ich gehe nicht bis zu Athen, sondern nur bis zum Anfang der schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich meine, die eine Frage ist ja, warum die Sozialdemokratie gegen diese Grundeinkommen ist. Ja, es ist ja völlig logisch, die haben 150 Jahre für die Freiheit der Arbeiter gekämpft, und das wollen sie nicht aus der Hand geben. Man könnte jetzt ganz böswillig sagen, wenn es das Grundeinkommen gibt, dann braucht es keine Sozialdemokratie mehr. Das wäre mal ein interessanter Gedanke. Aber entscheidend ist etwas anderes. Der schweizerische Nationalstaat wurde 1848 gegründet mit zwei Grundsätzen. Erstens die Selbstverantwortung des Individuums und zweitens ein schwacher Staat. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die Selbstverantwortung des Individuums bedeutet, dass derjenige, der arbeiten kann, ein Recht hat auf Arbeit und diese Arbeit auch selbstbestimmt ausüben soll. Und dass der Staat eigentlich nur für diese Leute da ist, die das eben nicht können. Und das ist für mich eigentlich immer noch das ideale Staatsmodell, weil es nämlich zwei Dinge verbindet. Ein Staat, der dem Individuum das größtmöglichste Maß an Freiheit gibt in seiner Lebensgestaltung. Und das Zweite ist, dass dieser Staat denen hilft, die eben nicht können. Und wir, die wir alle etwas wohlstandsverwahrlost sind, ich sage dieses Wort, das kommt hier drin wahrscheinlich nicht so gut an, es ist eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung, dass wir in einer gewissen Arroganz diesen Sozialstaat, wie eine lästige Bluse, die ein paar Flecken hat oder von mir aus ein Hemd wegwerfen, weil wir jetzt das Gefühl haben, das brauchen wir nicht mehr. Und ich nochmal, ich möchte in 50, ich bin Historiker von Haus aus, ich würde gerne in 50 und 100 Jahren zurückblicken, wenn wir dieses Ding dann mal haben, was wir damit angerichtet haben und was ich mir auswähle, ist nicht gut, weil wir diese beiden Pfeiler unseres Staatswesens dadurch zerstören. Und vielleicht noch einen kleinen Satz, vorher wurde mal gefragt, warum wird das eigentlich in der Schweiz gemacht? Sie wissen, dass die Urväter dieser Idee Deutsche waren. Ich habe nichts gegen Deutsche, ich habe in Deutschland studiert, habe eine deutsche Frau und so weiter und so fort. Entscheidend ist etwas anderes, entscheidend ist etwas anderes. Die haben explizit gesagt, die Schweizer haben die Kohle, die Schweizer haben die Kohle, wir versuchen es mal bei denen. Nein, das war der Grund und das sollten wir uns auch an den Hinterkopf binden, wenn wir darüber jetzt abstimmen. Also Herr Lüchingen, die Urväter der Idee des Grundeinkommens sind Amerikaner, ganz eindeutig. Kurzfristig in den letzten Jahren. Erstens und zweitens, Sie mögen ja Recht haben, ich will das nicht beurteilen, aber es ist der ganz explizite Wunsch der Konzeption der jetzigen Grundeinkommensvorlage, dass der Sozialstaat nicht abgebaut wird. Er wird aber de facto abgebaut. Das ist Ihre Prognose. Er wird abgebaut. Das ist nicht in den Texten jetzt drin, aber gut, das ist vielleicht eine Gefahr. Nochmal die Griechen bitte. Nein, das war jetzt mit Verlaub, das war nicht der Sonntagsblick, sondern es war der Blick am Abend, den ich gehört habe. Es herrscht immer noch Meinungsfreiheit. Der Herr Rescher hätte sich gewundert, wenn Sie seinem Staat nachgesagt hätten, sein Ideal sei ein schwacher Staat gewesen. Das müssen Sie mir mal erklären, aber vielleicht nicht auf der Bühne. Das ist das Grundkonzept der schweizerischen Eidgenossenschaft, einen schwachen Zentralstaat, da sind wir uns ja hoffentlich einig. Ja, sicher. Also, und mit großen föderalistischen Freiheiten. Sind wir uns auch einig, oder? Aber es gab eine unheimliche und von den Demokraten später angemahnte Identität eines bestimmten Kapitalinteresses, vor allem in Zürich, an einem starken und wirksamen Zugriff auf die Staatsorgane. Es war ja ein monokulorer Bundesrat damals, eine einzige Partei, die den Bundesrat beherrscht hat und sie hat eigentlich gemacht, was sie wollte. Und der Zürcher Escher wurde als Prinzeps, der hat sich nicht in den Bundesrat wählen lassen, weil er gesagt hat, wir delegieren, das habe ich noch. Er wurde aber auch davon gejagt, vergessen Sie das nicht. Ja, ja, aber das ist viel später. Ja, das mag sein. Geschichte ist nun mal eine Abfolge von Ereignissen. Das ist einfach so. Ja, aber das war kein schwacher Staat und das ist, glaube ich, nicht der Punkt im Augenblick. Es tut mir leid, dass wir hier, und da bin ich ausnahmsweise mit Ihnen einig, in einem relativ verwöhnten Lande leben. Und Sie sagen, es gibt das Grundeinkommen, sei so etwas wie ein deutscher Import oder sei es eine Probebühne für ein deutsches Unternehmen. Aber ich mache darauf aufmerksam, dass in Kanada, dass in Afrika, dass in Brasilien an vielen Orten der Welt Versuche mit dem Grundeinkommen in kleinem Rahmen laufen. Und es tut mir leid, dass wir nicht über diese Dinge hier mehr hören und darüber auch reden können. Denn von einer Zerstörung des sozialen Zusammenhangs oder des Generationenvertrags ist nicht nur nicht die Rede, sondern an diesen Orten wird eine Art von Solidarität aufgebaut in Freiwilligkeit, in der von Ihnen benannten Dialektik von freier Selbstbestimmung und darum möglicher Solidarität. Die sicher für ein Hochleistungsland, für die Schweiz, ein bisschen nach Busch klingt, nach Buschtrommel, aber die Schweiz selber ist gewissermaßen ein Ausnahmegebilde, ein glückliches, bisher verschontes. Und wir haben es für einmal, und das finde ich auch das Interessante daran, wir haben es in der Tat mit einem epochalen Thema zu tun. Welche Art Arbeit ist sinnvoll? Ist es die bezahlte Arbeit? Werde ich gemessen an dem Lohn, den ich, auch mein sozialer Status, den ich beziehe? Natürlich sitzen oder stehen hier drei Leute, die auch zur Not ohne diese 2500 auskommen. Aber wir haben wahrscheinlich auch eine Spur weniger nötig, uns sozusagen nach, ich weiß das bei Ihnen nicht, Herr Lüchinger, ob Sie sich nicht auch hier und da nach einer Konzerndecke strecken müssen und zupfen, wo sie zu kurz wird. Aber ich habe das Privileg gehabt, in der Tat, was ich heute wahrscheinlich an der ETH schon sehr viel weniger hätte, die auch zum großen Teil von Drittmitteln leben muss. Ich hatte ein hohes Maß von Selbstbestimmung und was ich verbockt habe in meinem Leben, geht auf meine eigene Kappe. Ich brauche keine anderen Sündenböcke dafür. Aber dann erklären Sie mir nur noch schnell, woher genau kamen die Drittmittel, die Ihnen die Freiheit ermöglicht haben? Er hatte sie nicht. Ich hatte sie nicht. Sie hatten sie nicht? Nein. Aber Sie hätten sie gern? Zu meiner Zeit gab es sie sehr viel weniger. Aber sie hätten sie gern? Nein, absolut nicht. Ich kann Ihnen sagen, also mein persönliches Verhältnis zum Geld spielt hier nur darum eine Rolle, dass ich gelernt habe, dass es in entscheidenden Punkten, dass ich mir dafür die entscheidenden Dinge im Leben nicht kaufen kann. Diese Erfahrung zu machen, auch die Möglichkeit, selber nur in Grenzen käuflich zu sein, brauchen Menschen Freiräume. Und diese 2.500 sind, da gebe ich Ihnen recht, in der Schweiz ein symbolischer Betrag. Für Brasilianer oder Afrikaner wäre es schwindelerregend. Die kommen dann alle zu uns, beide Leute. Ach. Die kommen dann alle zu uns. Nein, ich finde, wir sind angesichts dieses Themas verpflichtet, auch uns selbst, nämlich als Schweizer, in größeren Proportionen zu sehen. Und das einzige Rezept, das die Wirtschaft hat, Wachstum, 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 wenn man das als ein evolutionäres Thema ansehen würde, müsste man eigentlich darüber belehrt sein, dass es sich nicht unter allen Umständen bewährt hat. Die Dinosaurier sind nicht zuletzt wegen ihrer Größe ausgestorben und viele von euch uns sterben am bösartigen Wachstum von Zellen. Also Wachstum ist per se kein Wert. Es gibt viele Dinge. Ich sehe jetzt aber nicht ganz den Zusammenhang zum bedingungslosen Grundeinkommen. Doch, eine Arbeit zu tun, die unabhängig ist von den sogenannten Sachzwängen. Ich nenne es polemisch vom Totalitarismus des Marktes. Etwas zu produzieren, was nicht auf dem Markt schielt, sondern zunächst einmal für mich und vielleicht ein paar nahe Menschen nötig ist, wichtig ist. Gut, Sie können sagen, das können wir alles am Internet inzwischen auch machen. Aber der Stil des Internets und der Stil der sozialen Medien ist für mich kein, im Sinne der vorhin genannten Muse, ein Medium der Bildung, der Menschenbildung. Es ist eine unglaubliche Barbarisierung der Kommunikation, die durch die Anonymität ermöglicht wird. Da gebe ich Ihnen recht, aber da sehe ich jetzt den Zusammenhang definitiv nicht. Dass wir uns anders definieren können als Personen in einer Gruppe. Sie müssen das Internet nicht anschalten, wenn Sie das nicht wollen. Das ist auch Freiheit. Das ist auch Freiheit. Das ist auch Freiheit. Ich frage nur Sie, auf wie viele von diesen Medien können Sie in Ihrem Beruf verzichten? Wissen Sie, das ist auch eine Diskussion, die ich gerne führen würde, aber ich glaube, die gehört nicht hierhin. Ich wollte vorher noch etwas sagen. Sie haben vorher die Beispiele aus dem Ausland angesprochen. Es gab einen Versuch in den 70er Jahren, habe ich im NZZ-Folio wunderbare Artikel gelesen, da hat man 1000 Leuten, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen bestimmten Obolus gegeben. Positive Auswirkungen, die haben weitergearbeitet. Positive Auswirkungen, die Frauen haben mehr gearbeitet. Positive Auswirkungen, die Leute sind zur Ausbildung gegangen. Man kann sagen, wunderbar, das funktioniert ja. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo die Konjunktur zusammenbrach, musste man leider dieses Projekt abbrechen, weil das Geld nicht mehr da war. Und das ist eben genau ein Punkt, wo man sagen muss, das ist nicht ein Perpetuum mobile, sondern was man da gemacht hat, ist im Prinzip schlechter gestellten Leuten mit schlechten Ausbildungen eine staatliche Zuwendung gegeben über einen Zeitraum, solange man das finanzieren konnte. Und die haben das positiv genutzt. Dagegen bin ich nicht und dagegen kann niemand eigentlich etwas haben. Aber das ist eine ganz andere Diskussion, ob man Bedürftigen hilft, sich weiterzuentwickeln, marktfähig zu bleiben, einen Job zu verbessern. Das ist was ganz anderes, als wenn sie mit der Gießkanne jedem, der es will, der es braucht, der es möchte, zweieinhalbtausend Fränklis gibt. Das ist doch eine völlig andere Dimension. Und diese Diskussion wird nämlich nicht geführt, weil es ist unangenehm. Herr Kovtche wollte sich schon ganz lange noch einmal anschauen. Ja, herzlichen Dank, dass ich zu einem Zwischenruf ausholen darf. Sie sollen gewarnt sein, bevor ich spreche, weil ich spreche und vor mir steht Made in Germany. Und wenn Sie nicht wollen, dass das Grundeinkommen ein Importprodukt aus Deutschland wird, dann sollten Sie also tunlichst vermeiden, mir zu folgen. Ich beginne deshalb auch mit einem Beispiel aus Deutschland. Guido Westerwelle, Gott hab ihn selig, hat vor einigen Jahren auch über den deutschen Sozialstaat, ähnlich wie Herr Lüchinger jetzt über den Schweizer, sich geäußert, dass manches, was wir uns doch heute leisten würden, mit Wohlstandsdekadenz oder spätrömischer Dekadenz einigermaßen treffen, beschrieben werden könnte. Und was ich damals schon nicht verstanden habe und was ich jetzt bei manchen Vorwürfen in der Schweiz auch nicht verstehe, das ist Folgendes, denn in meinen Augen hängt jene Dekadenz, wenn sie denn überhaupt besteht, damit zusammen, dass wir sozusagen uns solch eine Ideenarmut, solch eine Ideenlosigkeit bezüglich den zukünftigen Perspektiven unserer Gesellschaft leisten, dass das doch jene spätrömische Dekadenz ist, weswegen das römische Imperium dann tatsächlich auch zusammengebrochen ist. Ganz abgesehen davon, dass das eigentlich die richtige Perspektive auf jene Dekadenz wäre, eben die Ideenlosigkeit, die Ideenverweigerung, die wir sogar heute bemerken können und die dann sogar sich noch inszeniert als Bewahren wollen des Guten, ist noch ein anderer Punkt sehr interessant. Nämlich tatsächlich kann ich sehr nachvollziehen die beiden Grundprinzipien, auf die Herr Lüchinger die Schweizerische Eidgenossenschaft gegründet sieht, nämlich die Selbstbestimmung des Einzelnen und einen schlanken, schwachen Staat. Jetzt verstehe ich nicht, wie Herr Lüchinger sich das bedingungslose Grundeinkommen zusammendenkt, um die Schweiz nicht historisch bestens gerüstet und vorbereitet zu sehen, eben für jenes bedingungslose Grundeinkommen. Denn wenn Sie einen empirischen und keinen ideologischen Begriff des schwachen bzw. starken Staat hätten, dann würden Sie sofort bemerken, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen natürlich seine Bürger in Freiheit setzt und damit ein freieres Verhältnis des Bürgers zum Staat ermöglicht und gerade nicht jene Methoden des Schnüffelstaates, der in Deutschland zumindest sehr stark ausgebaut ist, weiter kultivieren müsste. Eben das ist sozusagen getarnter, schwacher Staat, der faktisch ganz mächtig auftritt. Und zweiter Gesichtspunkt, Selbstverantwortung. Ja, die Selbstverantwortung des Einzelnen ist natürlich ganz anders aufgerufen, wenn sie sich sozusagen nicht immer hinter allen Entschuldigungen und Ausweglosigkeiten und scheinbaren Zwängen verstecken würde, sondern wenn sie sozusagen aus sich selbst heraus aufgefordert ist, das zu tun, was ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft sein kann. Insofern sind Selbstbestimmung und schwacher Staat gerade zwei konstitutive Elemente, die ein bedingungsloses Grundeinkommen zeitgemäß adäquat realisieren würde. Okay, ein Applaus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, damit ich mich ganz kurz halte, rhetorisch, brillant, absolut. Das Problem ist nur, ich habe etwas Kopfschmerzen, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Weil ich glaube, man kann die Leute schwindelig reden. Man kann sie schwindelig reden. Das Einzige, was ich begriffen habe, sie haben mir irgendwie Ideologie vorgeworfen. Das habe ich rausgefiltert. Das Wort Ideologie hat mich im Prinzip angehechtet. Jetzt könnte ich genauso gut dreiviertel Stunde reden über schwachen Staat und so weiter und so fort. Der ist noch freelance. Aber ich würde sagen, lassen wir es dabei. Sie sind ein Ideologe und ich bin ein Ideologe. Und vielleicht finden wir uns bei einem Bier, dass wir zumindest miteinander reden, ist ja schon mal etwas. Aber nochmal, verstanden habe ich es nicht wirklich. Und nur eine Frage. Wer von Ihnen hat es genau verstanden? Ja, das ist ja eine Ansammlung von Basler Intelligenz hier. Da kann ich einfach nicht mithalten. Gut. Ja, vielleicht, aber vielleicht um einfach einen etwas konkreteren Aspekt. Also weshalb ist der Staat weniger mächtig? Einer der Gründe, die vorgetragen wurde, ist, er muss den Bürger nicht mehr überwachen, bevor er ihm Sozialhilfe gibt. Die ganze Bürokratie fällt weg. Man diskriminiert nicht mehr. Das war übrigens in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eines der schlagenden Argumente für das Grundeinkommen. Martin Luther King war ein großer Prokarrierer des Grundeinkommens. Man unterscheidet nicht mehr zwischen Rassen, zwischen Ansprüchen und Nicht-Ansprüchen. Man hat es einfach und der Staat mischt sich nicht mehr ein. Können Sie diesen Aspekt verstehen? Ja, wissen Sie, ich habe das ja jetzt ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber ich meine, nochmal, 2500 Franken. Für mich, ich bin am Schluss Historiker und Realist. Und ich sehe nicht, wie man mit 2500 Franken einen Sozialstaat abschaffen will. Gleichzeitig, um das zu finanzieren, die Mehrwertsteuer, ich werde das jetzt nicht weiter aufführen, aber Hochbusch bis zum Geld nicht mehr. Es wird dazu führen, dass die Unternehmen abwandern. Und wie soll das am Schluss aufgehen? Es wird nicht aufgehen. Und darum muss ich mir nicht überlegen, ob das Freiheit bedeutet oder nicht. Es ist, es tut mir leid, leider ein kleiner Schwachsinn, der vielleicht, ich habe dem Herrn Jay Wagner gesagt, den ich übrigens sehr schätze, wir diskutieren wöchentlich fast. Ich habe ihm gesagt, das ist ein wunderbares Thema für eine Promotion, wo man sich den Hirnschmalz aus dem Hirn ziehen kann und ein theoretisches Konstrukt machen kann, was faszinierend ist. Aber leider als theoretisches Konstrukt vergessen wir das nicht. Gut, Herr Urtschese meldet sich noch zu Wort, zu später Stunde, ein kurzer Statement und dann zum Schluss noch einmal, Herr Mosch. Ja, zum Thema Bürokratie, oder Sie haben jetzt ausgeführt, wir würden da Bürokratie abbauen, könnten überwachen, ganz viel Geld einsparen. Nur die Initianten wollen ja den bestehenden, also das Niveau des bestehenden Sozialstaates erhalten, wie sie es ja selber ausführen. Ich habe zwei Varianten versucht auszuführen in meinem früheren Referat. Klar, wenn man dort die Variante 1 wählt, bedingungsloses Grundeinkommen und sämtliche anderen Sozialleistungen abschaffen, dann kann man Bürokratie abbauen, aber das ist ja gar nicht gewünscht. Gewünscht ist das heutige Niveau und das heißt, wir haben nichts anderes als einen massiven Ausbau des Sozialstaates unter Beibehaltung der Bürokratie, wie wir sie heute kennen. Man kann das Grundeinkommen nicht mit derselben Elle messen, wie irgendein nationales Budget oder eine Vorlage, eine Militärvorlage oder eine soziale Buchhaltung oder eine Spitalbuchhaltung, weil sie von einem anderen Grundgedanken ausgeht. Nämlich demjenigen, dass wir für die Erhaltung unserer Würde, unserer Person, unserer Freiheit, aber auch für die Erhaltung unserer Ressourcen grundsätzlich andere Optionen nötig haben, als sie uns der Markt zu bieten hat. Andere Prioritäten setzen müssen, als der Markt sie setzt. Uns anders definieren als durch eine Lohnskala oder eine soziale Position oder eine Position in einem Betrieb, um die wir kämpfen müssen, um dann nachher entlastet zu sein oder wenn wir die Stelle verlieren, ratlos. Im Grunde produziert das heutige globale Wirtschaftssystem ein ungeheures Vakuum, das sich in jeder einzelnen Seele oder auch im Sprachduktus in der Vergröberung oder Verbiederung unser Sprachduktus, Herr Lüchinger, bemerkbar macht. Wir müssen andere Mentalitäten pflegen, erleben, erfahren. Und dafür ist natürlich Geld nicht das Entscheidende, sondern der Freiheitsbonus, der Vorschuss sozusagen auf die Zukunft, den man so breit streut, dass auch die seltsamsten Gedanken, dass auch kuriose Leute, dass solche, die ausgemustert werden vom Leistungswettbewerb, etwas beitragen können, was die Zusammensetzung des Ganzen beeinflusst und tendenziell verändert. Und das wäre für mich das Grundeinkommen als eine Art Volksbewegung. Ich habe immer gedacht, also eine Revolution rufen wir hier nicht aus, aber eine Reformation, das sage ich natürlich als Reformierter, aber ich meine damit, wir setzen sozusagen das Wohl der Gesellschaft, nicht das Heil der Seele, auf neue Grundlagen. Wir denken unsere Gesellschaften neu und erlauben Leuten, ohne dass sie dann ihren Job verlieren oder ausgemustert werden, sich an diesem kollektiven Prozess zu beteiligen. Das halte ich für, entschuldigen Sie ein großes Wort, für lebensnotwendig oder überlebensnotwendig. Ganz abgesehen davon, dass es für jeden, den es betrifft, gut ist und ihm gut tut und ihn gewissermaßen den Mitmenschen gegenüber toleranter, kooperativer stimmt. Es muss keine Kumpanei sein, sondern es kann ein gemeiner, man arbeitet an einem gemeinsamen, offenen Projekt. Und wenn wir die Leistungsbilanz auf diesem Planeten heute ansehen, dann können wir, wenn wir nicht völlig von Sinnen sind, vom Automatismus der Wirtschaft nicht erwarten, dass er sein eigenes Korrektiv mitbringt. Dieses Korrektiv muss irgendwoher kommen. Und für mich ist das Grundeinkommen zum ersten Mal ein, ja, ich mache mit ihm die Erfahrung, dass in meinem schweizerischen Kontext etwas verhandelt wird, was für andere, für Nichtschweizer genauso wichtig ist, für das Überleben auf dieser Erde überhaupt zentral ist, dass es daneben auch schlauer macht, hoffe ich, oder sensibler macht. Das ist ein Nebeneffekt, den ich gern in Kauf nehme. Ich glaube, das Grundeinkommen hat einfach das Zeug zu einem Stachel im Gemeinwesen, der uns weiterbringt. Ja. Ich glaube, ich werde dieses Votum einfach so stehen lassen. Rönne Lüchinger, Adolf Moschk, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, der Abend neigt sich dem Ende zu. Und jetzt, eine Stunde vor Schluss, ist es Zeit, schon mal einen ganz großen Dank an das Theater Basel zu richten. Und hier steht Sabrina Hofer vom Theater. Sabrina, du hast das organisiert, du hast das inszeniert, du hast es möglich gemacht. Ich sage einfach schon mal im Namen dieser 300 Zuschauer hier in Basel und der 300 Zuschauer im Livestream herzlichen Dank. Und möchte dich fragen, sag mal, wie geht es dir jetzt? Mir geht es super. Aber ich will jetzt dazu noch sagen, also das habe ich mit euch gemacht, also mit Daniel Hennig zusammen und mit euch. Und für uns ist es einfach sehr wichtig, gerade in der ersten Spielzeit quasi in der Stadt Diskussionen aufzunehmen, die die Stadt bewegen, die die Schweiz bewegen. Ich bin ja Schweizerin und diese Grundeinkommensinitiative habe ich, als ich vor drei Jahren wieder zurückkam oder vier Jahre inzwischen, ich habe lange in Berlin gelebt, habe ich das gelesen. Und es hat mich so sehr wieder beflügelt. Das sieht man, glaube ich, heute Abend, dass diese Debatten halt sehr auftun in den Gedanken, in unseren Gedankenstrukturen, wie wir über die Welt und unsere Gesellschaft nachdenken. Und daher finden wir diese Debatten so wichtig. Und das war dann auch überhaupt nicht schwierig, das bei uns ins Haus zu holen. Andreas Beck, der neue Intendant, ist sehr offen, dass wir genau eben diese Debatten aufnehmen. Und wir verstehen uns als Stadttheater auch als Ort des Diskurses und der Debatten, also als eine Art Agora. Und also ich meine, was wir hier sehen, das hat uns sehr glücklich gemacht auch. Also auch Andreas kam zu mir und sagte, schön, also es ist echt schön, dass man... Was meinst du genau hat uns glücklich gemacht? Beschreib mal. Dass viele Leute hier sind, die über ein Thema diskutieren wollen, kontrovers, also gar nicht unbedingt nur, also nicht einseitig, sondern das war ja jetzt sehr anregende Diskussion mit verschiedenen Meinungen. Das Publikum hat reagiert, hat sich bemerkbar gemacht. Das ist ja uns oder unser Anliegen, was wir wie Theater machen wollen. Wir wollen die Leute zum Verhalten oder zum Agieren bringen. Und sobald wir merken, dass eine Reaktion da ist, egal welche, also auch wenn im Theater jemand rausläuft und die Türe knallt, finden wir das gut. Weil es geht darum, dass die Leute sich verhalten und eine Meinung haben und etwas gut oder schlecht finden und das zeigen. Und eben Theater ist ein öffentlicher Raum oder eben auch Vorstellungen sind, also Theater ist ein öffentlicher Ort. Und das finde ich halt wichtig, dass das öffentlich ausgetragen werden kann und Reaktionen vom Publikum. Ich meine, von dir zu wissen, dass du im Dezember den Livestream vom Gorki-Theater mitverfolgt hast und dort vielleicht sogar den Entschluss gefasst hast, das mache ich jetzt auch? Oder wie war das? Ich weiß nicht, was vorher. Also ich wusste, dass diese Abstimmung ist. Und ich war ja vorher in Bern und bin dann nach Basel gekommen, wusste halt, die Initiative ist aus Basel entstanden und ich muss mit Daniel Haini sprechen und wir müssen das irgendwie hier ins Theater holen. Und ich dachte aber noch, es ist im Herbst die Abstimmung. Und bin dann eben relativ spät, also vor zwei oder drei Monaten sind wir dann, haben wir den Kontakt mit ihm gesucht und haben mit ihm Mittag gegessen und haben gesagt, wir wollen gerne mit ihm eine Reihe machen über Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ja, dann ist ja die Abstimmung im Herbst. Und dann hat er gesagt, nein, nein, die ist im Juni, am 5. Juni. Und das war noch nicht offiziell da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir was jetzt tun in dieser Spielzeit. Wir denken ja immer, im Juni ist ja unsere Spielzeit zu Ende. Also es wäre dann im nächsten Jahr gewesen, wenn es August, also wenn es September gewesen wäre. Und so haben wir dann sofort reagiert. Also dann wusste ich so, okay. Und das war dann ein bisschen schwieriger, weil so ein Theater ist ein bisschen ein großer Tanker und die Dinge sind halt so terminiert. Aber dann wusste ich ganz klar, also das müssen wir tun. Und dann habe ich einen Termin gefunden und dann ging es eigentlich relativ schnell, weil auch Andreas hinter mir stand. Und wie ist jetzt so der Unterschied zwischen dem, wie du dir die Veranstaltung vorgestellt hast, zu dem, wie sie jetzt, jetzt kommt noch eine Stunde, das wird auch noch spannend. Und hoffentlich wird das auch der Gute-Nacht-Krimi. Aber wie ist es jetzt schon so im Nachhinein? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht keine Zeit so gehabt, das zu bilanzieren, weil ich natürlich auch immer am Arbeiten jetzt war. Aber irgendwie, ich glaube, es ist gut. Also das war so mein Wunsch, dass die Menschen so, deshalb haben wir ja diese 15-Minuten-Pause immer gemacht. Ich wollte, dass die Menschen so reden, miteinander auch. Ich glaube, also ich bin glücklich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich. Also ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind, weil da wird man ja dann auch irgendwie nervös. Heute Nachmittag war ich nervös, kommt überhaupt jemand. Und wie reagieren die anderen Theaterhäuser? Hat Zürich schon angemeldet, dass sie euer Format kopieren wollen? Was sagen so die Kollegen? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil das war ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt mitbekommen, also wie das die anderen Theaterhäuser mitbekommen haben. Keine Ahnung. Also, ja. Also, liebe Sabrina, nimm nochmal unseren allerherzlichsten Dank entgegen. Und Grüße. Danke auch, also, dass wir das so machen konnten. Weil wir sind neu in der Stadt und sind halt so am rausfinden, was sind so Themen der Stadt und was bewegt die Stadt und was braucht die Stadt. Und ich glaube... Und was braucht das Land und was braucht die Welt? Dann weiter, natürlich, klar. Aber zuerst sind wir lokal agierend und dann natürlich, wenn es über die Landesgrenze hinaus oder über die kantonale Grenze hinaus ist. Guck mal, warte mal, da steht etwas noch. Das kommt jetzt hier in die Kamera reingewandert. Das ist der richtige Zeitpunkt. Weil dieser Strauß, ich finde, die Welt braucht viel und vor allem braucht die Sabrina einen ganz, 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 ganz großen Blumenstraße mit einem riesen... Dankeschön. Das macht mir auch keine Freude. große Arbeit gemacht. Schön war's. Super. Wow. Danke. Ich verabschiede mich hier schon mal von euch aus dem Theater Basel und kündige an dieser Stelle schon mal die nächste Veranstaltung an mit Livestream. Und zwar ist das in zwei Tagen. Am Mittwoch, den vierten Mai, werden wir aus dem Gottlieb-Duttweiler-Institut bei Zürich eine wahnsinnig spannende Konferenz zeigen. die heißt die Zukunft der Arbeit und es kommen Prominente aus der ganzen Welt, nämlich Robert Reich kommt. Es kommt Janis Varoufakis aus Griechenland. Es kommt Albert Wenger, der Twitter-Investor. Und wir sind sehr gespannt. Also schaltet dann ein. Den Link findet ihr unter Twitter. Hashtag Grundeinkommen. Facebook Grundeinkommen ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Herzliche Grüße. Eure Pola. Zum Beispiel. Zinei. Ich frage. Pulsiv. Jul. Zinei. Vielen Dank. 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 nicht beherrschen kann, der herrscht gern über andere. Das Grundeinkommen fördert die Selbstbeherrschung. Demokratie ist eine permanente Konferenz zur Erörterung der Prioritätenfrage. Zwei Elemente spielen dabei zusammen. Die Verbindlichkeit der Gesetze, die gelten und die Möglichkeit, dass diese immer wieder in Frage gestellt und geändert werden können. Rechtssicherheit und Rechtsgestaltung sind die kongenialen Partner der Demokratie. Die Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen fragt, was eigentlich dagegen spricht, die Existenz des Menschen bedingungslos zu sichern. Werden wir dann faul oder frei, gefährlich oder gefügig, motiviert oder mutlos? Am Abend des Abstimmungssonntags werden zwei Balken für die Ja- und Nein-Stimmen auf den Bildschirmen zu sehen sein. Einige werden aus gutem Grund mit Ja gestimmt, deutlich mehr aus verschiedenen Gründen Nein gesagt haben. Die meisten werden zwar zweifeln, aber weiter denken wollen, ja, aber wer macht denn dann die Drecksarbeit? Ja, aber wie lässt sich das finanzieren? Ja, aber schafft das nicht den Sozialstaat ab? Ja, aber wer bildet sich denn dann noch aus? Ja, aber dann kommen doch sämtliche Ausländer. Ja, aber ist das nicht ungerecht? Das beste Ja ist das Ja zum Weiterdenken. Volksinitiativen müssen nicht angenommen werden, um erfolgreich zu sein. Als die Schweiz 1989 über die Abschaffung der Armee abstimmte, bedeutete die Zustimmung von 36 Prozent den Anfang vom Ende der Armee. Zuvor war eine Karriere in der Armee Bedingung für den Aufstieg in Wirtschaft und Gesellschaft gewesen. Seither scheint eher ein Autoritätsproblem zu haben, wer auf die militärische Karriere nicht verzichten kann. Die Volksinitiative bewirkte ohne Mehrheit einen fundamentalen Wandel der Armee, da sie offenbarte, dass mehr als jeder dritte Schweizer bereit war, sie sogar ganz abzuschaffen. Dass 1989 die Berliner Mauer fiel, trug ebenfalls dazu bei. Welche begrifflichen Mauern werden fallen, ehe das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird? Wird es die Arbeit sein, die nicht mehr anders zu ermöglichen ist? Wird es die Kaufkraft sein, die nicht mehr anders zu gewährleisten ist? Wird es die Nachhaltigkeit sein, die nicht mehr anders sicherzustellen ist? In jedem Fall kommt das bedingungslose Grundeinkommen pragmatisch, nicht moralisch. Es kommt spätestens dann, wenn es nicht mehr anders geht. Ja, liebes Publikum, wir sind in der sechsten Stunde angelangt. Ich würde mal sagen, ich gratuliere Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir gehen jetzt in die letzte Diskussion, das ist das Zukunftspanel und da wird auch nochmal die Moderation wechseln. Christoph Keller von SRF 2 Kultur wird dieses letzte Panel moderieren. Ich bitte euch alle auf die Bühne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich hier gewissermaßen mit Ihnen den Blick in die Zukunft machen darf mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich möchte Ihnen zum Eingang ein SMS vorlesen, das eine befreundete Kollegin und Mitmoderatorin mir heute Abend geschrieben hat. Sie schreibt, falls du noch ein Eingangsstatement benötigst für deine Diskussionsrunde, ich bin fürs bedingungslose Grundeinkommen, damit wir mehr bedingungs- und hemmungslos lieben können. Sie sehen, das bedingungslose Grundeinkommen beflügelt und befördert die Fantasie und um diese beförderte und beflügelte Fantasie wird es auch in diesem Podiumsgespräch heute Abend gehen. Es geht darum, dieses bedingungslose Grundeinkommen ein Stück weit in die Zukunft zu projizieren und zu fragen, in welche Richtung könnten wir uns denn tatsächlich und ganz konkret bewegen. Ja, ich begrüsse hier auf dem Podium Michelle Rothen. Sie ist Autorin und auch, wie sie es nachher erzählen wird, Unternehmerin. Ich freue mich, dass Adrien Göhler hier ist, von Beruf her Psychologin. Ich werde sie alle nachher noch genauer vorstellen. Ich freue mich, dass Daniel Hähni hier ist, den ich hier, glaube ich, nicht näher vorstellen muss. Er ist der Initiant, der Mitinitiant dieser Initiative und ich freue mich, dass Richard Eisler hier ist. Er ist der Gründer dieser Firma Comparis, die uns so hilfreich immer durch den Alltag begleitet, wenn es darum geht, Versicherungsprämien und Ähnliches miteinander zu vergleichen. Ja, und ich habe meinen Gästen eine kleine Hausaufgabe gestellt im Voraus und ich habe sie gebeten, doch in einem kurzen Statement zu begründen und zu erklären, wie sie aus ihrer Position sich denn die Zukunft vorstellen könnten mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich beginne bei Ihnen, Adrien Göhler, weil Sie ja von sehr weit her kommen. Aus dem Verursacherland, wie ich gehört habe. Sie hat sich hinter der Bühne bereits mitschuldig bekannt für diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir werden da sicher noch mehr hören. Adrien Göhler, Sie sind Psychologin, Sie waren früher Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, waren auch Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur und Sie leben heute als Publizistin und Kuratorin in Berlin. Und als ich zu Ihrem Namen recherchiert habe, bin ich auf einen Begriff gestoßen im Zusammenhang mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen und das ist der Begriff der Kulturgesellschaft. Und rund um diesen Begriff der Kulturgesellschaft haben Sie eine Art Gesellschaftsutopie entwickelt, die Sie uns jetzt vielleicht kurz vorstellen können. Klar, in drei Sätzen. Nein, in drei Minuten. Drei Minuten. Die Zeit läuft. Ja, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben und zwar vielleicht sogar als Ergebnis dieser ganzen unterschiedlichen Tätigkeiten, weil ich als Psychologin festgestellt habe, dass die Existenzangst, die die Psychopharmaka-Industrie aufs Heftigste stärkt. Ich habe als Feministin festgestellt, dass ich doch jetzt schon sehr lange meine Lebenszeit damit verschwende, zu hoffen, dass es vielleicht doch mal gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben würde. Und habe dann festgestellt, dass der Sozialstaat bismarckscher Prägung, den dann die Schweiz auch ein bisschen abgekupfert hat, dass der an eine, an ein gesellschaftliches Modell geknüpft ist, das es so nicht mehr gibt, nämlich an den lebenslangen, ausrechenbaren, männlichen Ernährer, der seine Familie und hoffentlich dann auch bald stirbt, wenn er die Rente hat. Das war die Idee des Sozialstaates und ich sehe, habe heute Abend festgestellt, es gibt durchaus noch Anhänger von diesem Modell. Eine Kulturgesellschaft hingegen setzt sich damit auseinander, dass wir in Hochpreisländern ohne Ressourcen leben. Ich bin nämlich auch noch Ökologin nebenbei und stelle fest, dass auch diese gemütliche Schweiz auch die Diskussion heute Abend komplett ohne Klima und ohne Klimaveränderung ausgekommen ist. Ich glaube, das wird sich nicht mehr lange durchhalten lassen. Also Earth Day ist ja vorbei, wir haben bereits die Ressourcen verbraucht, ich glaube, es war im März, haben wir bereits die Ressourcen verbraucht, die wir eigentlich für das ganze Jahr zur Verfügung hätten haben sollen. Also das alles legt nahe, dass wir doch vielleicht unseren Lebensstil auch radikal überdenken könnten, müssten, sollten und dürften und ich glaube, dass das Grundeinkommen da einen wesentlichen Anteil hat, das überhaupt zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein, also das hat die Kulturgesellschaft, die mir vorschwebt, die auch nicht zuletzt den Paradigmenwechsel von Staat zur Gesellschaft, also wieder das Rückgewinnen eigentlich von Empowerment oder wie man sagt, die Ermächtigung zur Selbstermächtigung ermöglicht, dass das auf einem Grundeinkommen ganz anders fußen könnte. Wir könnten das, was wir heute dringend brauchen, wir müssen entschleunigen, wir müssen sehr gut nachdenken darüber, wie wir mit weniger auskommen können und ich glaube, wir werden, wir brauchen ganz andere Wege und das ist keine Utopie, weil Utopie ist dem Wort der Utopie geht ja immer so ein bisschen der Klang, das ist nicht einlösbar, ich habe es deswegen eher mit Foucault und mit den Heterotopien, weil ich feststelle, dass wir an den Rändern unserer Mainstream-Gesellschaften überall brechen eigentlich ganz andere Wege auf und die sind kulturell definierte und determinierte Wege und keine, die sich über den Fetisch Erwerbsarbeit definieren. Ja, ich habe zwei Begriffe notiert, den Begriff des Fetischs, Existenzarbeit, aber auch, Entschuldigung, Erwerbsarbeit und aber auch den Begriff der Existenzangst. Links von mir steht Michelle Rothen und ich sage es mal provokativ, ein bisschen Existenzangst schwingt bei Ihnen mit. Michelle Rothen war nämlich während langer Jahre Autorin beim Tagesanzeiger Magazin und dort auch gut bezahlt, hat sich jetzt aber selbstständig gemacht und wir haben vorher draussen ein bisschen geredet und sie hat gesagt, eigentlich, wenn ich dieses bedingungslose Grundeinkommen gehabt hätte, hätte ich den Mut zu dieser Selbstständigkeit viel früher schon gefasst. Ja, wahrscheinlich schon. Aber, dass ich es damals dann gemacht habe, als ich es gemacht habe, vor rund drei Jahren, hatte wirklich auch damit zu tun, dass ich mir einfach mal diese Frage gestellt habe, was würde ich denn eigentlich machen, wenn ich kein Geld verdienen müsste. Und da kamen mir ganz viele Sachen in den Sinn und Journalismus war aber keins davon eigentlich. Und da habe ich dann relativ deutlich gemerkt, dass ich da jetzt mal was verändern muss, weil eben das war ein sehr schöner Job, ein guter Job, kann man sich eigentlich wirklich nicht beklagen, aber es ist auch ein Job, der sehr viel von einem fordert, also der ein bisschen auch auffrisst. Und das habe ich irgendwann dann schon gespürt. Und als ich mir dann diese Frage gestellt habe, habe ich einfach irgendwie zufälligerweise gerade den Mut beisammen gehabt, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eins von den Sachen, die ich eigentlich lieber machen würde. Also an erster Stelle wäre eigentlich ein Medizinstudium gestanden, aber eben, ich muss ja Geld verdienen, deswegen kann ich das leider nicht machen. Und die zweite Idee war dann tatsächlich einen Secondhand-Kleiderladen aufzumachen mit einer Freundin. Ich hatte einfach gerade Lust auf das. Und das habe ich dann gemacht. Und den Laden gibt es jetzt seit drei Jahren und ich arbeite 60 Prozent da und es macht mir wahnsinnig viel Freude und es befriedigt mich auf eine ganz andere Art und Weise, als mich der andere Job befriedigt hat. Ich finde es, ich bin irgendwie zufriedener, ich habe mehr mit Menschen zu tun, ich habe irgendwie, es tönt so lächerlich, weil es ist immer noch ein Kleiderladen, aber es ist ein wichtiger Job irgendwie. Wir sind eine Art Anlaufstelle geworden, ein Gemeinschaftszentrum, wenn man so will. Bei uns kommen die Leute sich ausheulen oder sie fragen, ob wir kurz eine halbe Stunde auf das Kind aufpassen können, weil die Babysitterin erst noch kommt und so was. Und wir können unsere eigenen Regeln machen, wie zum Beispiel, dass halt meine Partnerin, die gerade ein Baby gekriegt hat, halt mit dem Baby umgeschnallt, da hinter dem Tresen steht. Einfach, weil wir sagen, das ist okay. Und es ist okay. Und das ist für mich eine sehr schöne Erfahrung. Und es ist tatsächlich so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen für mich, weil ich verdiene ziemlich genau so viel. 2.500 Franken. Genau. Und musste ziemlich zurückstecken, was so lebensartig ist. Ja, so Lebensstil angeht. Habe aber gemerkt, dass es eigentlich gar nicht schlecht ist, wenn man das mal tut, so ein bisschen zurückstecken. Und es ist auch bedingungslos in dem Sinne, ich würde da auch arbeiten, wenn ich kein Geld verdienen würde. Von daher ist es jetzt wirklich so, ich habe dieses minimale Auskommen. Und wenn ich mal wieder finde, ach, irgendwie wäre es schon schön, ein bisschen mehr zu haben, dann muss ich mir irgendwas zum Arbeiten suchen und das dann machen. Und das macht sehr viel Freude und erfüllt mich ganz im Kram. Adrian Göhler, das wäre so etwas wie diese Kulturgesellschaft, von der Sie ein Stück weit vorher gesprochen haben, dass Menschen sich dann eben kulturell betätigen würden, so wie das jetzt Michelle Rothen tut. Und unbesehen ein Stück weit des Risikos, dass das mit dem Einkommen mit sich brächte. Ja, ich bin übrigens auch ein ganz ähnlicher Fall. Ich habe natürlich als Senatorin und als Hochschulpräsidentin mein Auskommen gehabt und irgendwann mal hing es mir hier. Da, vermutlich. Und ich wollte einfach überhaupt nicht mehr hören, dass bestimmte Sachen nicht gehen, weil es nicht in meiner Zuständigkeit ist oder weil es dafür keinen Haushaltstitel gibt oder irgend sowas. Und da habe ich natürlich gemerkt, wie viel Status und wie viel da dran hängt, oder? Wenn man plötzlich ins prekäre Leben kommt. Also für mich wäre das auch so, wenn ich die 1.000 Euro Grundeinkommen, so habe ich auch mal ein Buch mitgeschrieben, mit hätte, dann würde ich auch davon profitieren können und das ist eine kulturelle Frage. Ich hätte dann viel eher das Recht, mal Nein zu sagen. Nein zu einem freien Job, den ich jetzt mache, um natürlich zu überleben, den ich aber eigentlich sinnlos finde. Also diese Art von sich zu fragen, brauchen wir das? Ist es nötig für einen Fortbestand einer Gesellschaft, gar für eine Weiterentwicklung von einer Gesellschaft oder ist es eher hinderlich? Das sind Fragen, die sich mit dem Grundeinkommen anders stellen könnten und würden. Ich meine übrigens nicht, das muss ich vielleicht gleich sagen, dass jetzt alle sich plötzlich künstlerisch betätigen sollen, weil wir haben nicht nur zu viel Joghurts und Joghurtmarken auf der Welt, wir haben auch zu viele Künstler. Aber mit den Joghurtbächern kann man ja viel machen. Ja, ja gut, aber man braucht, also nein, wir könnten, wir haben einfach zu wenig Bezahlungen für ganz andere und neue Tätigkeiten und das ist vielleicht das, was das Kulturelle dann ausmacht. Also nicht in der, nicht Batiken oder so, meine ich. Herzlichen Dank, Adrian Göhler. Einer, der auf einem ganz anderen Bereich träumt und sich auch als Innovator hervorgetan hat, ist, wie gesagt, Richard Eisler, Gründer von Comparis. Als ich ihn gebeten habe, doch sein Statement für heute Abend mal so kurz zu skizzieren, in welche Richtung er reden würde, hat er mir gleich zwei Aufsätze geschickt, in denen er sich als glühender Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens geoutet hat, nicht nur geoutet, sondern das war schon lange geschehen, aber mir gegenüber sich gezeigt hat und er wird Ihnen jetzt auch erklären, warum, weil es ist keine kulturelle, auch keine praktische, sondern vielleicht eher eine technische Vision. Ja, also ich bin seit drei Jahren bei Comparis nicht mehr für die operative Leitung zuständig, sondern als Eigentümer und Präsident des Verwaltungsrates eigentlich nur noch für die Strategie. Ja, nur noch Strategie. Damit ich eine vernünftige Strategie machen kann, muss ich hier eine Vorstellung davon haben, was wird die Zukunft bringen. Und somit beschäftige ich mich jetzt seit längerer Zeit damit, wie wird wohl unsere Zukunft aussehen. Das ist eigentlich das Gleiche wie vor 20 Jahren. Da reichte es aber, dass ich ein NSZ-Folio gelesen habe und da war was über das Internet geschrieben und das Folio war auch so gut, dass es mir gereicht hat, damals einen Blick in die Zukunft zu bekommen. Ich wusste nicht genau, für wie lange, aber für mich war klar, das ist die Zukunft, das Internet kommt und so habe ich Comparis jetzt heute, also gestern vor 20 Jahren gegründet, mit der Überzeugung, das Internet wird kommen. Da gab es noch kein Internet in der Schweiz. Erst an der ETH hatten die Studenten ein E-Mail. Und heute bin ich wieder an diesem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, ich sehe die Zukunft. Ich weiß nicht genau, wann sie kommt, aber sie wird kommen und wie wird sie aussehen. Zum Beispiel Tesla. Grundeinkommen fährt ja auch Tesla, ich auch. Das Auto fährt selbst. Ich nicht. Wer fährt alles Tesla hier? Wer mal ein Erlebnis haben will, ist eingeladen mitzufahren auf der Autobahn, man setzt sich rein, das Auto fährt selber. Aber das Auto fährt nicht nur selber, es lernt auch selber. Man merkt es, es macht Fortschritte. Und das ist für mich ein Stück weit auch beängstigend. Das Ganze geht weiter. Computer können heute Bilder interpretieren. Computer sind besser darin, Mammographien zu interpretieren als Radiologen. Das heisst, es geht nicht nur darum, dass künftig in sehr absehbarer Zeit die Lkw-Fahrer arbeitslos sein werden. Auch die Radiologen werden arbeitslos sein. Aber auch die Übersetzer und Übersetzerinnen werden arbeitslos sein. Denn seit Mitte Januar kann man bei Skype eine Simultanübersetzung zuschalten. Wer es noch nicht gemacht hat, dem empfehle ich es zu probieren. Es hat einen hohen Unterhaltungswert. Man kann sich kaputt lachen. Aber das Ding übersetzt gewisse Sätze auch richtig. Sie lachen. Sie lachen. Es freut mich, dass Sie alle noch hier sind bei dieser späten Stunde. Aber das Ding lernt. Und es lernt schnell. Es lernt schneller als wir alle. Und es vergisst nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn Sie jetzt denken, okay, jetzt haben wir da so eine Entwicklung, das geht alles rasend schnell. Aber das wird mal vorbei sein. Nein, es wird nicht vorbei sein. Es wird noch schneller gehen. Im Dezember, Mitte Dezember haben Google und die NASA mitgeteilt, dass das Ding, das sie 2013 von einer kanadischen Firma gekauft haben, die übrigens von der CIA auch mitfinanziert worden ist, dass das Ding, das sie da gekauft haben als Quantencomputer, dass das tatsächlich ein Quantencomputer ist und dass er bestimmte Rechenoperationen 100 Millionen Mal schneller durchführen kann als heutige Computer. Also es ist nicht so, dass die Entwicklung irgendwann zu einem Ende kommen wird und wir verschnaufen können, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich wird sie noch viel, 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 viel schneller werden. Und was ich dann sehe, sind ganz viele Arbeitsplätze, die verschwinden werden. Und wir haben es heute Abend ja auch ein paar Mal gehört, ja, das hatten wir ja schon, als die Landwirtschaft technologisiert wurde. Dann wurden die Bauern zu Arbeitern und dass dann die Industrie, die Automatisierung kam, dann wurden sie zu Dienstleistungsangestellten. Ja, aber wir hatten noch nie Technologien, die selber lernen. Künstliche Intelligenz, Konzepte der künstlichen Intelligenz, die jahrzehntelang nicht funktioniert haben, beginnen heute zu funktionieren. Es gibt Maschinen, es gibt künstliche Intelligenz, da wissen die Entwickler nicht mehr, was die Maschine macht und wieso sie das macht, kann man nicht mehr nachvollziehen, aber es funktioniert und es wird immer schneller. Und darum gibt es diese Umzüge mit den Robotern, oder? Darum gibt es diese Umzüge mit den Robotern einerseits. Ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Roboter haben eine Allianz geschlossen. Ich weiß es nicht. Man weiß nicht genau, von wem die Allianz ausging, ob das von den Robotern ausging, oder? Ja, also für mich ist klar, wir werden ganz viele Jobs haben, die verschwinden werden und die Menschen haben Angst, die Menschen spüren das. Und das hat auch eine Folge, dass wir diese komischen Abstimmungen haben in der Schweiz, wie die Masseneinwanderung, wo eigentlich eine knappe Mehrheit Ja sagt dazu und damit die Existenzgrundlage dieses Landes mutwillig zerstört. Weil die Schweiz ist so erfolgreich, weil kluge Leute in die Schweiz kommen und hier mitarbeiten. Weil ohne diese klugen Leute sind wir nur ein paar dumme Bergbauern. Aber im Austausch mit diesen klugen Leuten schaffen wir es, ihren Mehrwert zu produzieren. Und die Bergbauern können wir nicht automatisieren. Herr Eisler, wir werden nachher noch kurz darüber reden. Ich möchte nur ganz kurz Michelle Rothen fragen. Wenn Sie jetzt diese Vision einer Gesellschaft sehen, wie sie Herr Eisler skizziert hat, in der eben ein Teil der Arbeit von Maschinen, schnell lernenden Maschinen geleistet wird, würden Sie gerne in einer solchen Gesellschaft leben, in der beispielsweise bei Ihnen an der Kasse dann eben ein smarter Roboter steht, der das Kassieren übernehmen würde, während Sie hinten sich einer anderen kreativen Tätigkeit widmen? Genau, ich sitze da hinten und mache ein Batik-T-Shirt. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht. Grundsätzlich haben wir ja sehr, sehr lange dafür gearbeitet, dass es weniger Arbeit gibt. Also das dürfen wir jetzt auch nicht verteufeln. Also, ja, wenn Jobs von Robotern besser gemacht werden, eben von wegen, auch wenn ein Roboter eine Mammografie besser interpretiert als ein Mensch, dann bin ich sehr dafür. Wenn er besser verkaufen kann als ich, soll er das machen. Ne, ich würde schon gerne selber verkaufen. Daniel Herrni, Sie sind der Mitinitiant dieser Initiative, Sie sind der Visionär, Sie sind derjenige, der die Idee rund um diese Initiative entwickelt hat. Sie sind auch derjenige, der all die Widersprüche abfangen muss. Und Sie sind auch derjenige, der als Vorzeigeunternehmer für dieses bedingungslose Grundeinkommen unterwegs ist. Und ich weiß nicht, ob alle jetzt wissen, warum er mit einem goldenen Tesla unterwegs ist. Aber vielleicht wäre das eine gute Eingangsfrage, damit Sie mit Ihrem Statement beginnen können. Warum dieser goldene Tesla? Dieser goldene Tesla. Also, ich muss euch sagen, ich habe gar kein Faible für Autos. Ich hatte noch nie ein Auto. Ich war zwar Taxifahrer, so in dieser Zeit, in dem Alter, wo man eben Taxifahrer ist, weil man sonst kein Einkommen hat. Aber ich habe noch nie ein Auto besessen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich die Biografie gelesen von demjenigen, der diesen Tesla entwickelt hat. Und das hat mir sehr Eindruck gemacht, weil der hat Folgendes gemacht. Und das vergleiche ich jetzt auch mit dem Grundeinkommen. Der hat eine Erkenntnis, eigentlich eine ganz einfache, nämlich das Öl geht aus. Es gibt vielleicht welche, die noch behaupten, nee, es hat dann irgendwo doch noch. Aber ich nehme mal, also der hatte die Erkenntnis, das Öl geht aus. Also müssen wir jetzt umstellen und nicht erst, wenn das Öl ausgegangen ist. Und das hat mir Eindruck gemacht. Und dann dachte ich, also wenn mal ein Auto, dann ein Tesla. Aber irgendwie, ich habe es dann wieder vergessen. Weil irgendwie ein Auto, was mich an den Autos immer gestört hat, ist, dass sie eigentlich gar nicht Auto sind. Sie brauchen immer einen Fahrer. Also sie können, sie sind eben noch gar nicht Auto. Und in meiner Biografie habe ich mich mehr für die Autonomie interessiert der Menschen. Und solange die Autos noch gar nicht Auto sind, wollte ich auch kein Auto haben. Sehr schön. Und was hat dieser Tesla jetzt, Daniel Haini, mit ihrer ganz persönlichen Vision einer Zukunft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun? Das ist ja gar nicht meine persönliche Vision. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist schon alt. Ich bin nur einer, der irgendwie versucht, sie ernst zu nehmen und sie nach vorne zu bringen und zur Diskussion zu stellen, damit Fragen zu stellen. Der Tesla hat vielleicht so viel zu tun, also diese Konsequenz, wenn wir jetzt überlegen, dass die Erwerbsarbeit ausgeht, ähnlich wie das Öl, dann ist es doch richtig, jetzt darüber nachzudenken. Bevor sie eben ausgeht, was könnte das für Konsequenzen haben in unserer Gesellschaft? Und vielleicht noch einen Schritt weiter, das wurde jetzt heute oft gesagt, die Erwerbsarbeit geht aus und dann haben wir eine Not. Also müssen wir irgendwie was entwickeln. Ich meine eigentlich nicht mal nur das, dass sie vielleicht dann mal ausgeht und wir was Neues brauchen, sondern was liegt da für ein Potenzial drin, zum Beispiel in der Bildung. Stellt euch vor, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir den Kindern nicht lernen, dass sie möglichst eine Ausbildung machen müssen, wo sie lernen müssen, fleißig zu sein, gehorsam zu sein, Disziplin, ganz wichtig ist, dass man das lernt, zum Beispiel die Wörtchen auswendig lernen, wenn man doch weiß, man kann sie auch auf jedem smarten Phone eben nachschlagen, lernen wir immer noch, also bei mir jedenfalls war es so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich weder gut Französisch noch Englisch sprechen kann, weil ich das damals musste, ich musste die Wörtchen lernen und habe mich verweigert, klar war ich der Depp. Aber heute, wie könnte die Gesellschaft zum Beispiel aufs Bildungswesen wirken, im Bildungswesen aussehen, wenn das mit dieser Existenzangst, das mit diesem Fokussieren nur auf Erwerbsarbeit ist, was Wichtiges und Richtiges, was könnte das bewirken? Ja, man darf was dazwischen sagen. Was ich an diesem Grundeinkommen, und man merkt es ja, oder, also ich gucke natürlich im Netz, was ihr da so macht, in der Schweiz, weil ich hätte ja gerne gehabt, dass es ein deutsches Modell ist, was irgendwie weitergegeben wird. Ich finde es einfach lustvoll, es ist fantasievoll, es ist schöpferisch. Man fängt an, richtig Lust zu kriegen auf eine andere Art des Wirkens in einer Gesellschaft, also das Tätigsein für andere Ziele. Das ist etwas, was ihr in hohem Maße vermittelt, in hohem Maße auch deutlich macht. Und dazu, so lese ich auch diesen Tesla, der natürlich auf der einen Seite das schlechthinige Statussymbol ist, auf der anderen Seite aber natürlich auch der letzte Schrei ist, aber auch gleichzeitig immer eine Ironie mit transportiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Qualität, die wir auch brauchen, um andere Derivate, andere Modelle leben zu können. Wenn wir einfach immer nur das machen, was wir schon kennen, dann ersticken wir an dem Bekannten und das ist dann auch eine Form von Müll. Als ganz unironischer, als ganz unironischer Velofahrer gebe ich jetzt doch die Frage noch zurück an Herrn Eisler. Die Frage wäre, ist denn eigentlich eine Gesellschaft, eine Zukunft mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen denkbar, ohne dieses Element einer erstarkten und sehr fast schon dominanten oder vielleicht auch eben sehr präsenten technischen Komponente dieser künstlichen Intelligenz? Also, ist das so eng miteinander gekoppelt? Für mich, ja. Wie es, und ich kann ja nur für mich sprechen, oder? Ich habe ja eine Vision, ich mache eine Vision ja für mich und für mein Unternehmen. Und werde das Unternehmen dann danach ausrichten oder richte es danach aus. Für mich ist klar, dass das kommt. Und es ist nicht eine Frage, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen. Es ist eine Frage, ob wir dabei sind oder es ohne uns stattfindet. Und wenn es ohne uns stattfindet, ja, dann sitzen wir hier und klopfen Steine. Und die Entwicklung findet woanders statt. Nämlich im Silicon Valley. Und das Spannende ist, ja, dass eigentlich viele der Leute, die sich mit der Technologie auseinandersetzen, also auch Unternehmer, ich kenne übrigens einige andere Tesla-Fahrer auch, die auch alle für das bedingungslose Grundeinkommen sind. Also somit war der Tesla gut gewesen. Verschenken Sie Teslas, dann machen wir eine Mehrheit hier. Ich glaube, dass das nicht. Nein, sondern einfach die Leute, die sich mit Startups auseinandersetzen, in Startups investieren, in diese Szene viel unterwegs sind, die sehen, viele von denen sehen, was auf uns zukommt von der Technologieseite her. Und da geht einfach die Erwerbsarbeit aus. Und mich erstaunt es ja, dass ganz komische Wehklagen, dass da von ganz komischen Seiten kommt, wie den Gewerkschaften und so weiter und so fort, gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, Moment mal, ist es nicht schön, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Wäre doch wunderbar. Haben wir nicht davon immer geträumt? Daniel Henne, die gleiche Frage an Sie. Bedingungsloses Grundeinkommen denkbar und möglich, ohne diese technisch, utopisch schon fast klingende Komponente einer Wissensgesellschaft, die sich eben dann auch in Maschinen repräsentiert? Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ohne diesen technologischen Fortschritt denkbar. Andreas Gross hat das heute großartig vermittelt. Es gibt ganz andere Zugänge zu dieser Idee. Aber tatsächlich, also in der Kampagne haben wir einen Satz gebildet, da könnte ich so zusammenfassen. Der Sozialstaat, Adrien, war die Antwort auf die Industrialisierung. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Antwort auf die Digitalisierung. Es ist eben schon naheliegend, oder? Und gerade im letzten halben Jahr wurde es immer grösser und stärker. Am WEF wurde es diskutiert, was sind die Chancen und Risiken der vierten industriellen Revolution. Ein Klaus Schwab kam sogar dazu, der ist ja sehr unverdächtig, zu sagen, vielleicht braucht es eine Art Mindesteinkommen für alle. Wir wissen zwar nicht, wie das geht. Naja, wir müssen ganz neu denken. Also das sind schon Signale, dass es wahrscheinlich passieren wird und deshalb hat Herr Eisler sicher ganz recht. Aber Kulturgesellschaft haben nicht wir eine Aufgabe, die jetzt gar nicht in der Technik tätig sind, eben diese gesellschaftliche Entwicklung zu begleiten. Das bedingungslose Grundeinkommen quasi als humanistische Antwort auf diesen technologischen Fortschritt. Darf ich noch etwas anfügen? Oder das Wichtige ist ja, der Mehrwert, der wird auch in Zukunft produziert, der Mehrwert. Es wird noch viel mehr Mehrwert produziert werden. Wir werden noch viel mehr Güter haben und wir werden diese viel effizienter herstellen mit viel weniger Energiebedarf, mit nachhaltigen Energien. Es wird uns besser gehen, aber der Mehrwert muss irgendwie verteilt werden, oder? Es kann ja nicht sein, dass wir ein paar wenige Leute haben, die das Wissen haben, die die Maschinen bauen, die die Roboter bauen, die die Algorithmen entwickeln, die gigantische Beträge verdienen oder diejenigen, die die Maschinen besitzen und die anderen haben alle nichts. Das, in einer solchen Gesellschaft möchte ich nicht leben. Ich will in einer Gesellschaft leben, in der Sozialausgleich ist und in der Frieden herrscht. Und ich möchte eben nicht ein Grundeinkommen bekommen müssen, weil es nicht mehr anders geht. In der NZZ stand kürzlich der Titel, der ist sicher auch ein bisschen übertrieben. In Zukunft braucht es uns nur noch als Konsumenten. Ich möchte nicht deshalb ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern weil wir uns miteinander verständigen darüber, dass es aus anderen Gründen sinnvoll ist, wenn wir uns das gegenseitig zusprechen. Frau Göden. Ja, ich würde gerne, auch weil Adolf Muschke es vorhin eingefordert hat, ich war in Namibia vor ein paar Jahren, habe mir dieses eine Dorf, Ocidero, angeguckt und das ist nun wirklich, würde ich mal sagen, vortechnisch. Aber was dort für mich das absolut Frappierende war, also ich habe mich sehr genau mit dem Dorf beschäftigt und der Bischof Kameter, der das damals ausgesucht hat, hat so ein repräsentatives Dorf gesucht, wo die Ethnien, das Ausmaß an Aids-Erkrankungen, die Armut, die Kindersterblichkeit ziemlich normal verteilt war. Und zu sehen, was in diesen zweieinhalb Jahren passiert ist, dass die Menschen sich eben in eine Gemeinschaft begeben haben, dass man nicht gesagt hat, das wenige Feuerholz, was es gibt, das muss aber mir gehören und sollst du nicht mitmachen, weil sonst habe ich weniger Suppe. Das war plötzlich, wurde ein gemeinschaftlicher Ziegenkauf erdacht, weil man wusste, wenn man drei Ziegen kauft, die Wahrscheinlichkeit, dass die Junge kriegen, ist irgend besser, wenn man nur eine Ziege hat, oder? Und es ist eben, wir sind hier ja komplett gewöhnt, dass wir in einer Misstrauensgesellschaft leben, dort hat sich plötzlich sowas wie eine Vertrauenskultur entwickelt, weil man sagt, okay, ich kann jetzt diesen Monat, gebe ich dir Geld und am nächsten Monat kannst du mir das wiedergeben, aber man hat sozusagen aus dem Wenigen mehr gemacht. Und das ist etwas, was mir absolut wichtig ist, jenseits von technischen Möglichkeiten. Das, was wir uns in diesen hochzivilisierten westlichen Staaten unter Entwicklungshilfe vorstellen, was ja immer nur in den Kassen der Despoten landet, das mit einem Grundeinkommen verbunden, das würde eben auch dort die Ermächtigung zur Selbstermächtigung bedeuten können und es würde diese Art von chauvinistischer Hilfe vollkommen überflüssig machen, weil sie nämlich dann ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen könnten und das würde mit einem Bruchteil des Geldes übrigens möglich sein. Also auch in vortechnoiden Gesellschaften ist es möglich und es ist segensreich. Sagen Sieg. Ganz kurz, Daniel Hähne und vielleicht Herr Eisler und vielleicht auch Frau Rothen, das Stichwort Vertrauen, dass also weniger Konkurrenz und weniger Rivalität herrschen würde, wie würden Sie das begründen, Daniel Hähne? Ach, mich nervt das, wenn man von Bedingungshause und Grundeinkommen spricht und dann sagen alle, ah, da müsste man dann ganz viel Vertrauen haben in die Menschen, dass das überhaupt funktioniert. Ich finde, das ist falsch geschossen oder eine falsche Vorlage. Nein, wir brauchen überhaupt nicht mehr Vertrauen. Was wir eigentlich brauchen ist, und das Bedingungslose, Grundeinkommen, in diesem Bedingungslosen ist es schon drin, wir müssen auf etwas verzichten. Nämlich wir müssen nicht mehr vertrauen, sondern wir müssen auf etwas verzichten, von mir aus auf Misstrauen verzichten. Aber wir müssen verzichten, es immer besser zu wissen, wie es gut wäre für die anderen. Und manchmal sage ich auch, das Bedingungslose, Grundeinkommen, das ist auch überhaupt keine Revolution. Es ist etwas total Simples, nämlich, dass wir das, was wir unbedingt brauchen, in Zukunft bedingungslos gewähren, als eine sozusagen Durchsetzungsinitiative des gesunden Menschenverstandes. Es ist nicht mehr und auch nicht weniger. Notieren, notieren. Ganz einfach. Oder mein Lieblingsbild noch, das Bedingungslose, Grundeinkommen ist folgendes. Stellen Sie sich vor, hier geht der Energiefluss da, mitten durch den Raum, hier durch, oder? Und mir kommt es vor, wir stehen da alle drauf. Und jetzt, was macht das Bedingungslose, Grundeinkommen? Eben, ein Schritt zurück, einfach ein Schritt vom Schlauch weg. Schönes Bild, danke. Wir waren beim Vertrauen, Herr Eisler. Genau, ich möchte das Stichwort aufnehmen, wir haben es ja schon, das Grundeinkommen. Wir haben es, es heisst aber heute, Fürsorge. Und die Menschen zu Hunderttausenden für den Rest des Lebens in die Fürsorge zu verdammen, ist unmenschlich. Und deshalb, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann müssten die Menschen auch nicht mehr solche Angst haben vor der Globalisierung, vor der Technologie, sondern könnten das auf sich zukommen lassen. Und weil die Technologie, die bringt eben verdammt viele Vorteile. Die bringt Energieeffizienz, die bringt Bekämpfung von Krankheiten, und, 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 oder? Aber wenn wir Angst haben, sperren wir uns dagegen, haben eben das Misstrauen in die Technologie. Sie wirken nachdenklich, Michelle Rothen, dass die Idee einer vertrauensvolleren Gesellschaft, in der wir eben nicht diesem Misstrauen und diesem ständigen Nicht-Wissen, wohin und wer uns was wegnimmt? Ja, ich, ähm, macht mich wirklich nachdenklich, weil es einfach immer wieder Situationen gibt, wo es sich zeigt, dass die Leute sehr, ja, der Mensch ist, äh, wie geht das? Der Mensch ist das andere Menschen, Wolf. Ähm, diese Zahlen auch, die ja genannt werden, dass, wenn man die Leute fragt, ähm, würden sie mit dem bedingungslosen Grundeinkommen weiterhin Arbeiten geben? Dann sagt 60 Prozent, glaube ich, sagen, ja, sie würden weiter Arbeiten geben. 68? Nee, 98. 98, genau. Aber, ähm, wie viele, denken Sie, würden danach nicht mehr Arbeiten gehen? Sind Sie bei irgendwie 80 Prozent oder so? Nein, das ist der andere. Ja, eben, der andere, genau. Ich arbeite, aber... Genau, aber der andere bestimmt nicht. Du bist faul. Genau, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Das macht mich auch, das macht mich sehr, sehr wütend. Ja, ja, genau. Solche Sachen machen mich sehr wütend. Aber eben, grundsätzlich, ich finde halt eigentlich, es ist das einzig menschenwürdige Konzept. Ich finde eigentlich, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Es ist, ähm, du bist ein Mensch, du bist hier, da hast du das Nötigste zum Überleben und dann mach was aus deinem Leben. Nicht nur mach was für das System oder mach was für den Kapitalismus oder was weiß ich, sondern mach was aus deinem Leben. So. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ja, ich ergänze dieses Schlusswort vielleicht noch mit einer kleinen Anekdote. Ich habe kürzlich mit einer, mit einem Freund zu Mittag gegessen, der im Bereich der geistig und körperlich Behinderten, wie man sagt, arbeitet. Und der hat gesagt, ich begrüße das bedingungslose Grundeinkommen nur schon deshalb, weil dann all diese Menschen, die ich betreue, eben nicht dauernd rechtfertigen müssten, dass sie Fürsorge oder sonstige Sozialleistungen bekommen können. Und da ja die behinderten Menschen hier nicht vertreten waren heute Abend, war es mir doch ein Anliegen, das noch gesagt zu haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie uns gefolgt sind. Und tragen Sie die Gedanken und Anregungen des heutigen Abends weiter. Ich gebe vielleicht Daniel Hähni. Ich bedanke mich auch sehr herzlich beim Publikum, das so lange ausgehalten hat. und wünsche euch allen einen schönen Nachhauseweg und das Lesen. Dankeschön.